ganz ruhig ja ich denn den geldtorn 28 ja ich geb dir 30 reicht das für den sattel wenn du denn noch was brauchst wegen taschen oder so alles so instabiert hallo hallo ghost shadow dankeschön für den prime im neunzehn und tv was ist hier los jetzt muss ich da alles erklären hi haben vielen dank für den prime im elften tag tag zahm und hukulu hallo broken now that is grand theft auto big smile vielen dank für die prime im achten und danke dankeschön für die prime im achtzehnten ich lege sofort alles vor und ich habe noch nicht nach dem preis nachgefragt ich war nicht drin muss sie noch mal nachfragen aber warte ich geb dir schon mal den geld hier bitteschön danke ist ein red m also quasi 5m server 32 slots hat er ich komme sofort wieder berlin ja okay ich bin drin diese performance bruder ne das stimmt von vorne bis hinten nicht heute alter ehrlich ist so wirklich kleines familiäres ep nein ohne intro wir testen jaja das ist red dead redemption okay ich muss veräben also heute gab es hier beim spiel nennen dings ein update und seitdem ist meine komplette performance einfach nur komplett am arsch ich bin glaube ich die ganze zeit schon am rumtest oh mein gott habe ich gemacht ich mache das jetzt einfach mal aus wie heißt der cody birbham ich spiele cody birbham aber einen anderen cody birbham sonst so kurzer wie geht es ja ganz gut ganz gut ich wollte gestern schon kommen aber ich habe gestern nicht mehr fertig bekommen jetzt ist wo mein gott alter ja muss ich gucken in der qualität erst mal fahren tatsächlich musst du schon am anfang ein bisschen fahren das ist ganz klar ich sag dir heute ist ein verfluchter tag ich habe mich mal gefragt wem du hast den stall gefragt nein nicht den stall den stall typen hier ich habe auf jeden fall gesagt das pferd was du sucht hast der zwei kräftige davon da ein verkaufter für 28 dollar und den anderen für knapp 50 dollar wie viel hast du mir gerade in die hand gedrückt um die 30 dollar lass mich wissen welchen du haben willst wenn du den für 50 haben willst gebe ich dir noch geld Trust achja ok ok Okay. Oh, boh, boh, boh. Oh, tu, tu, tu. Lass mich, boh, ich komm gleich sonst nicht mehr nach. Ich lese vor, Moment. Unterbruch. Bye, have a beautiful time. Ruhe, Ruhe, Chat. Moment. Gibt's doch... Oh, die Klammer, nur lackieren, Junge. Ruhe. Hört auf damit. So, hi, haben wir, Bix, haben wir, danke, haben wir. Alina, vielen lieben Dank für die WeSub im... ...ähm, hä? ...27. Und Mindrip, danke schön für die WeSub im 4. ...19. Döner, Bruce Backlava, dann noch Curtis Träumchen. Ich küsse dein Herz und guten Appetit, Bruder. Gönn dir. Busy, danke schön für die WeSub im 7. Matti, danke für den Prime im 34. Ja, huch. Da fehlt ja was. Boop, 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 boop. Danke, Torbsen, danke für den Prime im 26. Einen Monat, ach, dann schon drei Kinderkuss. Haha. Ach so. Ich war... Junge, ich bin verwirrt. Halt die Klappe, Wheezy. Und Fehlerdaten, danke schön für die WeSub im 11. Ey, und Curtis, habt ihr mal ne Frage? Ja, Bruder, was? Immer her damit. Cyborg, danke schön für den Prime 5. Und Matze, danke schön für 500 Bits. Und Lysianthus LM, danke schön für den Prime im 8. Oh, boop, boop, boop. Nein, die kann man nicht panzern. Boah, ihr seid solche Treuzen, ohne Witz. Bye, have a beautiful time. Chat, wir brauchen nen Name für dat Pferd. Hau raus. Halt die Klappe, Wheezy, Alter. Oh, boop, 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 boop. Ich hasse euch. Abdul, Alter. Junge, Junge, ich hasse euch so sehr. Ada, Gustav, Lucy, Puffelchen, Weezy, Pony, Abdul, Diesel, Hashish. Wir dürfen, wir können, wir dürfen nicht reintrauen, das ist ne Hardcore-RP-Server. Güfi, Rahman, Lamacho, Hansjörg, Lasagne. Gib doch mal richtige Namen, ey. Und Plötze, Günther, Sauerbraten, Dumba, Penny, Jürgen. Hallo, da ist's. Braten, Junge. Jacqueline. Red Dead hat RP, tatsächlich, ja. Paniermehl, Pferd, Kevin, Junge. Sucuk. Fleischer. Ich nenn's einfach Curtis. Bye, have a beautiful time. Schattenfell. Lynch. Hallo, Juri. Und hallo, Ultras. Langweilig. Ich kann keinen Troll-Name nehmen, Mann. Dreckiger Joe, Junge. Goldhaar. Alter Raguelli. Bye, have a beautiful time. Envilei, dankeschön für den Weesup im 10. Samuel, dank für den Prime im 45. Eugene, dank für den Prime im 8. Redney, natürlich, dank für den Weesup im 11. Und Adrian, dankeschön für den Weesup im 1. Pizza, Mona, Tocolo. Spitzkopfler, Schaffler, Junge. Butter kriegen. J21, Damaliu, dankeschön für den Prime im 18. Amadeus, Whitey, Klaus Schäfter. Gegenschlag. Oliver Pocher, Junge, Alter. Ich hasse euch so sehr, ne? V-Ak-Bi-Turbo, Junge. Mann. Mann. Ich tue mich so schon schwer mit Cowboy-RP, Alter. Das... Ich sag immer, wat dat und gienix, Alter. Ich muss mich so daran gewöhnen, das nicht zu sagen. Rosalinde Ese, Ferdinand. Whisky. Boah, Whisky ist ja mein Whisky. Wir nennen Whisky. Whisky ist gut. Whisky gefällt mir. Nein, wir nennen den Whisky. Äh... Schafft er aber besser. Wir können aber keinen Trollnamen nehmen, Bruder. Extras. Ich find, das ist ein sehr großes Problem, da der UI unten rechts ist, ne? Man sieht einfach Gimmicks. Ich weiß noch nicht, ob die Satelli wird bringen. Wann kommt Muttertür? Halt die Klappe, Wheezy. Ich schwör ich mal nicht. Lass es sein, Junge. Hör auf. Ich bin nervös. Was? Ich weiß nicht, ob die Sattel irgendwas bringen, Mann, von den Stats. Zehutscheibwürfer. Hallo, Solo. Hallo, ihr wunderschönen Menschen. Wie Tuna fährt jetzt? Kann man nicht drehen? Nein, tatsächlich nicht. Boah. Boah. Hast du schon alle Nummer? Boah, Wheezy, halt die Klappe. Ich schwör es dir. Und Chris Anthem, dankeschön für den Prime 6. Kekos Pw. Grüße an Tim in der Haus. Oh, das ist quasi. Was? Oder ich nehme einfach den hier. Ich hoffe, dass ich mir das leisten kann. Ähm, weißt du wo mein Bruder ist? Oho, oho, oho. Hab ich gar nicht gesehen. ja bitte weißt du wo mein bruder ist nein keine ahnung 6 12 ich lese einfach nicht den chat ich ignorier euch jetzt einfach wie sonst auch immer mit euch kann man nicht nix spielen da gibt immer nur ärger oder viele sattel gibt es denn jeder ist von da vinci der wen spielen die anderen beiden mary und barry das sind geschwister der gefühl und die nila und lucky ist auch dabei der spiegel ich weiß aber nicht genau was er zockt den habe ich auch vorhin erst kennengelernt irgendwie ist das pferd komisch ich das ist doch gar nicht das pferd was ich haben wollte kannst du auch da beklatschen ja ja wo ist eigentlich der preis ja ja es gibt red dead prevention app hier du kannst du nicht oh mein gott pferd ist schon das gepäcklet ja maske die dinger kenne ich schon ich habe ja echt sehr sehr lange red up redent wo ist der sattel hin bruder nee ich will keine maske maske weg keine maske die komische oh mein gott bruder ich wollte doch keine tasche ich verstehe nicht ich verstehe nicht ich will doch die ich wenn ich jetzt auf bestätigen kriegt dann kauft er doch oder wer schießt denn da rum ich will doch keine maske wie komme ich hier wieder raum ich weiß dann absolut legit nicht wie ich jetzt hier rauskomme ohne das nicht zu kaufen hallo emulika ich bin echt verwirrt gerade hilfe ich habe eine idee okay da exit nein das habe ich schon versucht wir testen noch mal linkes alt habe ich schon versucht ich habe das jetzt einfach whisky auswählen okay extra drehen supi hab ich hab ich das jetzt gekauft ich sehe das 2i nicht ich hoffe nicht ist das dieses spiel was mehr fehlt als gta das nimmt sich nicht viel halt die klappe schäufe ich glaube ich glaube wenn man hier drauf drückt kauft man den anders ergibt das gar keinen sinn ich kaufe jetzt ich kaufe einfach den habe ich gekauft ich weiß es nicht und warum hat er das gespeichert und ich kaufe einfach die keine ahnung nicht genug geld 4 dollar das problem ist du siehst unten rechts dein geld einfach nicht ja ich habe 2 dollar und mein pferd hat kein das ist auch nicht das pferd was ich meinte das ist mein altes pferd ich lese gleich vor chat wo bin ich hier denn ne was war das denn hier das ist das ich bin komplett am Arsch gerade wo ist mein pferd wir machen das erstmal sauber ist das jetzt das neue pferd ja ne ich verstehe gleich clean 32 slots hat der server also typischer 5m red m also ich glaube der verkäufer der der will mich übers ohr hauen wieso das irgendwas mit dem sattel ich glaube der kostet 4 dollar hast du 4 dollar noch ja ne soll ich dir die gehen ich meine du hast sehr hart gearbeitet für das geld du dich schnell einen moment diese die grafik ne es kotzt mich einfach an äh bis bisher sieht ganz gut aus Juri also ne aber alles was Neues an der AP macht Spaß ist halt hier sehr ist halt sehr familiäres AP sag ich mal es gibt einen Hotspot da ist Valentine da ist halt in die kleine Stadt wo wir hier sind und ansonsten ist sehr viel fiktives fiktive Immersion würde ich das mal nennen es gibt auch was heißt Gang Gang er ist gebannt ich muss ich muss einstellen ehrlich ich bin zu getriggert ich hab den Stream aber auch nur angeworfen für euch als Information um zu testen weil ich weiß nicht ob das standhält hier alles Hallo Red Dead Redemption ist bei weitem nicht so fortgeschritten ne also ist ja der gleiche Klient 5M und Red Dead Redemption also RD ja RDM oder nicht RDM RedM aber die tun viel viel weniger für RedM als wie für Dings als wie für 5M aber das kennt man ja schon aus der Szene und ja mein Charakter ist verdammt klein und bei meinem Charakter vielleicht werden wir das heute sehen Dankeschön mein Charakter ist auch der einzige auf dem Server der komplett rumbackt die ganze Zeit der fein hat nämlich seine Größe und auch sein Aussehen und mein Pferd ist am scheißen richtiger Shapeshifter Hallo Charlie und Dankeschön Charlie ich lese gleich noch vor ich bin gerade ein bisschen ich habe ich habe ich jetzt genug Geld dafür ich sehe wieder nicht wie viel Geld ich habe 2 Dollar ok den habe ich gekauft alles klar dann holen wir noch ein Deckchen glaube ich wir brauchen eine Decke nein kein Dings da klicke ich nicht nochmal drauf ist das Gepäck? ja nehmen wir die hier wenn ich mir die leisten kann aber anscheinend kann ich das alles gut hat er dir deinen Sattel verkauft? ich hoffe mit dem Typen kann man einfach nicht reden ich sag's wie das ja der ist sehr ruhig und eigen ich habe den gefragt was der Sattel kostet und er sagt mir einfach kein Preis aber hat er ein Halsabschneider ja ja und als ich den Sattel dann drüber geworfen habe mit einer Leiter natürlich aber da gemeint 2 Dollar bitte vielleicht sollte ich dir noch eine Decke dazu holen ich habe doch ein Deckchen gekauft anscheinend hat er dir das nicht mit draufgepackt auf dein Pferdchen na Herr Berry sagen sie mal müssen wir dich eigentlich hochheben dann? niemand muss mich hochheben da war der Herr Jones dem könnten wir eigentlich Nuggles verkaufen ihr habt welche dabei oder? ich habe welche dabei sollen wir die verkaufen? nur zu was zahlt denn der gute Herr Jones dafür? 1,30 Dollar pro Nugget soll ich mal fragen? Herr Jones hallo hallo die Partner sie kaufen Gold Nuggets richtig? der Gold ist neu und noch nicht dressiert äh ja direkt äh wie ist der Preis für ein Nugget? ähm früher habe ich 1,30 Dollar gezahlt aber das kann ich nicht mehr bieten ich zahle jetzt 1,50 Dollar pro Nugget ich hätte 10 Stück dabei die würde ich verkaufen ja gebe ich ihm 15 Dollar ja klingt doch gut ok dann lassen wir uns zur Bank gehen ja alles klar 1,50 Dollar sogar 1,50 1,50 ja ja das ist Juri der macht hier einen auf richtigen Pimp Junge der hat hier quasi so das Goldgeschäft in der Hand der zieht da doch richtig gut auf mit seiner Pornostimme der erlebt das hier richtig aber ist auch cool muss ich zugeben ich habe bisher noch nicht so viel gespielt Scheiße, Scheiße du bist auch dumm was rennt so vor Svint? oh wow warten sie in meinen Welpe Mann Scheiße ich habe Helpe oh warte bist du tot? Bye, have a beautiful time Scheiße bist du tot? ach der schläft nur ich glaube ich brauche nur einen Hund Mann äh ja ok Dirty hol einen neuen der ist am Arsch fuck so der gute Herr hat gerade seinen Hund erschossen ja das haben wir gerade gesehen dass sie nicht sicher ist bitte der Bankier hat gesagt dass er in der Stadt nicht sicher ist und das haben wir gerade gesehen ach alles nur Schwachsinn der war zu oft beim Schamanen so ja bitte zehn Nuggets bitte, Sir eigentlich fand ich soweit ganz gut wissen Sie wo der Schuss herkam? oh oh ich habe nichts gesehen gut ja natürlich alles klar, vielen Dank bitteschön so das war Ihnen der Name war nochmal äh Cody Mr. Cody zehn Nuggets das macht für Sie 15 Dollar ja ist in Ordnung bye have a beautiful time 15 Dollar wo der Schuss herkam ich habe keinen Schuss gehört bitteschön Mr. Cody ja bin Sie sicher gut falls Sie wieder welche haben ich bin täglich ja wo kann man Sie antreffen ich ich habe auch noch welche okay ich bin täglich zwischen 21 und 22 Uhr an der Schmelze erster Stock im Büro ansonsten wenn Sie mich hier irgendwo finden hallo Hagrid 16 ähm Mary Morgan ich spiele ganz oft ohne Akzent ich habe selbst gehört dass die GTA ohne Akzent gespielt 24 Dollar ja okay 24 Dollar für 16 Nuggets und da ist der Gyfi weggecrashed ja Federer du kannst du jemanden gut verdient bitte gut verdient 15 Dollar ist okay mittlerweile 1,15 Dollar pro Nugget ah ich wollte schon ich wollte kurz zum Laden Moment der Koko dreht hier richtig durch Alter oh hallo Doc ah guten Tag ich kenne Sie gar nicht bitte ich kenne Sie gar nicht oder doch ich war doch gestern in Behandlung bei Ihnen ich wurde doch vom Pferd getreten ah ich erinnere ich erinnere mich und bist gut ist es besser geworden ja tatsächlich schon okay ich glaube aber draußen ist jemand der Schmerzen hat sonst würde er nicht so rumstehen ja das kann auch war gerade hat sie gerade so einen trockenen Mund gehabt kann auch von mir gekommen sein ja draußen wir hatten da geschossen haben Sie da irgendwas mitbekommen ich habe einen Schuss gehört aber ich habe keine Ahnung aber wurde gerade in der Bank ertuschelt hat jemand seinen Hund erschossen hat warum auch immer oh nein bye have a beautiful time go go Junge okay ähm okay 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 das reicht mir schon ich äh ja Valentine Valentine ist verrückt ja ähm wir hatten gerade eben noch einen Hund in Behandlung gehabt ich hoffe das ist nicht der niedliche ein schwarzer kleiner der war ja 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 ich glaube der ist tot hm aber der ist doch noch sehr sehr jung gewesen oder nicht Leben ist gefährlich was soll ich Ihnen sagen Doc jeden Tag passieren schlimme Dinge also der hat ja eh schon viel durchgemacht er hat eine dicke Zecke am Ohr gehabt die war bestimmt ja weiß gar nicht ich habe nichts zum Vergleich so groß wie mein Daumen schon fast das ist dann aber eine riesen Zecke gewesen naja das ist schon Wahnsinn dass er das überhaupt überlebt hat scheint ein zähes Kälchen gewesen zu sein möge er in Ruhe in Frieden ruhen auch oh ist jemand verstorben ja der Hund draußen auch so der Kürter ja Heidebären und Blauwellen jeweils ein Penny Salat ja die Bohnen die sind auch ganz gut hier kann ich schon empfehlen ne ich gucke was man verkaufen könnte weil ich habe ja so ein wie soll ich jetzt sagen so eine leichte Vorliebe für Kräuter ich bin da immer viel und flott unterwegs Kräuter ja und ein bisschen Geld damit verdienen ist ja nicht schlecht wir gehen auch gerne Kräuter sammeln stellen Medizin daraus her ja wenn sie mal irgendwelche Kräuter brauchen dann sagen sie Bescheid ja gerne ich bin da flott unterwegs und suche auch ja super so einen können wir gebrauchen Tabakblätter Tabakblätter lohnen sich anscheinend aber hat auch wieder mit Ackerbau und alles zu tun nicht mit ja doch mit Anpflanzen ja ich glaube das ist auch eher nicht dafür die Leute irgendwie medizinisch zu behandeln das ist eher so eine Business Sache schreibe ich mir mal direkt hier in mein kleines Buch auf Tabakblätter 5 Pennys was haben sie denn sonst so für Kräuter gerade gar keiner ich pflücke immer sehr viele Beeren die ich dann esse weil Karotten mir zu teuer sind hier im Laden ja kann ich verstehen aber sonst würde ich alles auf Bestellung holen ist kein Problem alles was außergewöhnlich ist also ich sag mal jetzt so Oregano oder Sachen die halt wirklich hier zu Genüge da sind das brauchen wir natürlich nicht aber wenn sie irgendwas Besonderes haben da sind wir natürlich gerne für sie da und dann wissen sie auch wo sie uns finden können in der Praxis natürlich natürlich genau dann werde ich mal die Augen offen halten und dann komme ich einfach mal vorbei und zeige ihm was ich alles so gefunden habe sehr gut Sir alles klar wie geht es denn Ihrem Hund äh wem? auf dem Scheißer ich habe keine Ahnung worüber sie reden das ist ja wirklich sehr entspannt sitzt du dich bequem Mary mhm ja sehe ich ja der Doc nimmt allerlei Kräuter an wenn wir irgendwo mal finden sollten mhm ich halte da mal die Augen auf Tabakblätter übrigens fünf Pennies hier kann man verkaufen aber aber 1,50$ ist schon viel das ist okay da kann ich mir ja glatt nur was für mein Pferd gleich kaufen am Stein hat er euch einen guten Preis gemacht mhm vom Pferd gestern vorgestern hat er noch 1,20$ gegeben ungefähr nur 1,20$ mhm 30$ und jetzt 1,50$ genau der hat um 21 Uhr einen Termin mit ihm ja Barry hast du dir mal gefragt wie es mit den Eisenplatten aussieht mhm nein noch nicht ja dann frag doch mal nach wenn du da hin musst ich habe auch um 21 Uhr einen Termin wo ich noch Votes da muss und da gehst du besoffen hin Bye have a beautiful time was hast du denn in deiner Flasche Wasser Wasser ja glaubst du ich kann mir immer ein Bier leisten ich weiß ja nicht wie du deine Prioritäten setzt ich gehe mal schauen ob ich mit dem Herrn Jones reden kann der ist im Store drin gerade habe ich mir ein Bad genommen du hast den Bad das würdest du auch mal machen ich gehe in den Seebahn ich zahle auch kein Geld dafür siehst du auch was was wie bitte so rieche ich auch ja so Mary hast du mal wann hast du letztes Mal in den Spiegel geguckt ich war gerade Baden was willst du von mir ja okay alles klar und hat geholfen entscheidet nicht also ich schau mir dann gleich den Salon an wenn ihr dann mit dem Quatsch wollen wir uns danach dann hier treffen oder wo mit wem quatschen ihr wollt doch mit diesen Jones reden oder nicht Perry redet mit dem ich habe gerade ich habe gleich ein Treffen mit ihm ach so du von der Schmelze okay ich gehe da noch mal kurz zum Stall mit meinem Pferd vielleicht kann ich einen Job für uns besorgen Whisky bitte was ich sagte vielleicht kann ich einen Job für uns besorgen ja ich bin für alles offen ich gehe noch mal kurz zum Stall ich treffe mich mit gar keinem kommst du ich bin der kleinste Cowboy der Welt komm Buttercreme jetzt weiß ich wie shorty sich fühlt ich bin halt echt klein und ich glaube da diese diese Kleinheit ich glaube da gibt es einen Fehler im Spiel momentan jetzt gerade habe ich ihn nicht aber ganz oft wechseln sich meine Augenfarbe mein Gesicht und so ein Quatsch alles das liegt wahrscheinlich daran weil ich den kleinsten Charakter genommen habe hallo hört auf mich auszulachen ich bin klein aber oho da wo Gott mir die Dings weggenommen hat die Größe hat er so woanders wieder hingetan ja ich bin Sheriff Shorty alter hol die Partner ich habe mein Geld vergessen da ist mein Pferd steht im Stall ich bin klein aber ich bin flink hallo lasst mich in Ruhe ihr ärgert ich habe 64 F-Persen das regt mich auch bitte trage ich dir das nicht so auf mit der Hand das wären unruhig, die Leute warum erinnert mich keiner daran wenn ich Geld von der Bank abheben muss sag mal Mary, willst du die Pulle schmeißen? vielleicht okay Randaliererin nein, ich verlasse die Stadt nicht hören sie auf damit bitte Dankeschön Bruder, das ist RP das ist weder Online noch Story-Modus willst du dann, wenn ich mitkomme? äh, wohin? äh, wenn ich mit Thompson kann ich machen, ja kann ich machen ich habe immer eine kleine Tretleiter dabei lasst mich in Ruhe der Server, der ist full also halt 32 Slots, ne? mehr geht noch nicht das soll aber dieses Jahr aber das kennt man ja ähm das Update für Red M Kombi für 5M das 64 Slots oder sogar bis zu 128 Slots äh, zur Verfügung stehen warte, wollte ich nochmal kaufen ich habe schon wieder vergessen Soon ja, aber das liegt ja nicht hier da liegt er nicht in den Betreiber in die Hände von dem Betreiber von dem Server Bruder, das tiltet mich so sehr dass ich nicht sehe wie viel Geld ich gerade habe, ne? es tiltet mich einfach nur aber ich habe schon im Discord im Feedback äh Forum reingeschrieben dass das cool wäre wenn man das UI nach links schien würde das ist ein Horn achso oh mein Gott oh mein Gott das habe ich gemacht okay hab ich irgendwas gekauft Satteldecke aber ich habe doch eine Satteldecke jetzt muss ich hier rauslaufen ne, ich habe nichts gekauft 5 Dollar hab ich oh, ich bin so lost, Alter unnormal aber macht Spaß müssen halt mehrere große Streamer kommen damit mir Leute interessiert und dann Red Dead Redemption das stimmt schon das stimmt schon ja ach, vielleicht hat man Glück ach hier Satteldecke stimmt ich kaufe die einfach also Server ist voll aber Whiteless ist halt komplett zu 2 Dollar hat die gekostet aber Whiteless ist halt komplett full und sonst ich hoffe euch geht es einem gut und wir gucken uns das mal hier an ist halt wie gesagt sehr ruhiges happy familiäres happy obwohl ich noch gar nicht so viel Kontakt zu fielen hatte bei mir ist auch alles gut ich hatte zwar heute wieder einen Ruhepuls von 400 weil hier nichts funktioniert hat aber scheint zu laufen nur mit der FPS bin ich noch nicht zufrieden aber das mache ich schon da musst du das Zeug hier mal wegschmeißen ist ziemlich lässig die Frage ist aber wenn man da viel mehr Golfe kommt wie am Fluss dann lohnt sich das das tut man nicht, nein das werden sie alle nicht am Fluss ja gut ja genau ich hab mit Böben geredet er ist dabei und was sagt Barry das geht in Ordnung mit seinen Platten dann bist du wer entschuldigung ja bitte ja bitte mir wurde gesagt dass sie oder irgendjemand von ihnen Eisen braucht Eisen, unser Freund, ja wo ist denn ihr Freund? der rennt hier irgendwo rum wie sieht er aus? ne was äh ja wie sagt man dunklere Haut ein bisschen verschmutzt ihr Bruder mein Bruder war eben noch hier ich glaub die Map ist viel viel weiter ich hab hier ne Karte ich kann euch zeigen danke schon tust das ist die Map also der ganze Teil hier bis hier unten links das ist so Texas also dieser Mr. Thompson ja das ist riesig was ist das für ein Kerl? wer zum Teufel ist Mr. Thompson? Mr. Thompson ist der der Saloon in Rhodes gehört und mit dem triffst du dich gleich ja Mr. Thompson ist wohl auch so ein bisschen im Goldgeschäft es waren das Informationen, die ich bekommen habe ich weiß es noch nicht sicher ich hab mit dem noch keine Geschäfte gemacht huch huch da klebt irgendwas an meinem Messer Barry? ja der Typ der vorne ins Hotel rein ist der hat eben noch die gesucht der will dir der will dir der will dir Stahlplatten oder so an Bonjour mir Stahlplatten andrehen ja ja der hat doch mitbekommen weil du doch mit dem Jones gequatscht hast wegen dem Stahl ja ich geh mal hin merci Lucky, Mila, Goofy spielen Jamar will auch unbedingt aber White ist es noch geschlossen und zu Finn und Leon mein Ohr ist geplatzt Bonjour, hallo wie geht es Ihnen? Madame Marie Monsieur Virgil sehr gut Monsieur Barry ist auch in der ja, Bering ist bei dir aber sie eine wie sagt man eine Arbeit gefunden? ähm ja so in etwa ja war ja genau ja und ich bin bald wahrscheinlich im Saloon in Rhodes ah mhm ich verstehe ich verstehe äh ich mache dort einmal äh ja Barry ich weiß dass du mein Kumpel bist aber ja ich war wie damals kurz auf der Show das ist ein sehr schönes Lokal doch alles gut ich hoffe doch ich werde mir das heute mal anschauen mit dem mit dem Besitzer du bist wie ein Bruder für mich Barry aber setz dich setz dich mein Mr.C fertig äh ja genau ich verstehe ich verstehe sehr gut haben sie schon überlegt für Öffnungszeiten äh noch gar nicht also heute ist erstmal heute schaue ich mir das erstmal an und dann überlege ich ob ich da wirklich arbeiten möchte oder nicht ah ich verstehe ich verstehe weil sie brauchen Hilfe mit äh irgendwelchen Papieren mit äh Rechtsproblemen dann wende sie sich gerne an mich ja wahrscheinlich brauche ich erstmal jemanden der das lesen kann und dafür habe ich erstmal Mr.Burban da ich kann lesen mhm Sie können lesen ja wunderbar tatsächlich schon ja äh Monsieur wie war der Name Burban Burban sehr freut mein Name ist Baptiste Perroquet ja auch sehr freut wo kommen Sie her wenn ich fragen darf das spielt halt eine große Rolle gerade ich wollte nur öffentlich sein ach so ja ich möchte die Frage nicht äh beantworten äh gut dann nicht deine Männer sind immer sehr eigen welche Männer? Kleine? Kleine ich bin nicht klein ich verstehe das kann ich so nicht äh bestätigen dass kleine Männer immer komisch sind aber äh das ist ja sein Recht äh natürlich nicht zu sagen wo er herkommt nicht wahr aber sie zufällig Madame Hale gesehen zufällig die Dame von der äh von der wie sagt man hier äh Scherif äh nee hab ich nicht gesehen heute hm zu schade zu schade ähm der äh der ich glaube der Juan hat sich gesucht Bye have a beautiful time woa zwei Tagen Juan Carlos ich Mexikaner mit einem Esel Mexikaner mit einem Esel okay dann Wannes würde auch nicht sie ich habe gesehen einige Mexikaner mit Esel in der Gegend aber ich bin nicht gut mit denen bekannt okay dann Wannes würde doch nicht sie ich lese gleich übrigens danke für die Re-Subs und Zubs ich habe Durst warum habe ich nichts zu trinken geholt ich bin so ein Durst sagt der denn was er möchte ähm weiß ich nicht mehr ich verstehe ich verstehe darf ich die Herrschaften eine Frage stellen haben sie eine ungefähre Ahnung wo ich treffen kann jemand von der Zeit ich muss auch erstmal in das LP reinkommen ich bin ganz ehrlich das ist nicht so einfach was zum äh ja okay ganz kurz auf Was? Hallo? Hallo? Da wird der kleine Köttest wieder von seiner Schwester verwöhnt. Hallo? Ich hab nur gefragt. Ja, Baywaza ist halt eine ganz andere Welt, ne? Das muss man auch lernen. Aber ansonsten gebe ich wie gerade sowieso keine Information preis. Ich verstehe ja, dass das so familiäres AP ist, weil nicht so viele Spiele da sind. Sag mal ein bisschen, ach, die Klappe, Queen. Und alle geben direkt preis, wie sie heißen und woher sie kommen und so. Und ich möchte ein bisschen außerhalb agieren. Ja. Die Spielwelt ist absolut krass. Ich weiß nicht, wie die Qualität gerade im Stream ist. Ich kann das echt nicht sagen, weil ich sehe es nicht. Käsekuchen gab es noch nicht. Aber wenn das Tier anfängt zu donnern und zu blitzen und zu regnen, dann ist es endkrass. Bombegrafik. Das ist halt eine Zeit-Undership vor 200 Jahren. Das stimmt. Ich erwisch mich selber, wie ich... Ich war vorhin zum Beispiel beim Testen, ob das Spiel nicht abstürzt, weil ich Gold schürfe und sag so... Und sag so zum Gefühl, boah, ich krieg einfach nichts. So, und das darfst du halt nicht. So, du musst dich halt daran gewöhnen. Ausreichend. Alle sagen, es sieht Bombe aus und du sagst ausreichend. Läuft besser als GTNP, dat auf jeden Fall. Ups. Du spielst ja quasi deinen eigenen Film. Aber alle, dat ist dat Gute. Alle haben hier Bock auf LP. Weiß ich gar nicht, ob ich DLS anhoff. Meistens treibt er sich unten am Hafen rum und manchmal auch im Industriegebiet. Von Santinista? Genau, ja, der Herr Johnson. Der die Pflanzen ankauft? Genau. Ja. Ah, okay. Ich soll auch ein Doktor sein. Also er ist selber auch ein Doktor. Ah. Okay, okay. Und was gibt er ihnen denn für Eisenplatten? Das kommt immer drauf an. Meistens so 1,50 Dollar bis 2 Dollar. 1,50 Dollar bis 2 Dollar. Und schon viel. Das ist ordentlich, ja. Aber es ist auch eine Menge Arbeit. Ja? Wieso? Wo müssen Sie hin mit dem Eisenherz? Das ist schon anstrengend, die ganzen Eisenplatten zu schmelzen. Auf jeden Fall anstrengend. Okay, verstehe. Doch, das ist eine Mexikanerin mit Esel. Meinten Sie Diesel? Ja, genau. Ja, das ist er. Das ist er doch, der Carlos. Vitelli waren sie richtig. Ich verstehe, ich werde dann mal fragen. Wenn ich das nächste Mal in Santinista bin, dann bin ich mit dem Herr Johnson. Der ist der beste Mexikanerin, den ich je gesehen habe mit jedem Typ da vorne auf dem Esel. Ist hier mit Diesel? Er ist richtig. Er ist richtig gut. Ich wollte einfach nur nachfragen. Ah, hallo. Äh, genau, richtig. Wollen wir zur Seite gehen? Ein bisschen. Ja, können wir gerne machen. Möchten Sie einen der Herrschaften gleich mitnehmen? Äh, ja. Der Herr Böhm kommt mit mir. Ich komme mit mir. Da vorne ist Juan, ne? Ja, wir können später mit Juan reden. Achso, willst du jetzt los? Ja, schon. Entschuldigung. Ja, okay, also. Okay, dann. Wir können direkt los. Aufsitzen. Ja, MPCs auch. Haben Sie alle ein Pferd? Ja, natürlich. Natürlich. Barry, wir reiten los, ne? Treffen wir uns danach wieder hier oder dort? Boah, das ist eine gute Frage. Ich kann, kann ich nicht beantworten, deshalb sage ich, wir treffen uns dann da wieder. Ja, wir warten. Okay, gut. Okay. Hiiha! Ja, das... Also, ich habe den Online-Modus von dem Spiel natürlich totgesuchtet. Ich habe letztens nachgeguckt. Ich habe da, glaube ich, 1300 Stunden... Das habe ich damals mit Jamal gezockt. Endlos lange. Und irgendwann wurde ich dann gebannt, weil ich vom Haze aus dem RP Tierfälle verkauft hat, die der gecheatet hat, der Dreckiger. Barry kommt dann nach Rhodes, ne? Okay. Oder Rhodes. Ich kann mir den Namen nie merken. Rhodes. Und Sie sind? Und die paar anderen? Meinen Sie mich? Ja. Ich bin der Cody. Ich bin der Cody. Der Cody? Und Sie sind? Ja, so richtig. Ich bin der Thompson. Wenn ich mir vorstellen darf. Ich handle... Ich handle mit Waren, die nicht das üblich sind. Sag ich mal. Unter anderem? Unter anderem... Ja, Sachen, die interessant sind. Da fällt alles drunter. Hmhm. Lassen Sie mich raten, Gold. Nein. Alle sind im Goldfieber. Nein, nein, nein. Gold mit Götter wird nichts mehr gut. Es gibt andere Dinge, die mehr wert sind als Geld. Tatsächlich. Tatsächlich, ja. Waffen. Naja, obwohl, Waffen sind nicht so wertvoll. Ich glaube nicht, dass der Büchsenbacher viel verdient. Das glaube ich auch nicht. Ähm. Na, aber es liegt auch richtig, dass Sie einen Job suchen im Salon. Ich hoffe, ich überfalle sie nicht. Das haben ja halt nur die Scherife erzählt. Mary, der Mann hat dir eine Frage gestellt. Äh, was? Entschuldigung. Obst du einen Job im Salon suchst? Ähm, ich ja. Ja. Okay, das ist gut. Das ist gut. Ähm, wie wir das mit der Bezahlung machen, da wären wir uns bestimmt einig. Mhm. Was schaffe ich doch? Was denke ich? Also, ich brauche auf jeden Fall jemanden, der für mich den Laden schmeißt, wenn ich unterwegs bin. Geht auch schon das Gerücht rum, dass irgendein, der direkt, äh, bei Roads in der Ecke eine große Tabak, ähm, Farm im Aufbau ist. Das bedeutet viele Leute. Richtig. In der Nähe. Das ist gut für das Geschäft. Das denke ich, ja. Ich denke, Roads wird der Dreh- und Angelpunkt. Ja, ich hoffe. Ich mag Valentine nicht. Ist alles zu dreckig hier. Vor allem die Geschäfte. Das stimmt, ja. Die hier abgewickelt werden, sind dreckig. Na ja, immerhin, wie man sieht, ne, mit wie man Geschäfte macht. Und Sie, was haben Sie so gemacht, oder was machen Sie? Ach, Sie meinen mich? Ja, ja, natürlich. Ach, ich reite nur und genieße die Freiheit. Auch interessant. Hello, Mr. Hello. Ich würde sagen, wir können ein bisschen zügiger reiten, sonst sind wir morgen noch nicht da. Ja. Ne, Mary? Bisschen zügiger hier. Stimmt, ich habe das Pony noch gar nicht getestet, Junge. Ab im fünften Gang, let's go. Schon wieder dreckig. Oh mein Gott. Mir kommt das Bild ein bisschen zu blurry vor. Ich habe gehört, man kriegt irgendwie 1,30 Dollar oder so. Einfach Händlegen, Meter vom Pferd verändern, Junge. 300 Kammer. Bye. Have a beautiful time. Danke. Maschine, wann kommt Dings? Man kommt Cody-Burm-Cinematic, Junge. Im Cowboy-Style. Soll ich ein paar Bretter verteilen, willst du aufnehmen? Ja, ja, das sind NPCs. Also es gibt ja auch, wie ein 5M, falls ihr das nicht kennt. Sind 32 Spiele online und das sind NPCs. Die dich auch angreifen, so ein Quatsch, ne? Wenn du da Welle schiebst und die knall nicht weg. Ich glaube, es gibt kein Rob-Sidee, weiß ich nicht, bin mir nicht sicher. Guck, das ist ein NPC. Kann kein Englischer. Leider nein, leider gar nicht. Wer von euch hat denn schon Red Dead Redemption gespielt? Story oder Online-Modus? Alle haben da doch gezockt, außer ich. Die Story-Modus. Den Story-Modus, sorry. Die Story habe ich nicht gespielt, aber Online. Ich habe alles weggeschossen. Ich habe, ja, ich weiß, dass die Story richtig krass sein soll. Ich habe es trotzdem nie gespielt. Ich hatte so gedacht, mal vor zu streamen, aber man kennt mich. Hi! Hi! Na ja, wenn man sich da mal nicht die Finger verbrennt. Am Ofen? Oder wo? Am Ofen? Nein, nein. Bei den Herr Jones. Ach! Ach! Ich meine, ich verkaufe auch meine Nuggets, wenn ich welche habe. Ja, ja, natürlich. Ihnen ist aber schon klar, dass das komplett unterm Wert ist, was ich da verkaufe. Ja, ja, das ist klar. Aber sich die Mühe machen, das alles zu schmelzen und da. Und wenn man so viel Gold hortet, oder direkt an die Bank verkauft, dann weckt man einfach den Teufel. Nein, mit viel Reichtum kommt viel, viel Macht und viel Verantwortung. Vor allem, wenn man damit so rumprallt. Und irgendwelche Araber reitet. Goldene. Oh. Gute Jagd. Howdy. Howdy. Ähm. Das waren wiederum andere Spiele. Ja, wir müssen jetzt hier auch mal ein bisschen links reiten. An den Schienen lang. Okay. Das ist aber rechts. Ja, meine ich doch rechts. Ja, rechts links Schwäche. Ich krieg mir mit. Ja, wir sind falsch abgebogen. Nee, der hatte ein gehäutetes Tier hinten drauf. Das ist ein Jäger gewesen. Der jagt Tiere, dann häutet er die und verkauft die. Und selber spielen sie? Also wir wüssten jetzt auch etwas weiter reiten über die Weser. Boah, die Charlie war damals auch dabei. Bekannter, Freund, Bruder scheinbar nicht. Ich jetzt. Ja, ja. Ich bin nur ein Bekannter. Ah, nur ein Bekannter, okay. Oder wie würdest du mich bezeichnen, Mary? Na, man kennt dich doch nicht so. Bye. Have a beautiful time. Wer kennt mich nicht? Niemand kennt dich. Und ich brauche auch niemanden kennen. Ich bin ein einsamer Wolf. Nee. Ich habe, Alter, wir haben alles über den Ofen geschossen. Aber darum geht es hier ja nicht. Ich habe auch gar keinen Bock hier zu knattern. Ich bin ganz ehrlich. Vor allem, weil die das eh voll cool gemacht haben. Du kannst dir nicht Third-Person abusen und so. Wenn du schießt, passiert das ja. Du musst in First-Person schießen. Ohne Kross, ja, ne? Hallo, ihr Saale. Geknattert mir nur im Salon. Nee, da wird sich geboxt. Also, es gibt in Wellenteilen täglich Schlägereien im Salon. Wir können abkürzen. Wir rechts lang reiten. Okay. Ich komme gleich nach. Ja, klar. Okay. Interessant. Okay, pass auf. Ich erzähle euch ein paar Sachen. Maultrummel. Äh, du kannst dir tatsächlich Häuser kaufen. Habe ich selber noch nicht gemacht, weil die, glaube ich, ziemlich teuer sind. Regelwerk ist ganz knapp gehalten und das Übliche halt, ne? Was mittlerweile jeder in der RP-Wild verstehen sollte. Du sollst kein VDM machen oder HDM-Horse-Dings-Deathmatch. Du sollst nicht einfach Leute abknallen und so. Du kannst Häuser kaufen. Du kannst ein eigenes Business aufbauen wie ein Salon. Was war noch die Frage? Warte. Ähm, es gibt hier ein Permadeath-System. Du kannst jederzeit, wenn du stirbst, kannst du einfach Permadeath-Teil sein. Ist am Arsch. Ist halt so. Ist auch gut. Ja, HDM heißt das hier oben mal. Und sonst diese ganz normalen Standardregeln. Man hat richtig struggled mit dem Wild hier im Puma-Swerve-Editionen-Fahrenkreuz. Ich glaube, wenn du ganz lange GTA-ähnliche Spiele, weil Red Dead Redemption ist einfach nur eine 1-zu-1-Kopie vom System her wie GTA, wenn du ganz lange gezockt hast, weißt du genau, wo das Fahnenkreuz ist oder wo die Bildmitte ist. Kann man Häuser reservieren, indem man planbar vorstellt? Nein, Bruder. Oh, bitte tritt mich nicht, bitte tritt mich nicht. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, fragt euch. Ich weiß auch noch nicht alles. Und ich weiß, dass die Devs da wirklich gerade hinterher sind, noch ein paar Sachen einzubauen. Die nehmen auch sehr viel Feedback von der Community an. Warum liegt hier Stroh? Darf man fragen, welcher Server? ist Home-Brand-Roleplay, heißt der. Ich werde den verlinken noch. Hier gibt es dann Random-PD. Was meinst du damit? Kann man Deutschland, Jordan? Komm, boah, jetzt mal Video geht. Die haben viele Hände versteckt. Genau, das ist auch noch so eine Sache. Es ist wirklich, also, es ist wirklich Hardcore. Ehrlich jetzt. Ich weiß nicht, ob es extra gemacht wurde oder ob das vielleicht noch fehlt als Feature auf der Karte, so als Dings. Aber nehmen wir mal einfach an, ihr wollt Holzhacken gehen oder in die Mine, Bergbau machen. Farmen halt, ne? Den Händler dafür zu finden, der euch die Spitzhacke verkauft, das werdet ihr nicht herausfinden, ohne RP zu machen. Den Typen werdet ihr nicht finden auf eigene Faust. Ihr müsst RP machen, damit euch irgendeiner, weil irgendeiner hat den mal irgendwo gefunden durch Zufall. Und ohne RP zu machen, werdet ihr diesen Händler nicht finden. Naja, klar, das ist halt absolut Hardcore, ne? Zum Beispiel bei einem Ladenüberfall. Du kannst in einem Generate Store, ich weiß jetzt gar nicht, ob das ein Spieler ist. Moment. Ne, ist keiner. Wenn ihr einen Laden überfallen wollt, braucht ihr Dietrich ja. Und keine Sau weiß, also zumindest hab ich das noch nicht gehört, wo man Dietrich hierher bekommt. Ne, ne, du gehst nicht einfach in den Baumarkt und kaufst dir eine Hacke. Das Farming-System ist ganz simpel, du gehst hin. Warte, ich kann mal... Da ist grad nix in der Nähe gegangen. Du gehst ganz hin und baust einfach ab so. Aber überhaupt erstmal die Möglichkeit haben, arbeiten zu gehen, ist halt verdammt schwer. Ich glaub, das ist der Salon. Ja. Kann man sogar abschließen, der Salonbesitzer. Mary? Ja? Seid ihr oben? Nein, unten. Absolut wunderschöner Salon. Ich zeig kurz Mary noch die restlichen Räume. Warten Sie aufhine, bitte? Ja, ja, ich warte, ich warte. Erst gleich. Die Tür ist zu. Da muss ich mal an den Schlösser kommen. Aber stand da nicht eben... Ja, ja, Oma, du gehst... Pass auf. Das System ist so... Das hab ich kurz mal im Ausprobieren... Du gehst in den Laden rein, in den General Store, schießt um dich rum. Es spawnen um dich herum, um den Laden. Es spawnen NPCs, Polizisten. Ne? Weil 32 Slot-Server, noch nicht so viele Marschads unterwegs, die das irgendwie handeln könnten im RP. Um die Verbrecher zu jagen. Es spawnen NPC-Bullen, die dich aus dem Leben knattern. Und du brauchst einen Dietrich, um die Kasse aufzumachen. Du kannst auch versuchen, die Kasse so aufzumachen. Aber dann ist die Chance sehr hoch, dass du das Schloss erschloss und nix kriegst. Musst du mal zu den Gamern das Online-Paket kaufen? Ich weiß nicht gerade, was du meinst. Du brauchst auf jeden Fall, um RP zu spielen, die Vollversion. Achso, random permadeath. Ja, wenn ein anderer Spieler dich verkloppt oder so. Du irgendwo aus Durseligkeit ruhen. So habe ich das verstanden. Es besteht halt die Möglichkeit, wenn du K.O. gehst. Nicht K.O., sondern wenn du bewusstlos wirst, dass du ein Permadeath bekommst. Es gibt zwei Arten. Du kannst einmal K.O. gehen. Dann bist du kurz außer Kraft gesetzt für zwei, drei Minuten. Stehst dann auf und gehst, je nachdem, was du erlebt hast im RP, zum Arzt. Lässt dich da behandeln in Valentine. Und es gibt einmal, du fliegst von, was weiß ich, Alter, von dem Berg runter und bist bewusstlos. Genau. Und du kannst im Support einen Duell beantragen. Zum Beispiel jetzt ich gegen Jamar. Und das wird dann so ein kleines Server-Event. Irgendwo in Valentine wahrscheinlich. Und dann haben zwei Cowboys ein Duell. Und derjenige, der verliert, ist tot. Wird sterben. Mr. Rowland, musst du tatsächlich, ja. Wenn du ins Schneegebiet gehst, guck mal unten rechts. Ich weiß auch nicht, warum das so fast transparent ist. Unten rechts hast du ein Dings, wie warm dir ist. 33 Grad. Ist mir gerade. Ich müsste die Jacke ausziehen. Weil es schon ein bisschen warm. Wenn du ins Schneegebiet gehst, musst du auf jeden Fall mit Jacke. Sonst wird Aua. Gibt es ein Schadensmodell oder muss der Spieler humpeln? Ich glaube, es gibt gar keine Verletzten. Boah, das ist eine gute Frage. Aber weiß ich noch nicht. Ich war noch nie so schwer verletzt, als ich das hätte sehen können. Es ist sehr geil gemacht, klar. Äußerst ein komplettes anderes Universum. Das ist schon sexy. Ich tue mich noch schwer mit. Ich muss es zugeben, aber ich werde es lernen. Ich habe auch echt überlegt, was für einen Charakter ich zock. Ich wollte doch so eine Art Curtis zocken. Mit auch mit der Stimme als Kräuterkundler. Aber das wird, glaube ich, nicht so gut. Hätte nicht so gut hingehauen. Hast du schon einen schwarzen Schäfter? Darüber lese ich jetzt. Macht es dir mehr Spaß als geht her? Natürlich. Weil es halt was Neues ist. Bin Arzt dort. Du bist der Arzt, Filejumper? Ich weiß auf jeden Fall, dass ich in die Richtung Text-Collector gehen werde. Wenn irgendjemand irgendwo Schulden hat, würde ich die eintreiben gehen. Weil das liegt einfach in meiner Natur ein bisschen. Mit dem Revolver so. Und mein großes Hobby sind einfach Kräuter. Und die Mila lässt sich gerade in Saloon zeigen, weil die hier arbeiten wird. Hatte ich auch überlegt, Oma. Hilly Billy Curtis in Latz Hose und so. Aber da hast du dann halt nicht so viele Möglichkeiten. Weil du musst bedenken, wenn du dich entwickeln möchtest, der kann dann nicht einfach auf einmal einen Anzug tragen oder auf übelst einen Gangster-Boss machen. Die guten alten Kräuter, natürlich. So kann ich gut mit dem Arzt zusammen erpähen, finde ich gut. So kann ich gut mit Spielern zusammenspielen, die einen Indianer zocken. Ne, dann kann ich zu den Kräuter, denen kann ich Kräuter abgeben. Vielleicht können die mir sogar was beibringen. Stell ich mir Fanny vor. Ein Zwerg möchte Geld eintreiben. Bruder, was bringt dir ein 3 Meter großer Charakter, wenn du nichts kannst, wenn der Zwerg kommt und dich einfach auseinander nimmt. Ja, ist schon gut gemacht. Ist schon gut gemacht. Ein paar Sachen finde ich persönlich ziemlich rein wegen der Ästhetik und so und dem Spielgefühl an sich. So Menüführung finde ich absolut schlimm, wie unten das UI und die Anzeige für Geld und so. Das hätte ich vielleicht nach oben rechts getan, weil du unten rechts auch immer diese Anzeigen hast und so. Bye, have a beautiful time. Monschein kannst du auch machen. Habe ich aber nur bisher im RP gehört. Es rennt ja auch von... Ich habe auch von jemandem gehört, der ganze Tabak-Plantagen irgendwo macht. Und der macht daraus sogar Zigarren und verkauft. Und? Ja. Das hört sich schon ganz gut an. Das ist deutlich schöner hier als in Valentine, muss ich ehrlich zugeben. Ja, nicht so rau. Nee, Valentine ist einfach, ich weiß nicht, für mich ein Lager voller Banditen. Ich sehe, sie haben Geschmack. Zukreiber, Pferdediebe. Ich sage es ihnen. Ja, da bleibt sich alles von. Broads ist bei weitem angenehmer. Oder Blackwater. Ja, Blackwater ist auch schön. Blackwater ist auch schön, aber ist direkt halt neben Valentine und da bedeutet, die ganzen Leute kommen da durchgerissen. Aber das Ding an Rhodes ist halt der Angelpunkt, weil wie gesagt, die ganzen Leute, die vom Hafen kommen, neu einreißen und so, die müssen halt hier vorbei. Das stimmt. Also meine Unterschrift haben sie auf jeden Fall Rhodes zu beleben. Ja, morgen ist die Eröffnung. Morgen ist schon die Eröffnung. Donnerstag. Ach ja, Donnerstag. Donnerstag, genau. Morgen muss ich aber noch ein paar Einkäufe erledigen. Ich meine, die Flüsse sind hier nicht so schön und Krokodil verseucht, aber es gibt nichts, was ein Revolver nicht klären könnte. Sie suchen keinen Job. Ich suche momentan keinen Job, nein. Okay. Wenn Sie einen suchen, wählen Sie sich bei mir. Oder sagen Sie Mary Bescheid, wenn sie sich für den Laden entscheidet. Als Barkeeper? Nein, 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 nein. Ich bräuchte wen, der auf die Kleiderordnung achtet und ein bisschen für Ruhe sorgt, falls das hier Probleme geben sollte. Ja, das mache ich kostenlos. Oh, das war ein kostenlos. Sehr gut. Gut, ja, das wäre es eigentlich meinerseits. Welcher Sheriff ist denn hier für zuständig für das Gebiet? Das müssten die zwei Brüder sein. Ich weiß gerade nicht den Namen. Thompson, Johnson? Ach nein, keine Ahnung. Ich kann es eben nicht sagen. Es gibt aber nur zwei Brüder, die Sheriff zu sein. Okay. Stimmt, man trägt ja keinen Hut drin. Na gut, wir haben ja noch nicht eröffnet. Die Partnerschaften, die da sitzen, die testen gerade nur das Essen. Na, der da vorne geht sich aber schon am Club. Oder ist der der Klavierspieler? Nein, er ist nicht der Klavierspieler. Ja, Oma, du kannst Hausjäger kaufen, glaube ich. Zigaretten können wir auch später verkaufen. Da muss ich halt nur schauen, wo ich mich herbekomme. Ich möchte halt nur ungern von der gewissen Person was kaufen, die jetzt das Zeug verkauft. Ja, kann ich. Na ja, dann ziehen wir unser eigenes Ding hoch. Also, wenn sie sowas hinbekommen, bin ich Abnehmer. Ich habe eine echte Vorliebe für Kräuter. Ich denke nicht, dass das ein großes Problem sein wird. Hier oben eine Ecke eine kleine Tabakfarm zu bauen. Ich denke auch nicht, dass es ein Problem wird. Wenn ich bauen sie irgendwo dazwischen, das sieht kein Mensch. Ja, also ich bin Abnehmer auf jeden Fall dafür. Was wollen wir noch machen? Eventuell ein Koch einstellen, der Gerichte kocht. Aber ich glaube, Mary, sie werden dann nur für Getränke zuständig. Je nachdem, wie sie Lust haben. Sie können natürlich auch Essen ausgeben. Oh, ich bin nicht sehr begabt in der Küche. Nein, nein, nein. Sie müssen nicht kochen, nur ausgeben. Ach so, nur ausgeben. Okay. Hat das schon Angst, ne? Dann hätten wir hier keinen guten Ruf. Naja, das würde wahrscheinlich der gute Alkohol wieder wegmachen. Ja, das stimmt. Naja, das ist ja schon, das ist ja kein Saloon mehr, das ist ja schon ein Restaurant. Es ist ein Lokal. Gehobenes Etablissement. Genau. Ja, hier wird noch ein bisschen was gemacht. Also ich werde die Tage noch ein paar Möbel bestellen. Eventuell stellen wir dort hinten noch eine Couch hin vor dem Fenster. Das Glas ist doch schmutzig, das muss sauberer gemacht werden. Du lachst, Mary, das ist später deine Aufgabe. Ja, ja. Ne, so geht das nicht hier. Da dreh ich durch, wenn ich sowas sehe. Da werde ich zum Wildtier. Ja so, Mary, wenn die zwei Sheriff-Herren hier ab und zu mal reinkommen, der erste Trink geht immer aufs Haus, damit man es ein bisschen besser versteht, damit man sich nicht in die Quere kommt. Und am dritten wird gepanscht mit Wasser. Das bleibt mir aber überlassen. Gut, gut. Okay. Also so, das hört sich erstmal alles gut an, aber wir quatschen dann morgen nochmal. Genau, genau. Also, wie die Sonne untergegangen ist, bin ich auf jeden Fall Wellenthal. Mhm. Gut. Dann würde ich jetzt hier noch ein bisschen was abschließen, was erledigen und dann nochmal nach Wellenthalen reiten. Sie können gerne von reiten, Sie müssen nicht auf mich warten. Okay. Sie können sich gerne bereden. Und dann würde ich... Ich bleib hier, ich werd nicht auf mich hin reiten. Außerdem hab ich zu Barry gesagt, dass wir hier auf ihn warten. Genau. Ich weiß nicht, weil das Mr. Virgil ist, aber der wollte sich ja mit diesem Goldbaron da treffen. Mhm. Ah, okay, okay. Ähm, Sie können auch hier drin warten. Ich lasse von euch die Tür offen. Okay. Und du kannst dich hier entsetzen. Alles klar. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Brauchen Sie irgendwas? Einen Kaffee, Wasser? Nee, danke. Äh, nee, ich auch nicht. Alles gut. Okay, gut. Wäre halt natürlich aufs Haus gegangen. Ja, alles gut. Baby, brauchen Sie sicher nichts. Also, umsonst. Nee, nee. Nee, nee. Okay, okay, alles klar. Okay. Dann finden Sie sich wie zu Hause. Und ich hoffe, Sie entscheiden sich positiv für mich, Mary. Ja. Und dann sehen wir uns morgen. Alles klar. Vor der Bank am Mist. Mhm. Ciao. Tschüss. Ich bin gar nicht klein. Hello. Du bist schon klein. So klein bin ich nicht. Ich habe das Faustdick hinter den Ohren, ja. Du kannst doch eh kein Klavier spielen. Schiel da nicht so drauf. Vielleicht doch. Vielleicht nicht. Kannst du es? Kannst du es? Zeig, was du kannst. Ähm. Oh. Du kannst nicht lesen und nicht schreiben, aber du kannst Klavier spielen. Hey. Ich bin quasi oft in Salons gewesen. Ja. Weswegen? Geht sich das was an? Darf ich nicht fragen? Ich muss gucken, wo ich mein Geld herbekomme. Ach, du hast dein Geld also mit Musik verdient. Nicht nur mit Musik. Und was denn noch? Wenn die Herren da mal vorbeigehen, dann greift man kurz in die Tasche. Oh mein Gott. Oh. Oh nein, nicht hier. Nicht hier. So, ich mach mich schlecht. Geh raus. Oh mein Gott. Marion Kübel. Das war mir mal kurz schlecht. Hallo? Du musst mal rechnen beibringen. Hau doch nicht so in die Tasten. Wenn der Klavier kaputt geht, wird das halt früher. Ich hab ihm gesagt, ich kann rechnen, aber ich kann gar nicht. Ich kann dir rechnen beibringen. Okay. Stimmt. Wie würdest du im Salon arbeiten, wenn du nicht rechnen kannst? Ja. Also, ich hab so ein bisschen was gelernt mit Händen, aber das ist schon echt schwierig, so zu zählen. Okay, was hast du gelernt mit Händen? Ja, also ich meine, ich meine zu zählen mit Händen. Zum Beispiel ein Goldklumpen ist ein Finger. Ein Goldklumpen ist ein Finger? Mhm. Und fünf Goldklumpen sind eine Handvoll. Schönes Lied. Guck, ich schreib dir mal ein paar Aufgaben hier ins Buch. Mhm. Kannst du dir halt abends durchlesen und gibst du mir morgen wieder. Okay. Hey, wenn du so gut lesen kannst, ha? Mhm. Was steht da oben? Wo, über dem Klavier? Ja. Ähm. Profanity, full language and other antisocial behavior is prohibited while on this premise. Okay. An der Aussprache hapert's noch, ich weiß aber. Ist doch nicht meine Muttersprache. Ja gut, sollen wir raus? Ähm, ja okay. Oder wolltest du jetzt hier noch? Ja, ich dachte so. Guck mal, der Frau hält mich jetzt schon ganz warm. Mhm. Aber wenn geschlossen ist, warum? Oder sind das so Privatgäste? Ohohohohoho. Hast du gesehen, wie ich die Tür aufgemacht hab? Ja. Absolute Gentleman. Bin ich auch. Ich muss mir feinere Kleidung dann zulüten. Das will ich sehen. Tja, die Frage ist, wann dein Bruder ankommen wird. Ähm, tja, das ist eine gute Frage. Hm. Ich weiß nicht, wie lange deren Gespräch geht. Kann ich dir auch nicht sagen. Ich weiß leider auch nicht, wo die Schmelze ist. Ich weiß, wo die ist. Aber es ist halt ein Wellenthal. Ja. Ach, wir warten einfach hier. Bruder, es ist halt echt schwer zu kommunizieren ohne Handy, ne? Ich sag, wie es ist, Alter. Kommst du? Das Wetter ist zufällig. Das wird hier nicht gesteuert. Mein Onkel Rudi hat hier gelebt. Hier? Ja, an Ropes. Moment, Moment. Ich rieche schon wieder was. Ich hab einfach ein Auge dafür. Ehrlich. Oh, paar Pfifferlinge. Lecker. Ich hab ein paar Vanilleblumen gefunden, die kannst du dir dort am Bad werfen. Oh. Die Leute sind nicht aus unserem Lohn drin. Du Zicke. Ist ne Zicke, ja? Ich glaub, ich glaub, es gibt Telegramme. Ich würd gern zum See runter. Zum See runter? Ja, aber ohne deinen Bruder. Der wird uns hier suchen, bis er umfällt. Oh, ja. Mister? How do you? Mary? Mary? Du bist durch Pferdescheiße gelaufen. Pass doch auf, wo du hinläufst. Hallo. Okay, Rudi. Was auch ein geiles Feature ist, du kannst hier, du läufst hier rum und drückst einfach die 4 und der Charakter macht einfach random Animationen oder random so eine Kette von Animationen. Wisst ihr, was ich meine? Du könntest zum Beispiel zu einem Heulbein gehen und 4 drücken und er nimmt den Heulbein, der Charakter, und rennt damit irgendwo hin und legt den dann da hin und arbeitet und so. Dass du quasi rüberkommst wie ein NPC. Das ist auch richtig sexy. Suchst du deinen Onkel, Mary? Ja. Danke für die Antwort. Ich wollte nur nach ihm rufen. Ich hab's gehört. Komm doch hierher, wenn du mit mir reden willst. Das tue ich doch gerade. Gut. Ja. Ja. Zick nicht. Du nicht. Jetzt können wir auf die Ankunft deines dümmlichen Bruders warten. Mhm. Ist dir warm? Ja. Wir könnten zur Bank gehen, da hat gerade einer super Musik gespielt. Ist direkt hier um die Ecke. Solltest du dir vielleicht mal anhören. Oh. Willst du mir irgendwas sagen? Nee. Hallo? Ich möchte dir was Nettes. Ich hab dir eben gesagt, dass dort super Musik gespielt wurde. Komm. Ja, okay. Okay. Müssen wir hier nicht vorm Gangstore sitzen. Halten die Leute uns noch für Banditen. Ich warte dann, ne? Mhm. Ja. Hattest du eigentlich mal nachgefragt bei der Bank, ob die... Ähm... Okay. Was hast du gesagt? Lass mal bei der Bank nachfragen, ob die Goldbarren ankaufen. Okay. Aber ich glaube nicht. Oh, hat geschlossen. Oh. Oh, ich glaub, der Mann ist nicht mehr da, der die Musik gespielt hat. Ja, jetzt bist du in Pferdescheiße getreten. Ich bin in... Bin ich? Ja, bin ich. Okay. Bin ich tatsächlich. Hallo Karibik, ich drück gleich mal für irgendwo. Ja, super Musik. Ja. Ja. Ach, komm. Hätte ich dir mal Geld hingeschmissen. Hast du aber nicht. Und Virgil trifft sich mit wem? Jones? Mit diesem Jones, ja. Ach stimmt, er hat gefragt, ob wir... Ah, ja, ja, genau. Er will da irgendwie einen Job besorgen. Irgendwie führen alle Wege zu ihm, ne? Nur weil er im Goldbusiness ist. Ja. Im Goldrausch. Aber es ist scheinbar auch nicht jeder begeistert davon. Ja, wie gesagt. Mit viel Reichtum kommt viel Macht. Und Gefahr. Ich bin ja dafür, ein einfaches Leben zu führen. Ja? Ja. Oder hast du größere Pläne? Na, ich dachte, wenn ich mal Schwierigkeiten am Salon hätte mit irgendwelchen Leuten, könntest du dich kümmern, weißt du? Ja, aber es ist ja ein einfaches Leben. Ich hab doch alles, was ich brauch. Ja? Ja. Und vielleicht find ich auch irgendwann wieder Arbeit. Viel hat's nie eingebracht, aber es hat gereicht. Und sich ein bisschen die Hände schmutzig machen, ist ja auch nicht verkehrt. Mhm. Schmutzig im Sinne von... Man versucht sein Glück im Goldrausch. Das ist, was du vorhast? Den und wieder schon? Um über die Runden zu kommen? Mhm. Warum nicht? Ja, ich werd das wahrscheinlich sicherlich nebenbei auch noch machen. Hey, vielleicht sind wir sogar Teil davon, Roads aufzubauen. Mit dem Salon. Mit dem Store. Hast du den Sheriff schon kennengelernt? Nee, noch nicht. Bin aber auch noch gar nicht so oft hier wieder gewesen. Vielleicht sollte man hier viel mehr Zeit verbringen als in Valentine. Ja. Ich hasse, allein dieser Name Valentine. Hey, aber da hab ich den Herrn gerade kennengelernt. Ja, weil's der Dreh- und Angelpunkt ist. Ja, das stimmt. Noch. Aber die Welt wird zivilisierter. Guck dir Saint-Denise an. Oh, ich will mir gar nicht Saint-Denise anschauen. Über Industrie. Nee. JJ, vielen lieben Dank für den We-Sub im siebten Stufe drei. Ich küsse dein Herz. Wo ist Coco Bane? Der ist gerade irgendwo Gold wieder machen. Also, der will wahrscheinlich auch dann, ähm, Information. Wer möchte Information? Herr Thompson. Information worüber? Information über, was hat er gesagt, eine Art Universal-Schlüssel? Information über eine Art Universal-Schlüssel? Ja. Ist das eine versteckte Chiffre? Ich hab keine Ahnung. Ich versteh nicht. Weiß auch nicht. Allgemeine Information über das, über das. Ja, falls sich mal wer unterhält, unterhält darüber. Aha. Du meinst, das Geflüster am Saloon, darüber möchte der berichtet werden. Ja. Im Prinzip hilft es ja nur jemandem, der wahrscheinlich oder so wie es klingt, auch sehr viel Macht haben möchte. Aber glaubst du, der könnte sich darin halten? Wobei halten? Er wirkt mir irgendwie weich. Der wirkt irgendwie so, als möchte der die Zügel in die Hand nehmen. Naja, zumindest versucht er was aufzubauen, ne? Ja, das stimmt. Beziehungsweise einen anderen Weg zu gehen, als die, die sowieso schon angefangen haben zu laufen. In Valentine. In Valentine. Ich denke, ich werde das machen, den Job. Ja, warum nicht? Ich bin kein Fan von dieser Kleidung, die ich tragen soll, aber... Hast du überhaupt einen modischen Geschmack? Ich hab kein Geld für Mode. Du hast mehr als genug Geld. Ich hab nicht mehr als genug Geld. Nicht. Wissen Sie, wie teuer Kleidung ist? Nicht so teuer. Teuer genug. Aber wenn du wollen würdest, kenntest du. Also, apropos Kleidung, stellt der Salon, also Herr Thompson, war sein Name richtig? Der stellt dir Kleidung, oder musst du selbst... Ja, der, der gibt mir das Geld für die Kleidung. Okay, dann ist doch irgendwas, irgendwas Ehrenhaftes an ihm. Naja, wer weiß, wir werden sehen. Schlimmer als in Valentine kann es eh nicht werden. Mhm. Sehe ich auch so. Nun sitzen wir hier und warten auf deinen verdummten Bruder. Der sich wieder irgendwo rumtreibt. Wie er vorhin direkt Virgil erzählen wollte, was in den Thieves Landing passiert ist, ne? Ja, es ist das Problem. Er sagt, einerseits sagt er, hey, wir reden nicht darüber. Und im nächsten Moment, es kommt Virgil da, schon plappert er los wie ein Wasserfall. Und Virgil hat sowieso schon die Krawatte-Ding gehabt wegen den Pferden. Ja, und das war schwierig, wirklich, als du noch weg warst, da hieß es noch, ja, da muss ja irgendwas vorgefallen sein und sowas. Ich schwöre, Chad, ich schwöre, Chad, so ein typischer Giffi, der der Typ ist. Ich weiß nicht. Ich kann es nur so in die Tonne kloppen. Ich spare mir die Schläge für heute Abend auf, wenn wir schlafen gehen. Na, gestern hattest du, gestern hattest du den perfekten Moment dafür. Nein, nein, nein. Als er rübergerannt gekommen ist, in die Scheune und zu dir gemeint hat, der kann nicht schlafen. Mann, er ist halt ängstlich manchmal. Besonders im Schlaf. Ja, Barry, muss ich unbedingt zusammenreißen. Ich will auch gar nicht wissen, was er gerade am Verhandeln ist. Oder mit wem er über irgendwas redet. Oh, ja. Und seine Lügengeschichte wird ihm auch nur zum Verhängnis werden. Mit diesem, wie hat er ihn genannt? Aus St. Denise, dem Eisenankäufer. Johnson. Johnson. Ja, Johnson. Diesen imaginären Menschen, den es nicht gibt. Betrüger, absoluter Betrüger. Bandit und Betrüger ist dein Bruder. Ja, aber so sind wir groß geworden. Aber seine Zunge ist so locker. Locker? Ja. Würdest du ein anderes Wort für locker geben? Beri, 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 Beri. Ich packe mir ihn. Ich schweb mit dem. Besser, sonst schneide ich ihm irgendwann seine Zunge raus. Nur zu. Aber ich könnte schwören, der würde weiter ploppern. Ja. Güphi ist ihr Bruder, Alter. Und Güphi ist so ein Kopfschuss, ne? Es ist echt schwierig, einen kleinen Bruder zu haben. Irgendwann wird jeder erwachsen. Ich erzähle gleich mal. Ich erzähle gleich mal, was Güphi gemacht wird. Damit ihr die Story... Leider haben wir gestern angefangen. Wir können froh sein, wenn wir... Und gestern hat nicht ganz funktioniert mit dem Stream, Alter. Aber ich erzähle das jetzt. Für diejenigen, die das interessiert. Audi. Stunden warten wir auf dich, Beri. Stunden. Und wie lief die Besichtigung? Der Jones hat sich warten lassen. Du hast den Job. Ja, wir... Also ich soll ihm bis morgen dann Bescheid sagen. Bezahlung hat sich ganz gut angehört. Außerdem wird dort oben Blackjack gespielt. Oh, Blackjack. Ist halt keine Saloon wie in Valentine, ne? Der gute Herr Thompson hat auch die Tür vorne aufgelassen, damit wir uns den Laden angucken können. Also besichtigen können. Ist halt echt schon... Ist sehr gehoben da. Ist halt echt schon sehr gehoben, ja. Ja, ich muss auch schickere Kleidung tragen. Dafür gibt er mir aber das Geld. Und ja. Und Barry? Und er möchte unter keinen Umständen mit irgendwelchen Quacksalbern und Vanditen zusammentun. Zu tun haben. Vor allem nicht mit dem Tabakfarmer. Soweit ich verstanden hab. Er würde das gerne von jemand anders abholen. Er sucht andere Quellen. Vielleicht werde ich mich darum kümmern. Und ich glaube, dass es der, den Juan gemeint hatte, mit er würde wahrscheinlich mehr zahlen. Ja, los, Barry. Barry? Ja. Erzähl. Du kümmerst dich drum. Ich weiß schon. Was läuft. Ja, ich mach das. Erzähl. Bis morgen. Ja, bis morgen. Ja, der Virgil. Ich war nicht bei dem Gespräch dabei. Der Virgil hat mich aufgeklärt. Dass wir mit der Frage, ob wir da arbeiten können als... Wo, warte nur, wie, wo arbeiten können. Virgil hat gesagt, er besorgt uns irgendwo einen Job, weil er von Johnson angequatscht wurde. Genau, genau. Einen Job vielleicht als Sicherheitsmann oder dass wir da ihn begleiten und aufpassen auf seine Waren oder auf ihn selbst. Er meinte, daran hat er... Genau, er meinte, daran hat er momentan... Er hat schon Interesse, aber er braucht momentan keine weiteren Leute. Ja, weil er komplett Valentine unter sich seine Fittische hat. Ja, so sieht's aus. Allein du hättest mal sehen müssen, wie viele dort waren bei der Schmelze. Ja. Da waren bestimmt drei, vier Riesen. Okay. Aber er hat uns... Ja, erzähl weiter. Er hat uns ein Gegenangebot gemacht. Ja. Und zwar, er hat ja vom... Er wollte eigentlich expandieren und zwar mit Öl, aber hat das schon wieder aufgegeben. Und er hat dem Budget das Gegenangebot gemacht, dass er uns dabei ein bisschen hilft, uns die ersten Kutschen spendiert und uns alle Informationen zusammenholt, die wir benötigen für das Öl. Bullshit. Aber er will wirklich dafür 10% von unseren... Ich sag dir, ich sag dir, was er vorhat. Der will uns abhängig von ihm machen. Wir leihen uns Geld bei ihm für Kutschen und schon sind wir ihm was schuldig. Und selbst wenn wir unsere Schulden zurückbezahlt haben, bleibt für immer dieses Argument, aber damals habe ich euch auch ausgeholfen. Verstehst du? Ich verstehe schon, was du meinst, ja, aber wir müssten halt an uns selbst denken, so. Ja, wir brauchen... Das ist gut für ihn, wenn er uns damals ausgeholfen hat, aber wenn wir uns dazu entscheiden sollten, später nicht mehr an ihn zu zahlen, dann ist das so. Wir brauchen keine Aushilfe. Mein Gott. Wir brauchen keine finanzielle Spritze von niemandem. Wir können unser Geld so verdienen. Wir können auch unser Geld mit Gold verdienen, wenn wir möchten. Wer will uns daran hindern? Er? Mensch ist ein Mensch. Jeder stirbt nach einem Schuss durch eine Kugel. Ich habe auf jeden Fall, damit das jetzt noch nicht so aufliegt, habe ich dem Herrn, der zu mir kam wegen dem Eisen gesagt, dass ich mich erstmal erkundigen muss, wie genau das funktioniert, dass ich nachfrage, ob da mir jemand zeigen kann. Ich platze mir der Kragen. Hör auf, hier die Erde rumzutreten, Baby. Was? Hör auf, hier die Erde weichzutreten. Tut mir leid, ich bin nervös. Ehrlich, hör auf damit, ich drehe gleich durch, Alter. Tut mir leid, ich bin nervös, okay? Ich bin nicht beobachtet. Wo bin ich stehen geblieben, ja. Genau. Pass auf, wir machen uns, ja, wegen deiner Lügengeschichte musst du unbedingt aufpassen. Und auch mit, habe ich mich gerade mit deiner, hey Junge. Auch mit deinen Geschichten, Zweckswürde gerade. Oder vorhin, heute Mittag. Bye, have a beautiful time. Wegen Thieves Landing, was gestern passiert ist. Manche Sachen solltest du einfach für dich behalten. Ja, ich merke das schon, ich merke das schon. Eventuell sollten wir auch uns, also sollten wir aufhören, uns überall vorzustellen, direkt, Mary. Wer war dabei, als der Franzose uns angesprochen hat in Valentine, der mich gefragt hat, wer ich bin und woherher ich komme. Na, wir alle waren dabei. Ja, und ich habe ihm gesagt, spielt das irgendeine große Rolle, woher ich komme. Ja, genau. Es gibt nicht immer Preis, wer ihr seid und wie ihr heißt und woher ihr kommt. Für Valentine ist es eh zu spät. Oh mein Gott! Ich höre schon auf die Erde zu treten, okay? Lass es sein! Ja, ist okay. Ich höre auf die Erde zu treten. Ist okay. Darf ich mich anders hinstellen wenigstens? Ja, bitte. Ich bitte drum. Ja, so groß war ich mal. Ich packe meine Hände einfach hier hin. Und abhängig machen wir uns von dem auch nicht. Ich weiß nicht, was Virgil jetzt dazu sagt. Wahrscheinlich geht er schlafen, ist müde. Hat der schon was dazu gesagt? Ich glaube, der Virgil war nicht ganz abgeneigt davon, wie sich das angehört hat. Naja, dann soll er unter seinem Name, wenn er, ne? Ich kann er nämlich nicht immer mit allem recht haben. Wenn er sagt, ist es okay? Ist okay? Ich bin auf jeden Fall auf deiner Seite, so wie du das gesagt hast, dass wir uns nicht von denen abhängig machen sollten. Aber was will er tun, wenn wir die Starthilfe nehmen, uns die Informationen nehmen und dann unser eigenes Ding machen und ihm sagen... Naja, die Starthilfe bedeutet, dass du dich von jemandem abhängig machst. Ganz einfach, Barry. Du zahlst deine Schulden zurück, ist alles fein, ne? Jeder weiß, was passiert, wenn du die Schulden nicht zurückzahlst. Eigentlich komme ich dann, aber trotzdem, du bist jemandem für immer was schuldig, wenn er dir hilft. Ja, das stimmt. Das Glück muss nur auf unserer Seite sein und wir wachsen oder expandieren größer als er und wachsen größer als er. Und schon ist er derjenige, der ankommt und sagt, damals habe ich euch geholfen, jetzt bräuchte ich eure Hilfe. Und das ist nie gut. Ja, oder allein, wenn er Probleme hat, dass er auf uns zählt, auf unsere Revolver, hast du schon recht. Vor allem, weil du die Menschen nicht kennst. Du hast einmal mit ihm geredet. Ich habe gerade gesehen, wie er seinen eigenen Hund erschossen hat. Ja, ich habe das auch gesehen. Ein kaltblütiger Mensch. Kaltblütig und wahrscheinlich sehr dumm. Du musst nachdenken. Und halt deine Sachen für dich. Vor allem, was uns betrifft, wenn wir unterwegs sind. Ich weiß nicht, inwiefern ihr Virgil vertraut. Ich kenne ihn jetzt erst seit heute. Wie viele schon erlebt habt. Ich vertraue mich schon. Ich ist gut. Ja, dann ist gut. Wenn ihr ihm vertraut, vertraue ich ihm auch. Aber ich... Gott, Tim, wenn du sagst, Barry, wir erzählen ihm dies und das nicht, dann bleib auch dabei. Denn sobald Virgil kommt, dann lockert sich deine Zunge. Ich habe niemals gesagt, dass wir Virgil nicht von Thieves Landing erzählen. Nee, aber das Erste ist, als der gute Mann aufgetaucht ist, wir können nicht mehr nach Thieves Landing. Wir waren gestern mit Juan Carlos dort. Wir können nicht mehr hin. Warum nicht? Ja, Mary hat den letzten Tequila ausgetrunken. Wer glaubt dir, solche Geschichten... Genauso mit der Schießerei letztens. Du hast gesagt, wir erzählen ihm nichts davon. Du hast gesagt, wir erzählen ihm nichts davon. Stehst du hinter mir oder hinter Cody? Wir müssen unbedingt mit Juan Carlos reden. Ich stehe hinter dir, aber nicht hinter deiner Blödheit. Vertrautst du Virgil auch, oder nicht? Habt ihr gehört? Durch, aber ich stehe hinter dir, nicht hinter deiner Blödheit. Virgil soll uns doch auch weiterhin vertrauen, oder nicht? Wir machen mal Kamera-Kinemodus. Ja, tut er doch, oder nicht? Gut. Ja. Aber dann kannst du nicht immer... Ja. Wir müssen unbedingt mit Juan Carlos reden. Zwecks der Sache bei Thieves Landing später. Also könnte von Vorteil sein, wenn wir uns da aufhalten dürfen. Eventuell sollte man dann nochmal mit denen quatschen und das klarstellen, dass das ein Versehen war von Mary. Naja, wir können ja die Geschichte ein bisschen abändern und sagen. Oder was dazu interpretieren. Ich mein, Juan Carlos kennt seine Verwandtschaft. Und er weiß, dass die gern zur Flasche greifen. Ja, mein Gott. Der eine hat voll losgereiht. Ich bin einfach nur in seiner scheiß Kotze ausgerutscht und dann auf ihn gefallen. Es war nichts... Du hast in einem betrunkenen Mexikaner zusammengetreten. Und die ganze Kavaleierie kam angeritten. Und wir mussten uns... Wir mussten nach Blackwater flüchten. Wir sind den Tod von der Schippe gesprungen. Woher sollte ich das denn wissen? Tatsächlich. Tatsächlich. Ich dachte einfach, er weiß mehr, als er es vorgegeben hat. Dann besteht die Aufgabe, heute auf jeden Fall noch daraus, Juan Carlos zu finden. Die Frage ist, wo treibt er sich rum? Mary ist in Valentine. Ja, aber er ist nicht oft in Valentine. Er ist viel unterwegs. Mit seinem Esel. Aber man trifft ihn immer wieder in Valentine an. Ich muss zugeben, ich hätte nicht gedacht, dass die Lüge mit Herr Johnson so groß wird. Ich dachte, das bleibt ja nicht dabei, dass ich diesen Bauern davon nur erzähle. Aber jetzt weiß ich, es sind gefühlt alle davon schon Bescheid. Ja, ist ja nicht schlimm. Kann ja auch sein, dass der gute Herr sich einfach zurückzieht aus dem Business. Ja, das stimmt. Die nächste Information, die du spreen kannst, die Leute glauben. Solange es nicht in der Zeitung steht, die sowieso keiner kauft, glaube ich. Manchmal bräuchte er trotzdem eine Möglichkeit, um den Ofen dort zu benutzen. Naja, sagt ja keiner, dass wir und Johnson keine Goldnuggets verkaufen. Haben wir doch gerade auch zu einem... An Johnson? Du meinst an Jones jetzt. Jones. Ich vergesse den Namen immer. Jones, Johnson. Jones, Johnson. Also Jesse Jones. Jesse Jones. Das ist der mit den Goldnuggets. Jesse Jones, genau. Mr. Jones. Und der Herr Johnson, das ist die erfundene Figur. Stimmt, aus Saint-Denis. Genau. Johnson, Jones, Jesse, meinetwegen. Very merry. Wir haben ja gerade Nuggets zu einem relativ guten öffentlichen Preis verkauft. Ja, stimmt schon. Und ähm... Die Angernwege kennst du ja schon, die wir schon gegangen sind. Mhm. Es gibt ein Sprichwort. Sei deinen Freunden nah, aber dein Feind noch näher. Ich sehe ihn jetzt nicht als Feind an. Ich meine, was haben wir mit dem Mann zu tun? Was haben wir mit seinem Business zu tun? Nichts. Was ich mir vorstellen kann, wenn jemand an sein Business ran will und ihn sein Geld streitig macht, dass er dort zu vielen Mitteln greift und auch seine Schoßhunde losschickt. Ja, aber welche Mittel hat der? Er hat Männer, ein paar, die er bezahlt. Und der hat Geld. Aber du darfst nicht vergessen, dass er Goldbarren oder Goldnuggets auch ankauft. Das heißt, so viel Barvermögen bleibt ja gar nicht übrig. Weil das, was er einnimmt, reinvestiert er sofort wieder. Um einen viel größeren Haufen an Geld anzuspannen. Oder zu bekommen. Ich denke aber, dass seine Männer... Das ist immer ein stetiger Wandel, Baby. Ich denke, wir müssen uns um seine Männer keine Sorgen machen. Die sagen nicht wirklich gefährlich für mich aus. Nein, du denkst viel zu weit. Du musst dir um gar nichts Sorgen machen, weil wir keinen Ärger mit jemandem haben. Das stimmt. Und auch nicht vorhaben, mit jemandem Ärger zu haben. Jeder geht seineswegs. Ich habe halt immer nur noch im Kopf, wie der eine Schoß uns zu uns war und meinte, dass wir uns noch sehen werden. Vielleicht denke ich deswegen so, aber darüber müssen wir uns eigentlich keine Gedanken machen. Das Ding ist, er ist der Chef. Er ist der Boss. Wenn du deine Stahlerze schmelzen willst, geh mit deinen Stahlerzen hin. Eisenerzen, Kupfererz. Und sag hier, Jesse Jones, Jack Hammer, whatever. Zeig ihm die Erze. Und entweder lässt er dich an den Ofen oder nicht. Und wenn er es nicht tut, aber das Business zu groß wird oder die finanziellen Einbüßen zu groß werden bei uns, dass wir nicht mehr überleben können, wofür lohnt es sich dann noch zu leben? Dann wird ja mit dem Revolver gesprochen. Aber bis dahin... Noch viel Zeit. Bis dahin ist doch schön. Kann doch momentan nicht besser laufen als jetzt. Aber ich bin schon wieder im Fieber, ehrlich. Ich möchte am liebsten schon wieder zum Fluss. Du würdest am liebsten zum Fluss? Ja, tatsächlich schon. Wie ist denn dein neues Pferd? Ja. Hört es auf dich? Nee. Nein. Nee. Das ist nicht gut. Nicht ganz. Ich bin dafür, dass wir Juan Carlos suchen. Ja, was jetzt? Zum Fluss oder Juan Carlos suchen? Ja, beides klingt gut. Auf der einen Seite hast du die Informationen und eine Sache, die geregelt werden muss. Und auf der anderen Seite hast du das Geld. Obwohl Geld jetzt nicht so... Wie viel Geld besitzt du noch, Barry? Hm, wenn ich schätzen müsste, waren das 50 oder 60 Dollar. Ja, ist doch okay noch. Ich hab noch zwölf. Ist auch noch gut. Dann würde ich sagen, wir gehen Juan Carlos suchen. Erzählen ihm von Steve's Landing. Mit einer Geschichte, die sich vielleicht ein bisschen abgewandelt hat von der Wahrheit. Und vielleicht reiten wir dorthin und er regelt das. Das wird schon. Wahrscheinlich erinnern die sich nicht mal daran. Naja, wahrscheinlich nicht. So wie die Kieler wieder saufen. Ich mein, heute sind wir doch durchgeritten und da war auch nichts. Sieg kurz ja klar. Montag. Also auf nach Weinstein. Ja. Hab dich mal umgeschaut hier. Wie gefällt euch die Stadt. Ja, ist schön. Schön, schön, schön. Die Geschichte über Giffy ist, ich hab gestern die ganze Zeit getestet und wollte gestern eigentlich unbedingt online kommen und streamen. Aber nix hat funktioniert, Alter. Gar nix. Ich hatte so viele Probleme mit Red M. Wir haben aber trotzdem ein bisschen gespielt und wir waren in Steve's Landing. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Das ist ein kleines Banditendorf voller Mexikaner. Und Mila hat aus Versehen in den Mexikanern da zusammengetreten. Und die ganze Bande hat auf uns geschossen und so. Und das Erste, was Giffy macht, ist, er rennt rum und erzählt einfach jedem davon. Er rennt, der plappert alles aus, Alter. Und Lucky, müsst ihr euch vorstellen, ist im RP jemand, der alles sehr, sehr, sehr streng sieht. Ne? Also absolut Hardcore-RP. Hast du Durst? Ja, ich hab sehr viel Durst. Brauchst du was? Ja. Ich weiß nicht, ich glaub, ich hab noch... Nö. Hast du eine Flasche Wasser dabei? Ah, ich hab einen Kaffee dabei. Kaffee geht auch. Ja, bitteschön. Danke. Erstmal ein Käfchen. Danke. Oh, der ist ja sogar warm. Barry. Ja? Was lernen wir jetzt aus der Geschichte mit dem Reden? Hm. Das Reden ziemlich viel wert sein kann. Ach komm. Ich weiß nicht, was du meinst. Wir haben eine halbe Stunde darüber geredet. Und das einzige Schlaue, was du zu sagen ist... Ach komm. Ist okay, Barry. Alles wird... Alles wird gut. Gott hält seine Hand über dich. Was erwartet der von jemandem, der nicht mal lesen und schreiben kann? Der Typ ist so ein Knallkopf, alter. Ja. Schatz, nimm doch schuldig Tingepättchen, ne? Oh, jetzt macht der Henke aber... Jetzt macht der Henke aber hier. Leute, stecke fest, by the way. Bye. Have a beautiful car there. Und Flakes langschüppel, du bist am 22. Ich lese gleich noch vor. Vielen lieben Dank. Naja, Kühlschrank ist offen. Oder seid ihr müde, Chat? Langweilig euch? Die Story fängt gerade erst mal an. Ich denke schon. Und es macht Borg. Warum nicht? Aber Onkel Rudy ist nicht mehr da. Ich habe keine große Verbindung zu Mary. Wir sind Freunde. Keine Dings oder so. Kein Cringe. Tschüss, Lucky. Tschüss. Und Lucky, danke für deinen Prime, ne? Dankeschön. Ich habe deinen Bruder gerade gefragt, wie er zu der Sache steht mit dem Regen. Achso. Ja, ja, ja. Habe ich gehört. Habe ich gehört. Und er sagt, ja. Reden, so ähnliches wie, ja, reden ist silber, schweigen ist gold. Ne, gar nicht. Der hat irgendwann angesagt, ich habe es schon wieder vergessen. Oh, 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 oh. Er hat auf jeden Fall verzettet, du hast gesagt. Jetzt hat er nicht dazu gelernt. Man muss ihm das anders beibringen. Am besten bringst du dem das bei. Bye. Have a beautiful time. Und Pferd hat Kaka gemacht. Und Bearblade, danke schon für den Prime um 17. Ui, ui, neue, frische Ware. Oder wie hieß die? Süß die ist denn hier, oder? Und Fanky, danke für den Westerbim. 31. 32. Ich hoffe so sehr, dass Juan Carlos im Valentin ist, ich will mich doch nicht lange aufhalten. Reitet schon mal vor, ich komm ins Wort nach. Oh, Bruder, dieses Lied, Alter. Oh, Bruder, dieses Lied. Oh, Bruder, dieses Lied. Oh, Bruder, dieses Lied. Zug habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, nein. Oh, Bruder. Oh, Bruder. Oh, Bruder, das Lied ist sexy. Oh, Bruder, ich glaube, ich habe meine Freunde verloren, aber ich bin auf dem richtigen Rund. Die Karte davon übrigens auch nur benutzen, wenn man die EZ besitzt. Wo ist dein Bruder? Ähm, der ist sich noch mal leichter an. Schwache Blase. Klingt gut. Wenn wir schon eine Pause machen, dann richtig. gucke ich ja um. Ach, das machst du doch absichtlich hier. Kurz Lulu machen. Äh, Nordfolk ist das, glaube ich. Nordfolk? Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Barry, ich habe eins mit meinem Pferd gemeinsam. Was denn? Ich pinke genau wie hier. Mein Gott. Was? Eigentlich Boah, hättest du das jetzt noch vernünftig hinbekommen, ne, Shiny-Browser? Und, wie ist dein Pferd? Ich weiß nicht, was ich darauf... Aber wir müssen nach links. Was soll ich dir darauf antworten? Na ja, kommst du gut klar damit? Ja, natürlich. Okay. Oh mein Gott! Äh, ich hab übrigens vorhin bei der Emirate Ranch nachgeschaut und ich hab niemanden gefunden. Werte Ranch? Emirate Ranch. Das hat gerade keiner gesehen, oder? Oh oh oh! Oh 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 oh! wohin des weges cowboy ich hab platz gemacht für euch das hat nicht eine schöne aussicht also sink ist nahezu perfekt ist halt seit 5m ist halt einfach nur copy paste rickett von gta online modus rettend schon 32 jpeg ich habe irgendwie das bedürfnis zu dem pferd rüber zu springen runter da warum hast du das gemacht mary als retool kutsche genauso naja so hast du die möglichkeit halt jemanden vom ferso nachzuholen oder mit einem lasso ich habe mir aber noch keins gekauft aber ich bin noch nicht so der aggressive muss ich ehrlich zugeben ich habe noch nicht den drang leute abzuknallen aber da hat er den sink kurz gesehen ich kann die dreckige luft jetzt schon riechen ach komm so schlimm ist das hier gar nicht das stimmt naja ich muss nicht tanken jetzt reiten wir gerade nach valentine für die die später ist eingeschaltet aber wir waren vorhin schon hier das ist auf dem server so der hotspot wo sich immer alle rumtreiben ne alle wege führen nach valentine aber ich hasse diese stadt ja kann man so ähnlich sehen wie ein würfelpack nur dass das rp deutlich besser ist ähm nicht morgen sondern den tag darauf da macht der saloon schon auf donnerstag um ehrlich zu sein weiß ich nicht mehr welcher tag heute ist das kommt zwei tage vor donnerstag das pferd orientiert sich an denen in der mütze glaube ich oder ich weiß auch nicht das hat vielleicht weiß nicht was das hat armes poni ist vielleicht verwirrt wie ich nudeln mit bolognese selbst gemacht selbstgemachte bolognese gab es heute aber ich bin ehrlich ich bin nicht selbstgemacht ich hab probiert bomfahr ich hab's aber nicht zum laufen gebraucht aber i try later mhm juan carlos da vorne steht er doch oder nicht wo? guck mal direkt da vorne da geht er gerade hauli 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 oh tatsache wir haben aber auch ein glück heute Christopher ja der ist der beste alter dann werde ich dem ne kugel verpassen eh oh oh er hat mich gerade fast umgereiht gehen Sie ein stück zur Seite wenn Sie das machen Juan Carlos alles gut? Juan wir würden gerne mal mit dir reden wenn du zeit hast ich wollte ihn doch noch und ich mache das hier kurz fertig und dann bin ich sofort ja bitteschön das sind die hilly willys guckst du dir an richtig gut ich liebe sie einfach bonfire konnte man noch für den geschmack mit beigeben das ist doch egal denn frisch gut ein pferd füttern musste glaube ich nicht also habe ich noch nie getan aber du musst immer sauber machen striegel nehmt man da ist nix passiert ja das kann man das nur auf die veranda hier stellen ist er auch selbst ich wollte mir die aber auch in den verflutten eintopf machen er ist am Arbeiten Barry der ist nagelose ja aber die einfach hier zu essen ist nicht gut tut man es nicht wenn man nächstes Mal greifungslos scheißen möchte so einmal reicht gut ich danke Ihnen Onkel Bob ist sehr weise ich merke es schon mit dem Geld ich habe Ihnen doch die zweite laschen gegeben ist ja dann auch nicht mehr das beste Gedächtnis verflucht ich weiß es ich habe nur noch 5 verfluchte Penis ich glaube doch gut dann ja ich hoffe das hilft mehr als genug ich weiß nicht genau wo das alles funktioniert aber ich weiß dass das hier funktioniert auch da ist doch von Juan Carlos der Esel ich glaube den gehen wir füttern jetzt so was macht der Charakter dann keine Ahnung warum da gibt es ganz 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 viele Sachen so was macht der Charakter dann keine Ahnung warum da gibt es ganz 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 viele Sachen ich kann nur hier einfach mal 4 drücken keine Ahnung was ich jetzt mache sehen wir jetzt gleich wahrscheinlich stelle ich mich einfach nur hin ja ich schreibe irgendwas auf was Gülfi gerade gemacht hat mit dem Nagel zum Beispiel ist so eine Animation gewesen und folgendes ist mir passiert ich bin da hat sich ja jemand übergeben und ich bin darin ausgerutscht aus Versehen gegen ihn gefallen und er fand das nicht so cool und ja ich wollte mich dafür einmal entschuldigen also es war nicht meine Absicht also es war eigentlich alles auch nur ein dummes äh versehen aber nach oben in 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 äh Tiefslandik oder was ja genau ja genau denn bei der fährt doch einfach beim Nabel wochenkur Carlos wir müssten glaube ich nochmal da vorbei ja damit Mary sich entschuldigen kann also ich bin heute einmal durchgeritten da haben die dann nichts mehr gesagt aber ich denke es ist am besten ich entschuldige mich nochmal bei den Typen also ich kann das denn nach ausschuldigen wir müssen jetzt nicht den ganzen weiten Weg bis da runter reiten ja also nee ich wollte es auch dir nochmal sagen einfach nein ich habe noch gar nichts davon mitbekommen aber ich werde das schon zuhren kriegen dann eh ok aber ich denke das ist nicht weiter schlimm eh nicht dass es jetzt heißt wir dürfen dann nicht mehr auftauchen das wäre ja äh echt blöd nein nein das wird schon in Ordnung gehen eh ok jeder von denen hat auch schon mal ein bisschen erbrochen dass ich eh normal und der hat echt die waren auf jeden Fall ganz schön aggressiv war auch echt spät ich habe auch gesagt die haben einander klatschen ein bisschen eh die lassen nicht mit sich eh spielen da reicht eine Kleinigkeit und Bumba eh explosivo ja aber sonst ist da nicht wirklich viel vorgefallen na und äh ach so hat der Mexicano euch nochmal angesprochen wegen die Pflanzchen und nicht nein hattet zu dir was gesagt jeder kam gestern Abend zu mir und meinte wo sind meine Pflanzchen und ich habe gesagt ey verflucht ich eh weiß ich gar nicht ich habe ihm gesagt die ist wohl eingegangen aber das Problem ist ich habe das ganze total vergessen und war gar nicht mehr dort gewesen ja ich habe jetzt gesagt er will jetzt 10 Dollar von mir haben pro Pflanze um welche Pflanzen geht es Tabakpflanzen äh Tabak 10 verfluchte Dollar aber in der Tabakpflanze kein Problem eh ich bin ja nicht blöd eh ich warte einfach ab er will mich er will sich heute Abend um 12 Uhr treffen und dann soll ich ihm das Dinero geben aber das werde ich mir schon was passiert wenn du ihm das Geld nicht gibst äh weiß ich nicht habe ich nicht gefragt hm ich will ihm nicht die Option lassen dass er darüber nachdenkt dass er es nicht bekommt dann habe ich einen kleinen Vorsprung eh hm 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 ja was habt ihr so getrieben heute eh wir sind jetzt extra von ich habe den an Rhodes Rhodes hierhergeritten um mit dir zu reden Rhodes eh was habt ihr dort gemacht der Salon schon raufen oder was äh ne noch nicht ich habe mir den angeschaut der äh soll jetzt die nächsten Tage öffnen sind die mit der Renovierung durch oder was ja genau ah habt ihr eigentlich diese Kutsche damals schon mal geschehen eh hm die gepanzerte ne ich hab die hier schon ein paar mal stehen sehen aber ich weiß nicht wem die gehört ich weiß auch nicht wahrscheinlich für Gefangenentransporte oder irgendwelche Werten Goldbarren Waffen Goldbarren das könnte schon entscheiden oder Gefangenentransporte oder so aber gut wer weiß ja wer weiß das schon äh ich geh mal kurz in den Store mhm schön klar ja ja ist somit einer der besten mexikanischen Appellern die ich hier getroffen habe der redet auch ich weiß nicht ob es spanisch ist oder mexikanisch aber der haut gut raus das ist die 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 über sie die die Und ich bekomme kein Whisky. Boah, voll teuer, Mann. Schuhwasser. Ach, das ist scheiß Ware. Das kauft ja niemand. Gucken Sie sich mal an, wer macht denn hier Zigarren in einer offenen Schachtel? Das Aroma verschwindet doch. Oh, Mann. Tommy, selbst mit vollen Regalen wirst du es niemals schaffen. Naja. Alles klar. Ich traue mich gar nicht zu versuchen, das auszusprechen. Dann lachen ja, ja, lieber. Oh mein Gott, ich habe mich so verliebt jetzt schon. Das ist ein guter Preis. Oh, Mr. Thompson hat gerade Ärger gehabt mit dem Barkeeper aus dem Saloon hier. Oh. Er hat ja anscheinend Whisky verkauft. Whisky? Na dann würde ich sagen, trinken wir doch einen Whisky, ey. Ja. Ja, auf geht's. Der kleine Pinche Cabron hat doch bestimmt auch ein bisschen Tequila da, ey. Ich sage jetzt schon mal, ich gebe kein Geld für Alkohol aus. Klar, dich ein. Oh, das klingt gut. Ich habe mich noch nie bis auf Nied. Ich habe noch nichts getrunken. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was du da vorhin vorhin jemand gefragt hast? Wie die Tiere aussehen? Moe, Dankeschön für den Prime und Neunten, Budi. So sehen die Tiere dann aus. Da gab es sogar damals mal eine Aktion von Peter, die gegen das Spiel fortgehen wollte. Ich glaube, das ist ein Wolf. So sehen die aus, wenn die gehäutert werden. Eigentlich kannst du die ja verkaufen. Das ist aber heute deaktiviert wegen dem Update, was vorhin kam. Ich glaube, da ist ein Indianer. Oh. Dynamit, Waffen, Geld. Also Dynamit und Waffen sicher nicht. Ich sage mal ja. Okay. Suchen Sie noch Leute? Der Veteran war bei mir. Das Problem ist ja. Aber ich habe schon genug bei der Schmelze stehen. Und wissen Sie, ich darf nicht wieder am Meer rüberkommen. Verständlich. Weil Sie sind ja zu fünft, richtig? Genau. Okay. Was ich Ihnen anbieten könnte, ich weiß nicht, hat er schon mit Ihnen gesprochen? So halb, er hat es grob angeschnitten. Okay. Indien. Was ich Ihnen noch anbieten könnte, wo Ihre Coils benötigt werden, der zweite Herr zu meiner Rechten, Mr. James. Ich gründe gerade ein Transportunternehmen mit ihm. Dieses muss natürlich beschützt werden, die Ware und alles. Wenn Sie da Interesse hätten, ich würde es immer pro Ritt bezahlen. Klingt doch erstmal gut. Okay, besprechen Sie das mit Ihren Leuten. Dann komme ich auf Sie zurück. Für heute? Weiß ich nicht, für heute. Ab morgen, ja. Falls heute benötigt wird. Vielleicht sogar für heute. Wäre halt gut zu wissen. Aber wir werden wahrscheinlich gleich wegreiten vom Valentine und dann sind wir morgen erst unterwegs. Okay, dann kann ich nichts versprechen. Spontan. Naja, wenn Sie jetzt sagen, für heute, dann bleiben wir natürlich in der Nähe. Nichts sicheres. Nein, eventuell. Kann ich nicht sagen. Wenn nicht, wenn nicht, dann sicher, wenn Sie sagen, sicher für morgen, dann eventuell sehen wir uns ja heute noch an Valentine, heute Abend oder wenn nicht, machen wir das morgen. Das klingt doch nach einer guten Schlägerei nachher in dem Saloon, oder? Wenn die Sonne untergegangen ist. Das könnten wir machen. Ja. Okay, gut. Alkohol, Nutten und eine Schlägerei. Let's fucking go. Das wird bei unserer Mode, hä? Mit diesen großen Haufen hier. Ja. Ich glaube auch. Muss der kacken, oder was? Was sagst du, klingt doch gut, oder? Ja. Ein paar Dollar dazu verdienen. Walker. Aber wenn der gute Herr, so viele Leute brauchen im Transport zu beschützen, hat er ordentlich was dabei. Könnte gefährlich werden. Gentleman, was kann ich Ihnen anbieten? Ähm, wie teuer ist denn der Whisky hier? Whisky ist aktuell nicht vorhanden. Achso. Aber ich kann Ihnen kurz sagen, was ich jetzt umregel habe. Hat der Herr Thompson nicht gerade Whisky verkauft? Drüben im Store. Mr. Blinder, geben Sie allen Getränke aus. Geht auf meine Kappe. Okay, Gentleman. Dankeschön. Ich hätte Absinth, Ruhm, Tequila, Wein und Brandy. Hm, ich nehm Brandy. Ich nehm Glas Milch. Wer gibt Getränke aus? Jesse Jones gibt aus mir. Jesse Jones, meine Corporation. Bitte, siehe da besser. Bitte, siehe da besser. Kein Problem. Und die Chefs natürlich auch. Alle rein mit euch. So, ich bin dann gleich wieder da. Wunderbar. Hast du einen Witz gemacht oder warum lachen alle, Onkel? Nein, nicht. Aber ich hoffe, die, dass sie nicht über dich lachen. Nein, nein, alles gut. Gut, dann warten wir mal auf die Getränke. Ja. So. Ich habe keiner. Könnte Kefka sein. Ich bin mir nicht sicher. Mhm. Könnte echt Kefka sein, ja. Vom Humor. Wie sieht mit den Gentleman's aus? Um ehrlich zu sein, würde ich gerne nen Bad nehmen. Ich würde nen Tequila nehmen. Sie wissen, dass sie hier im Saloon sind, ja? Bad nimmst du drüben. Ja, ich habe ja quasi mit mir selbst geredet. Im Motel, ne? Ich würde trotzdem Tequila nehmen. Ihr könnt ja... Ich bin hier kurz ausgerutscht. Tut mir leid. Ui. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Es ist nie los, was für Lust. Na gut. Ausgerutscht. Na dann, haut euch mal auf die Presse. Ich sag für die Musik. Es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, es geht Ihnen nicht. Ja, geht schon. Was sollt ihr das, ey? Mary, soll ich meine Leiter holen? Wo sind die Getränke und die Noten? Wir brauchen die Prostituierten. Ah, ist zu früh für mich. Komm schon, Leute. Komm schon. Wohin, wohin, ich geb ihn nicht. Wohin, wohin, ich geb ihn nicht. Wohin, wohin. Wohin, ich geb ihn nicht. Wohin, wohin. Ich glaub, jetzt geht's gleich so. Der sitzt am Klavier, Junge, ich lieb ihn. Ich glaub, die wollen darauf anlegen, Freddy. Wer? Die da drüben, sollen wir dir mal zeigen, wie das gemacht wird? Ja, Gentleman, ich bin meinem Saloon. Ja, ich glaube, du bist ein Schanz. Du bist dich da nicht, Alter. Mr. Blinder, haben Sie was gegen eine kleine Kleidenschlägerei? Ich komm für die Sachen, die zerstört werden. Ähm, was sagst du? Du, den richtig Dings? Gentleman, Flangwaffen sind hier in meinem Saloon nicht erlaubt. Mr. Jones, wir haben ein wundervolles Organ, aber trotzdem würde ich Sie bitte bitten, das Organ ein bisschen niedriger zu setzen. Danke schön. Mrs. Hale, hier geht gerade die Scheiße ab. Und Ihre Stimme versaut das gerade. Da bin ich dann sehr zufrieden mit. Danke. Ich glaub doch nicht. Er soll ruhiger sein. Also ich glaub nicht. Haut sich jetzt keiner auf die Fresse, Mann? Ey, was seid ihr für Salongänger? Scheiße. Tom, Cody, das können wir uns auch nicht gefallen lassen, dass er so über uns redet. Ich weiß nicht mal, ob der gute Herr uns meint. Und es geht Ihnen wirklich gut? Ja, geht schon. Okay, tut mir leid da rein. So. Ladies and Gentlemen, da wo ich herkomme, wenn das Klavier spielt, beginnt man auch eine verdammte Schlingerei. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Oh, verdammte Scheiße! Aua! Schnell weg damit! Das ist die Kacke bei Retta Redemption. Er zieht einfach die Waffe. mutter, er zieht sich nicht in einer Kacke bei Retta Redemption. Keine Halt, Scheiße, gehen wir mal wieder an. Ah, oh, oh. oh, oh. oh, 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 oh! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Da scheinen Sätze haben wir gewonnen. Oh mein Gott! Ich fuhr die Waffe weg! Du eine Scheiße! Ich zieh die Waffe im Saloon. Geschlafen! 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 Mal wieder reingehen. Gute Nacht! Wo sitzt Jimmy? Ja? Ich hab den, der dich gehauen und umgehauen. Ich hab den umgehauen und der dich gehauen. Lass mich in Ruhe! Ich hab nichts gemacht! Lass mich in Ruhe! Nicht wirken, Mary! Oh, der ist bewusstlos. Okay! Mary nicht wirken! Wie schön denn der alte Mann? Der hat doch gar nichts gemacht! Wie? Doch, doch! Der kam hier mit gehobener Faust in den Saloon rein! Hey, verdammt! Der Jockey, ich bin's wieder! Das ging aber gut zu mir, eh! Das ging aber gut zu mir, eh! Ist okay, ist okay, ist okay! Alles gut! Warte, das war der Barkeeper! Der hat mich angegriffen! Der hat mich angegriffen! Draußen geht's nicht weiter! Du hast dich mit dem Barkeeper geprügelt! Der hat mich doch geschlagen! Ich hab mich verteidigt! Aber dem geht's gut, der muss sich nur ausruhen! Alles gut! Hier draußen! Ich hab mich doch schon angegriffen! Er hat mich gepackt! Mich hat der da drin schon angegriffen! Meine Schwester hat's gesehen! Er hat meine... Was sind Sie zu frech zu meiner Schwester?! Ihm wohl Bescheid gebe, eh! Wenn Sie mit Ihnen reden dann haben Sie nicht zu frech zu ihr zu sein! Very ruhig Belut! Rennen Sie zu! Der Herr? Der Herr! Der Herr da drin hat meine Schwester gestanden! Wofen hab ich Ihnen da drin? Aber der ist ja leider... ...er muss sich kurz ausruhen! Aber dem geht es gut. Keine Schlickerei, Jungs. Keine Schlickerei. So muss das, Mann. Das habe ich vermisst. Ein bisschen Wasser beim Kopf schütten hier. Wer hat denn den Bark übergeschlagen? Boah, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der in die Richtung gerannt. Mr. Bliner, geht es Ihnen gut? Soll ich den Dog holen? Wir haben alles kaputtgeschlagen. Ja, Mary. Komm mal mit. Ich sehe es so, ich habe dem Typen die Luft abgedrückt. Wir sollten abhauen. Nein, du ach Quatsch. Lass dir nur ins Schlafen geschickt. Ich meine, ich hätte was knacken gehört, aber... Alles gut. Lass mal ihn trinken. Meine Nase, ey. Warte. Ja, aber du bist ja eine starke Frau, ne. Du kannst dich ja sagen. Ich wollte erst, aber ich hatte keine Leiter dabei. Man muss aber sagen, Mr. Bliner ist ein absoluter Riese. Hey. Ist alles in Ordnung bei euch? Ja, ja. Alles okay. Siehst du, du hast den Schlafen geschickt, Mary. Das ist nicht lustig, Mary. Das ist echt nicht lustig. Was denn? Kommen Sie rein. Jetzt gibt es was zu trinken. Denken Sie dran. Mr. Wie war dein Name? Jones? James? Jesse? Jones? Ja. Ja, ja. Der übernimmt die Kosten, ne? Der hat angefangen. Alles gut. Herr Bleinder. Ach, Mr. Ich hoffe. Ach, so schlimm sieht das doch hier gar nicht aus. Ich wollte nochmal kurz auch, ähm... Ja, man darf. Ich hoffe, ich hoffe. Sie haben auf jeden Fall eine halbe Rechte. Ich hoffe, ich hoffe. Ist doch hier. Hier ein bisschen Blut sieht doch alles gut aus. Kaputt, der Hocker. Oh, da oben, der Mann schläft immer noch. Tut mir auf jeden Fall leid. Ich hoffe, sie nehmen es mir nicht zu übel. Der hat auch gelernt. Komm mal mit. Aber Platz da. Ich bring ihn mal eben hier zum Dock rüber, ne? Ich glaub, der schläft ein bisschen länger. Das sieht ja witzig aus. Wie... Wie... Guck, wie klein ich bin, Jurel. Ich trage so einen riesigen Mann, Alter. Ich... 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 Was ist passiert mit ihm? Er kann uns leider nicht antworten. Dock, ich hab hier noch jemanden. Sheriff, haben Sie mitbekommen, äh... Ob der Herr hier... Dock! Was ist passiert? Ja, der lag im Saloon. Der schläft. Anscheinend. Kommen Sie mit. Ne, da kann ich nichts mehr machen für den Herrn. Denken Sie denn hier hinten, hier vor dem Schrank? Ja, wir sind voll für den Friedhof. Wir sind ziemlich voll. Ja, ich merke schon. Hi. Äh, hallo. Ich leg den einfach hier hin. Der lag auch im Saloon. Der lag auch im Saloon. Vielen Dank. Haben Sie mitbekommen, was mit dem passiert ist? Ne, keine Ahnung. Okay. Keine Ahnung, was mit dem Herrn passiert ist. Aber anscheinend hat der einige Schläge abbekommen. Ja, mit nicht mehr. Ja, die zwei Herren da drüben, die da liegen, die haben es leider auch nicht überlebt. Das ist eine Quote. Mensch, wir hatten da die Schlägerei angezettelt. Keine Ahnung, was mit dem passiert ist. Geht's dir gut? Ja, Mister. Okay. Nur ein bisschen Kopfweh. Ja. Das kenne ich. Servizik aus Frankreich, Monsieur. Drei Tote übrigens. Gute Bilanz für den Mittwoch, Mann. Oder ist er Dienstag? Was haben Sie gesagt? Wie bitte? Drei Tote? Drei Tote, ja. Wie bitte? Kann der Doc nichts mehr machen. Ja, ist doch gut. Dann hat es gelohnt. Dann darf ich fragen, was hier los ist. Gute Schlägerei. Ja, beim Doc. Der Doc hat drei Tote. Drei Tote? Drei Tote, ja. Sind die bewusstlos oder? Nee, 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 die sind tot. Wie tot? Ja, drei Tote. Warte, ist der alte Mann da? Gehört er dazu? Weiß ich nicht. Ich hab kurz den Menschen hingelegt, der hier oben auf der Treppe lag. Keine Ahnung. Gott möge ihn bewahren und denjenigen richten, der das mit demjenigen angetan hat, weil der sah echt schlimm aus. Da war eine absolute Bestie an den Typen dran. Ich hatte hier, ja, den anderen beiden auch schon ein Brandy gegeben. Hier haben sie auch einen. Sie können sich gerne an den Tisch setzen. Ich muss kurz rüber und beim Doc schauen. Denn einige der Gäste hier standen mir nah. Okay. Ja, die Frage ist, wo setzen wir uns hin? Alle Stühle sind kaputt. Da hinten, der Rundtisch, der ist noch ein. Also oben finden sie auch noch ein paar Sitzmöglichkeiten. Aber genau, der Rundtisch hat noch ein paar Stühle. Das war scheinbar. Das war echt nötig. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, der Sheriff war hier drin und ich hab dem Sheriff auch einer geklatscht. Ich hab einfach um mich herumgehauen. Es kann, also unter uns, Barry, hörst du mich? Okay, entscheid nicht. Hörst du mich? Kannst du meiner Stimme folgen? Ich folge deine Stimme. Also den Typen, den ich zum Doc gebracht hab, mit dem hab ich mich auf jeden Fall geprügelt oben an der Treppe. Weil der hat die Waffe gezogen. Und ich hab keine Ahnung, warum meine Augen wieder so sind, Alter. Ich weiß nicht, wenn der Typ tot ist und dann müssen wir weg, ey. Bitte? Wenn der Typ... Ja, raufgegangen ist. Dieser obdachlose Opa, den du... Ja, ja. Ähm, ja. Okay. Okay? Ja, ja. Ich hab nur gern die Hände so hinter Brücken, ich hab ja Brücken-Schmerzen. Okay. Okay. Gestorben, also... Oh. Oh. Ich glaub, die versteckt sich vor ihrem Ehemann. Ich glaub, die hat keinen Ehemann. Ich... Was zum... Die ist auf jeden Fall... Das war einer von den leichteren Damen hier. Ja, das ist richtig. Okay. Ander, Schnurrfargo. Was? Was ist? Haben, äh, äh... Ihr habt vorhin versucht, mit ihnen zu sprechen, ne? Ja, das... Ja, das hab ich verstanden. Und ich hab sie weggeschickt und sie sind stehen geblieben. War das nicht sogar damals so, dass man Heroin auf Rezept bekommen hat? Was? Schmerzen sowie Tabletten, also Schmerztabletten und so ein Quatsch. Ich weiß nicht genau, zu welcher Zeit das hier grad spielt. Bitte, dafür... Dafür... Ich mein, in Coca-Cola war auch Kokain drin, Alter. Gut. Einen schönen Tag noch. Juan Carlos. Na, si. Alles gut? Si, ich hätte... Wohl einer aus Schau bekommen. Oh. Bei der Brügelei, eh. Naja, wärst halt sterben. Wieso wärst gestorben? Anscheinend sind drei Leute grad verstorben bei der Schlägerei. Seid jetzt mal ein bisschen ruhiger. Mr. Jones. So, äh... Was? Ich möchte klarstellen, dass die Schlägerei hier im Saloon, äh, ja, fast legitim war. Einer der Herren wurde tatsächlich abgestochen. Es wäre wichtig, wenn sie diesbezüglich Informationen haben, wer ein Messer gezückt hat. Nicht darüber hinzufügen. Ein Messer. In dem Getümmel kann man das... Ich hab einen gesehen, der auf dem Boden lag mit einer Waffe in der Hand. Sie haben ihn mit einer Waffe in der Hand gesehen. Können Sie sich noch an sein Gesicht erinnern oder so? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Wir haben sich gerade 13 Leute geprügelt. Ich hab... Ich bin einmal kurz rausgegangen, um den Revolver wegzustecken, weil der mir fast aus dem Dings, aus dem Holzer gefallen wäre. Und dann kam ich wieder rein und ging überall die Post ab. Also ich hab nur mit den Feuchten gekämpft. Deswegen sind meine Hände auch immer schön bandagiert, ey. Mr. Ja. Den Mann, den sie reingebracht haben. Also wenn die einen Hinweis haben, dann würde ich mich freuen, wenn sie zuerst... Auch nicht. ...nicht benachrichtigen und nicht ziehen. Zwei Shadows. Ich wollte sie nur informieren. Er hat es nicht geschafft. Aber trotzdem... Den Mann, den ich zum Doc rübergebracht hab, der lag da oben an der Treppe total komplett zusammengeschlagen. Und was ist mit dem Alter? Also da war ein absolut wildes Tier an dem Typen dran. Er muss den richtig, richtig... Der hat den... Der Alter wird in der Hand und Stadt gebracht. Der Alter hat es geschafft, ey. Da können wir nichts machen. Wir warten auf Hilfe. Weißt du schon, was mit dem älteren Herrn war? Der mit dem Beigen-Hotter. Graues T-Shirt, glaube ich. Der Onkel von dir ist im Graschen-Unkel-Team. Der wird gerade weggebracht. Aber der sollte es schaffen. Okay. Aber ihm ging es richtig scheiße. Jaja. So, ich hab ja gesehen, was mit dem passiert ist. Ei. Guten Tag noch. Gleich wird's. Alles klar. Gut, dann... Ja, lassen sich ihre Getränke schmecken und wenn sie was brauchen, ich werd kurz in den Bad nehmen und dann komm ich wieder her. Alles klar. Dankeschön. Bis später. Ei, wir haben die... Also wir sind schon ein gutes Team, Juan Carlos. Muss ich ehrlich zugeben. Nun, ich muss schlagen. Ich hab schon ziemlich Glück gemacht. Ich bin kurz raus. Und dann wieder... Ja, ja, genau. Wir haben ordentlich verteilt hier. Ich könnte schwören, dass ich auch jemanden in die Wade gebissen hab. In die Wade gebissen? Ja, ja. Wie ein verflutet Puma. Aber das am Ende mit dem Alten, das war wirklich ein bisschen zu viel, glaub ich. Ja, aber ich hab rot gesehen einfach. Es ging um meinen kleinen Bruder. Sieh, dann musst du ihn schlagen und ihn nicht am Hals packen. Aber sieh, 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 sowas passiert, ey. Im Einfach des Gefechts. Wisst ihr, was hat der Unterschied zwischen Western-MP, was wir jetzt gerade hier gemacht haben und GTA? Was denkt ihr, was in GTA passiert wäre, wenn wir das irgendwo gemacht hätten? Mit einer anderen Gang oder so. Die Leute sich einfach prügeln, Junge. Da war der größte Krieg entstanden. Wir haben echt gut ausgeteilt, oder? Und hier lachen einfach alle. Und nur NPC sterben. Ich glaube, sieh, drei von uns standen noch, ey. Wir, wir standen alle. Ja, ja, wir waren die Letzten, die standen. Last Man Standing. Und Barry hat sich draußen noch mit dem Barkeeper geprügelt. Da hab ich mich auch nur eingemischt. Ich hab zwar so getan, als würde ich die auseinanderhalten, aber den Klatsch hab ich denen trotzdem gegeben. Hast du gehört, wie ich nach Hilfe geschrien hab? Ja, ja, deshalb kam ich ja rausgerannt. Eieieiei. Aber du bist auch gut verteilt, Juan Carlos. Ich hab mit deiner Schwester einen zusammen an der Bar verprügelt, ey. Naja, der ist ja nur bewusst, du hast doch nicht mitgekommen, ey. Der Arzt kann dem halt helfen. Der hat uns halt komplett alles angestachelt. Er war doch auch derjenige, der eine verfluchte Knarre in der Hand hat, ey. Äh, Monsieur Detain? Nein. Äh, falscher Tisch. Falscher Tisch, ja. Monsieur Detain ist nicht hier, ey. Der ist, glaube ich, oben am Büro. Ich verstehe. Merci. Si, si, si. Der Barkeeper hat gerade gesagt, dass er irgendwann einen Bart nimmt. Man, das musst du mir unbedingt zeigen. Ich glaube, er war drüben im Hotel, ne? Drüben im Hotel, ja. Sieben, sie reingehen, alles geradeaus. Linke Seite ist ein... Das kostet aber bestimmt wieder zwei Dollar. Ich lieber zum Segler. Ich gehe da manchmal ans Fenster, wenn mir langweilig ist, ey. Was? See, da hat man wirklich tief Einblicke in die... Ich hoffe nicht, wenn... Soll ich es Ihnen zeigen, ey? Nee, ich kann da eh nicht reingucken, ich bin zu klein. Ich kann den Escherlolen, der kann man benutzen wie ein Schemmel, ey. Ich weiß Bescheid, ey. Okay. Ich glaube, ich tue nur die Hände hinterm Rücken. Habt ihr diesen einen Mann nochmal gesehen, diesen Montgomery? Äh, nee. Ich dachte, heute wäre das wäre, aber... War wohl nicht... Weil dem will ich noch gerne eine kleine Lektion erteilen, ey. Eine ganz kleine, aber nur. Wieso? Warum? Wir sitzen auf den einzigen Stühlen, die noch ganz sind, ne? Falls euch das mal aufgefallen ist. Na, wegen der Sache. Am Flush unten. Ach ja. Ey. Aber siehst du, die Stühle haben wirklich gelitten, ey. Ich meine auch, ich habe jemanden gesehen, wie der einen Stuhl durch den ganzen Raum hier geworfen hat. Versuch, sie sind in den Holzspänen geflogen, wie Buben im Schägeberg. Und, äh... Warum stehen da drachen, die Scherisch? Ja, die versuchen jetzt... Einer hat wohl ein Messer gezogen, hat gerade einer gesagt. Also, ich bin's nicht gewesen, ey. Ich habe kein Messer. Ich habe jemanden währenddessen abgezogen. Erfolgreicher Abend. Ja. Das ist doch Sheriff, oder? Ja. Ich fühle mich wie neu geboren nach einem... ...weißen Bart. Ich habe sogar gerade den einen Typen angequetscht, Barry. Mit dir, der, wo er mit Juan Carlos vorhin geredet hat, die zwei. Aber das sind nette Männer, die zwei, ey. Ja, ich habe ihn gefragt, wie es ihm geht. Und er ist mir gedroht. Er saß da wie... Ich habe einmal abgedrückt, aber ich habe niemanden getroffen und bin sofort rausgerannt, haben wir getan. Das ist, wie gesagt, das ist aber die Funktion von Red Dead Redemption. Er zieht den Reviver dann, wenn du kein Target hast. Pfff, das ist eine gute Frage. In dem nächsten Salon. Claire! Ich brauche den Pass. Dann verschreien dir in der Draschen schon rum, ey. Ja, der Doc hat jetzt auf jeden Fall alle Hände voll zu tun. Wird mich mal interessieren, wie viel Jones jetzt bezahlen muss für die Inneninrichtung. Er hat auf jeden Fall eine großzügige Spende abgegeben. Hier ist ja auch einiges zu Bruch gegangen. Immerhin kann man das Ganze auf sein Konto schreiben, ey. Ja, deshalb habe ich auch richtig losgelegt. Bin ich ganz ehrlich. Also ich habe einen Tisch geworfen. Ein Stuhl, meine ich. Du hast einen Tisch geworfen? Ich meine Stuhl. Du hast einen Tisch geworfen. Anscheinend habe ich doch einen Schlag zu viel abgekriegt. Du hast einige Schläge zu viel abbekommen. Aber schon vor der Schlägerei. Warte mal, das ist nicht lustig. Es könnte aber doch auch sein, dass kein Messer gezogen wurde, sondern jemand gegen das Geweil da oben geknallt ist, ey. Oder mit diesen Hörnern von diesen Buffalos. Ich bin froh, dass die mich nicht da oben aufgehangen haben. Dann hätte ich nur zugucken können. Ja, erfolgreicher Tag. Mal wieder. Sie, wieso? Was gab es denn Erfolgreiches? Außer jetzt die Brügelei. Ich hatte ein super Gespräch, was den Saloon and Roads angeht. Dann wird noch das Problem mit den Pflanzen, ey. Wie handhaben wir das? Ach, wir haben das Problem. Wir? Na, wir drei. Bis auf Sie schon, ja. Welche Pflanzen? Warum geht es genau? Die Tabakpflanzen. Ja, habt ihr damit auch was zu tun? Ja. Habt ihr Tabakpflanzen geklaut? Nein, der hat uns das so aufgezwängt schon, kann man sagen. Und hat gesagt, hier, guckt euch das mal an. Ja, was genau? Wie man so Tabakpflanzen sieht und die gießt und so. Und das habt ihr auch getan? Nein. Also, eingefleunst. Also, er hat quasi gesagt, jo, mach das einfach und, ähm, ja, dann hat er gesagt, das alles dauert jetzt noch, ähm, so zwei Stunden und ich dachte, ich muss einfach bis zum nächsten Tag warten und dann ist alles gut, aber ich war so müde und hab dann einfach gesagt, jo, ja, kann ich nicht machen. Ähm, ich und Barry, wir gingen ins Bett gleich. Ah, und? Und, ja. Ich fühl mich wie er neu geboren müsste. Ja, aber der kann euch doch jetzt kein Geld abknüpfen für eine Sache, die er nicht getan hat. Leider. Ja. Na, es geht auch nicht darum, es geht darum, er will das Geld für den Schammer, ne? Ähm, jawohl, müsste er. Dann lass ich uns kurz nach oben. Das ist sein, sein Berufsrisiko, wenn er sich neue Farmer sucht und dann einfach sagt, hier, mach mal. Ja, aber der kann doch nicht davon ausgehen, dass Leute, die keine Ahnung davon haben, Kräuterkunde, Pflanzen und alles andere, dass die ihnen ein vernünftiges Produkt machen, ja. Ging halt nicht. Klingt, klingt, klingt wie eine Masche. Klingt wie jemand, was... Das ist bestimmt die Frau, die hier gerade reingekommen ist. No, das ist Mary, ey. Man nennt sie die Subkarre, die hat zwei Holzbeine. Die hat zwei Holzbeine. Nimm mal zu meinem Pferd, komm. Das wäre genau die Subkarre, ey. Man kann sie so... Wir verstehen uns, Carlos, wir verstehen uns. Ich merke das schon. Oh mein Gott, ich... Ihr seid verschrecklich schon wieder auf. Wie schon denn? Er ist einfach zu hoch. Ich sitze auf einem Stuhl. Ja. Ja, was haben wir heute noch vor? Na, ich muss verflucht nochmal, wir müssen mir 30 Dollar auftreiben. Zumindest muss ich 10 auftreiben, ey. Ja, der kriegt sein Geld nicht, mein Freund. Ich wollte gerade sagen, er kriegt sein Geld nicht. Oh, 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 oh. Ganz einfach. Was will er tun? Will er euch wegen 10 Euro, ach, 10 Dollar, ähm... Töten. Verletzen. Außerdem seid ihr mehr. Und man trifft sich immer zweimal im Leben. Aber doch keine 10 Dollar für einen Samen, die er irgendwelchen Fremden... Ich denke, es geht ihm nicht um den Samen. Ich denke, er berechnet uns einen Ertrag, der aus der Pflanze kommt. Ja, aber damit muss er rechnen, dass wenn er das drei self-fremden Personen gibt und sagt, ihr macht das mal, ihr kriegt das schon hin, muss er damit rechnen, dass irgendwas schief geht. Hört sich echt wie eine Masche an, was der Cody gesagt hat. Ja. Wie machen wir ihm das klar? Wer sagen denn das genau so? Wenn er es nicht versteht, dann sagen wir es ihm nochmal, nur mit einem Messer an. Wo ist denn der Treffpunkt? Wo trifft ihr euch? Hier im Stallion. Wann? Opa, Willi, ich habe erstmal anderes der P gefunden. Ich glaube, so weit werde ich da nicht zurückkehren. Tschüss, Leif. Aber schlaf gut. Man könnte das Gespräch auch ein bisschen weiter nach hinten verschieben in den, in den, Richtung Wald. So. So. Hab ich mich jetzt schrocken. Kann ich Ihnen noch was anbieten? Für mich nichts, danke. Für mich auch nichts, nein. Für mich ein Beispiel, bitte. Ich glaube, da sind Sie der Herr, der hier ein Bad nehmen wollte und Milch haben wollte. Ich wollte ein Glas Milch, tatsächlich, ja. Mit dem Bad kann man grünen nehmen. Na, ich wollte nur Eiswürfel. Ja, das finden Sie hier auch nicht. Nur Eis, nur Eiswürfel. Du bist so ein Verbrecher. Oh, 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 oh. Da sitzt du unschuldig und dein Bad strechig. Du bist der größte Verbrecher. Ich suche meinen Hut. Haben Sie meinen Hut gesehen? Wen? Mein Hut. Ihr Hut? Ei. Grün. Ach, keine Ahnung, Mister. Mehr eine Mütze als Hut. Meine Stühle sind hier kaputt und mein ganzes Inventar und sie fragen mich nach einem Hut. Der ist aus der Heimat. Tut mir leid. Ja, okay. Ja, dann suchen Sie mal weiter. Aber einer lag drüben beim General Store, bei Tommy auf dem Boden. Ich habe den hier am Pokertisch verloren. Kriege ich meine Eiswürfel oder wie sieht das aus? Mister. Äh. Was auch immer haben Sie da brauchen für Würfeln. Nein. Wir haben sowas nicht. Eiswürfel. Nee, haben wir nicht. Tut mir leid. Liegen wir nicht an. Was sind Sie denn für ein verfluchter Schalom, ey? Ähm. Ein bisschen mehr Respekt, Mister. Ich meine, wir können das Ganze gleich wiederholen, Mister, wenn Sie möchten. Ich habe seinen Hut gefunden. Was soll das denn bedeuten? Dass Sie sich langsam mal, ähm, ja, etwas Respekt verschaffen sollten. Meinen Sie wirklich, ey? Ja, das meine ich, Mister. Wir haben noch gerade eben zwei Mal ein Drachprofil bekommen. Wollen Sie das noch einmal? Also, das da vorhin war ja eine Salon-Schlägerei, Mister. Wenn Sie sich jetzt mit mir anlegen, dann wird das schlecht für Sie. Also, kneifen Sie. Ich kneife. Okay, Sie wollen nicht die Grei. Kommen Sie her, Mister. Oh, 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 Scheiße. Ähm. Oh, ach. Wir können gleich reden, wenn das fertig ist. Da sind wir uns einig. Boah. Da sind wir uns einig, oder? Das ging schnell. Verdammt, ich grausche mal, ey. Äh, Gentlemen, ich glaube, Ihr Schutz wird heute nicht mehr benötigt. Also, falls Sie aus der Stadt reiten wollen oder so, tun Sie sich keinen Zwang an, ja. Alles klar, danke. Äh, mit dem Transport heute wird das noch nichts. Äh, wie sieht das mit morgen aus? Steht das morgen, oder? Kriege ich jetzt ein Schiff, oder? Eine gute Frage, ich bin gerade am, äh, um Erzählen halt. Das, äh, Unternehmen ist ja noch neu. Er hat etwas im Leben geboxt, Douglas. Schätzen. Äh, Doc. Wir haben, glaube ich, eine bewusstlose Person im Salon. Dann wieder. Ja, der Barkeeper hat sich geprügelt. Ja, ich geh mit Marcel. Ich kann mich leider nicht aufteilen. Was soll ich jetzt machen? Okay. Hier ist er, ich bin bei Ihnen. Ja, im Salon. Im Salon, okay. Ich beheil mich. Ich bin so klein, weil ich so klein sein wollte. Ich bin halt flink, Alter. Ich bin ein flinker Cowboy. Mir gefällt das, aber wir müssen, das wird geändert. Weil ich glaube, es gibt so einen Singfehler, wenn du den kleinsten Charakter hast, äh, ab, guck mal, jetzt die Augen. Es gibt Merkmale an meinem Charakter, die ändern sich immer. Manchmal bin ich auch ganz groß und so. Ist ein bisschen buggy. Aber ich hab das schon mit einem Deft so so gequatscht. Was genau meinst du, ey? Ah, okay. Ohne kleine Beule. Alles klar, ich wollte nur beschädigen. Ihr habt doch genau geschehen. Sie wollten mir einen Stutzen zuschlagen. Das ist interessant, ey. Ich habe versucht, ihn zuzuschlagen. Sie haben gesehen, wie sie gezuckt haben, ey. Sie verlassen jetzt den Salon, Mister. Das war eine ehrenvolle Schlägerei, Ferdin. Nein, das war keine ehrenvolle Schlägerei. Gut, ich verlasse den Salon, ey. Sie sind einfach ein schlechter Verlierer, ey. Sie haben keinen Respekt und keine Ehre. Ja, das ist der P. Ja, es gibt Poker und so, aber habe ich noch keinen Tisch gefunden. Ja, Barry. Ja? Ja, Cody. Du hast mich gerade Barry genannt. Nein, glaube ich. Ich gehe mir ein Bad nehmen, ich bin dreckig. Okay. Ja. Kann ich mitkommen? Kann ich mir das sparen? Ey. Wartet ihr kurz? Wo ist der vorhin? Wenn ich darüber finde, der ist drüben. Mach dir nichts draus, Juan. Ei, ei, ei. War das hier, Mary? War das hier, Mary? Ich hoffe. Good evening, Mr. Good evening. Irgendwo hier muss man baden können. Ich weiß noch nicht, wo. Aber wir suchen nicht. Wir suchen nicht. Achtung. Ah, warte mal. 100, 100 Dollar. Okay. Muss ich mir merken. Wusste ich auch noch nicht. Man kann Hotelzimmer kaufen. Okay, hier ist keine Badewanne. Du musst, ja. Du musst unten links. Unten links? Ja. Ich will mich umgucken. Tatsächlich kann man da nur alleine rein. Zum Glück. Und ich glaube, es gibt... Ja, danke schön. Und den. Ne. Zwei Dollar. Zufällig einer hat zwei Dollar dabei. Oh Gott. Ich habe noch genau fünf Penny-Stacken, eh? Aber ich könnte kurz auf die Wand gehen. Ach, Quatsch. Barry, holg aus die Kohle. Hier. Geht nicht alles auf einmal was. Dankeschön. Boah, Juri, die... Oh mein Gott, Juri, komm, Witze. Ehrlich. Es gibt doch Russen hier, ne, im FP? So, wir nehmen uns jetzt ein Badjet. Oh, geil. Wischi, waschi, wischi, wischi, wu. Bestellen Sie ein Luxusbad. 45 Jahre, war, Alter. Waschen. Ja. Ich bin mir zu 100% sicher, dass er das overbringt, oder dass ich gleich sauber bin. 32 Slots hat der Server. Typisch 5M halt, ne? Aber White ist das full, 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 full. Modding nicht, aber man kann... Soweit ich gelesen habe, ist das relativ easy. Features, Sebastian, hier mit Lua und so. Also einen Slava, der könnte halt... Aber ich bin noch ganz ehrlich, Juri, warum wieder was eigenes machen, wenn man sich schon bestehenden Projekten und die Devs hier im Projektleiter sind super nett, Alter. Sind super nette Menschen. Warum nicht einfach unterstützen? Anstatt wieder die Szene so zu spalten und wieder 500.000 andere Server aufzumachen. Wie in GTA schon. Ich verstehe auch noch nicht, warum Red M noch nicht das Update bekommen hat, wie 5M das 64 Slots oder 128 Slots zur Verfügung stehen. Ich glaube, die hinten... Ich glaube, da muss... Da muss man mal nachfragen. Ich bin mir nicht sicher, ob das echt was bringt. Aber ich glaube, wenn wir beenden, bin ich wieder sauber. Aber es ist echt eine nette Abwechslung und fühle ich sehr. Fühle ich echt sehr. Vor allem... bei so einem familiäres RP. Jeden, den du triffst, hat absolut Bock. Hat seine eigene RP-Story und diese Immersion und diese Kreativität. Das ist einfach was ganz anderes als GTA und ich hoffe, dass das für immer und ewig so bleiben wird. Papierkorb, danke für den Prime machen. Also ich kann jetzt mal eben kurz zwei, drei Minuten nutzen. Simba, danke schon für den Prime im Elften. Noch einen Monat bis ein Jahr. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, und ich hoffe, dir geht es auch gut. Und Dankeschön. Heiner, vielen lieben Dank für den Prime Sub und herzlich willkommen. Crash, Dankeschön für den Prime im Sechsten. Moe, hatten wir vor, denn Dankeschön für den Prime im Zweiundzwanzigsten. Fanky, danke für den WeSub im Einunddreißigsten. Bayblade, danke für den Prime im Siebzehnten. Eui, eui, neue frische Ware holen, oder wie? Yes, sir. Fallout, Dankeschön für den Prime im Vierten. Flakes, Dankeschön für den WeSub im Zweundzwanzigsten. Chitonka, Dankeschön für den WeSub im Siebten. Lübd, Zeriko, Dankeschön für den WeSub im Sechzehnten. JJ, hatten wir vorgelesen. Karibik Frank, Dankeschön für den Prime im Elften. Apophis, danke für den Prime im Dritten. The Headbanger, Dankeschön für den WeSub im Siebten. Wolfpack, Dankeschön für den WeSub im Vierunddreißigsten. Pineapple Fanta, schmeckt übrigens ziemlich sexy. Danke für den WeSub im Zweundzwanzigsten. Joni, danke für den Prime im Zweundzwanzigsten. Pixabum, danke für den WeSub im Siebtenzwanzigsten. Ich küsse dich zurück. Chase, danke für den WeSub im Zweunddreißigsten. Maschuk, danke für den WeSub im Zweunddreißigsten. Bye, have you done this for time? Don Calimero, Dankeschön für den WeSub im Zweundzwanzigsten. Hihi, morglich, Bubi. Dankeschön. Aponi und der Dinges. Ich bin halt ganz am Anfang, ganz am Anfang der Story. Ich muss komplett reinkommen weiter. Das war ganz anders als GTA. Und ich hoffe so sehr, dass das hier niemals von rechts gepusche Bretter und Mauer hinterm Pferd bauen kommt. Sondern, dass einfach nur RP gemacht wird. Es einfach nur auf RP ankommt. Es scheißegal ist, ob man verliert oder gewinnt. Und einfach nur Storys hat. Ehrlich, ich hab so Bock auf Storys, ne. Glaubt mir, ihr könnt euch das nicht vorstellen. PIXABOOM, Dankeschön für den Prime im Sechsten. Gewitterwolke ohne Ehe, Dankeschön für den Prime im Zweiften. Captain Germany, Dankeschön für den Prime im Zweiften. Ömekis, Dankeschön für den Gifte, dann Schmini. Nilze, Dankeschön für den We-Sub im Sechzehnten. Howdy, Partner, was geht. Virus, Dankeschön für den We-Sub im Zillen. Und Tukulu, Dirk, Dankeschön für den Prime im Dreizehnten. Moritz, Dankeschön für den We-Sub im Siebten. Ich hab echt nichts vorgelesen. Andi, Digitala, Dankeschön für den We-Sub im Sechzehnten. Chappi, Dankeschön für den Prime im Zweiften. Oh mein Gott, so viele. Und ich hoffe, wenn ihr mir das nicht böse nehmt, Dankeschön noch an den Rest, den ich jetzt nicht vorgelesen hab. Oder sogar vergessen hab, vielen lieben Dank für euren Support. Dankeschön. Und Quantik, Dankeschön für den Prime im Dreizehnten. Ich hoffe, dass da nicht gleich wieder der halbe Server so ein Gangster-Charge spielt. Hab ich tatsächlich zum Juri auch gesagt, als ich dem zugeguckt hab. Sag, ich hoffe, dass nicht einfach alle wieder so Banditen spielen und ich abwacken und so. Aber so wie es jetzt aussieht, nein, nicht mal Juri ist ein Bandit, desto Geschäftsmann. Ich hab aber noch nicht einmal mitbekommen, wenn mir Peter hat irgendjemanden da überfallen wurde oder so. 37 Mal steht aber, da Quantik. So, in Red Dead Redemption 2 Gang, was da will ich mich schon... Halt die Klappe. Ich geh jetzt raus, ich glaub, ich bin sauber. Ich hoffe es. Anscheinend nicht. Doch, wenn ich. Ich würd so gerne noch mal... Die Brille einfach wegmachen, alles. Ja, man kann ja einfach jagen gehen und die Fälle abziehen, die Fälle verkaufen und das Fleisch auch verkaufen. Ist quasi wie Red Dead Redemption online. Du kannst ja auch hingehen... Hier vorne, hier gibt's so eine Makleranzeige, da gibt's auch ein Brett, dann kannst du diese... Wagen fahren und Waren überall hinbringen und alles Mögliche. Ein Serienmörder als Charakter. Froh, du bist du es. Ich hasse euch, Alter. Hat dein Stream besser zum Einschlafen, danke schön. Mr. Hau drauf, Wifi, vielen lieben Dank für den Resetup im 25. Monat. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich hab sehr viel Spaß. Und ich entdecke immer wieder was Neues. Interessant. Interessant. Wir liegen. Warum kommt das? Was ist da los? Es gibt schon Dulli-Charakter. Was heißt Dulli? Nicht so wie in GTA, sondern einfach Hinterwäldler, ne? Wo ist dein Bruder, Mary? Wir haben das schon geklärt, oder nicht? Mary? 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 Come on, Mary! Ich weiß nicht, was ich? Wo ist denn jetzt Mr.Fargo hin? Ich weiß nicht. Barry, hab ich gesucht. Hier bin ich. Ich bin wieder sauber. Ja, du stinkst auch nicht mehr so. Deine Schwester war kurz im Stall, die ist irgendetwas machen. Na guck mal, da hinten ist der Mann mit dem Tabak. Welcher? Der mit der Weste, dem weißen Hemd und dem Zopf. Mit dem Zopf? Ja. Henker, wenn ich der P mache, mache ich immer so Freestyle. Danke, dass du mir übrigens geholfen hast mit dem Barkeeper. Ich denke mal, ich gehe in Richtung Text-Collector. Er war echt groß, ich habe ein bisschen Angst, deswegen habe ich deinen Namen geschrieben, als ob ich ein kleines Kind wäre. Ja. Ich habe doch nach Hilfe von Cody gerufen, als der Barkeeper mich draußen gepackt hat. Guck mal, jetzt sind meine Augen wieder komplett anders als vorher. Und die Haut ist auch viel heller. Ja, Henker, ich mache auch schon jahrelang schon der Pena. Ich habe da keinen Stress mit. Wollte der nicht mit euch reden, der Tabakmann? Eigentlich schon. Karen, mir ist alles gesinkt, wie bei 5M. Aber vielleicht ja auch nicht, vielleicht will der ja auch nur bloß mich verraschen. Ja, Henker, ich hoffe, dass er das Problem fixen wird. Ja, dann kommen wir einfach mit zum Gespräch. Kommen wir einfach mit zum Gespräch. Ich bin ganz ehrlich, mich triggert sowas. Da geht meine Emotion flöten. Jetzt gerade sind nicht so schlimm. Heute Mittag war ich ja heute mal riesengroß einfach. Ich denke mal, es liegt einfach daran, weil der Zink... Ich kenne halt, ich kenne ja 5M, ich kenne die ganze... Ich kenne alles. Das hat gewisse Konstellationen von Charaktereigenschaften, die man wählt. Das ist zum Beispiel nicht die Narbe, die ich habe eigentlich. Das ist eine ganz andere Narbe. Ne, das Kleine habe ich mir ausgesucht. Aber ich glaube, dieses Kleine verursacht diese Zinkprobleme vom Charakter. Es gibt zum Beispiel in GTA selber Zinkfehler, wenn zu viele Spiele auf einem Fleck sind. Die haben dann auf einmal Frauen, Männer, Männergesichter und andere Haarfarben. Was mir auch schon passiert ist hier. Ich habe den kleinsten Wert genommen, den es gibt, Henker. Und ich glaube, das ist das Problem. Das verursacht Fehler. Und weshalb muss ja, muss ja daran liegen. Ich habe bisher keinen Charakter gesehen, der die kleinste Stufe hatte. Und wenn nur ich die Probleme habe. Eigentlich ist das, eigentlich ist das gar nicht so schlimm, aber es triggert mich halt, ne. Du spielst einen Charakter und sagst, jo, ich bin vielleicht kleiner als alle anderen. Und dann, und dann, weiß ich, es ist halt Charakterindividualisierung. Das wäre jetzt so, als wäre der Barkeeper hier aus der Bauformer winzig. Oh, da hat jemand weggeworfen. Das habe ich doch gesehen durch die Fensterscheibe. Was habe ich doch gesehen? Die Frage ist jetzt nur, kann man da dach sein? Anscheinend nicht. Wenn man Items hier wegwirft, bleiben die übrigens auf dem Boden liegen. Wie man gerade sieht, aber der hat doch da in die Ecke geworfen. Kann man leider nicht aufheben. Ja, Henker, kein Stress. Alles gut. Vielen Dank. 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 Habt ihr irgendwas geplant? Wollt ihr irgendwo hin? Nein, das geht nicht. Oh. Der Hut ist ja viel schicker als meiner. Super, Geld gespart. Habt ihr irgendwas vor, Mary? Ähm, ich glaube nichts festes so. Ähm, zwei Tassen Kaffee. Okay. Oh, bo-bo-bo-bo. Oh-bo-bo-bo. Oh-do-do-do-do. Kleiner Decks, Dankeschön für den Prime im 28. ebenfalls. Und Noxfordang für den Prime im 19. Ja, Juri, ich bin ganz ehrlich. Ich seh dich in der Red Dead Redemption Pommes. Aber du brauchst in dem Spiel keine MLOs, weil die meisten Sachen... Das heißt, die meisten hält ja so gut wie alles es auf. Und hat ein Interior. Das wär auch mal Abwechslung für dich. Nicht den ganzen Shit nur für GTA immer bauen. Ich würd tatsächlich, wenn wir sowieso grad nix zu tun haben, gleich mal zum Fluss gehen ein bisschen. Ja, wir machen, ja. Wie gefällt dir mein neuer Hut? Den hab ich mir neu gekauft, der hat 10 Dollar gekostet. Echt? Ja. Jetzt hättest du nicht so laut schreien sollen, ey, der Hut ist ja viel schicker als meiner. Ja, damit der Whitelast das halt ein Problem ist. Es gibt Killer-Appealer, die auf den Server wollen, Alter. Oh, du hast auch einen neuen Hut. Oder? Der steht dir viel besser als der vorherige. Dann nehm ich den Gladner mit, oder nicht? Ja. Aber irgendwie tut mein Genick wie, weil ich immer hochgucken muss. Du bist einfach zu groß, Barry. Aber warte, das können wir ändern. Deutlich angenehmer. Ja. Wie geht's denn da oben so? Gut. Die Luft hier unten ist ziemlich schlecht. Gut. Ich hab nur das Gefühl, dass meine Augen sich andauern und verändern. Und irgendwie tauchen neue Narben auf. Ja, ich wirst sehr müde. Ich würd halt ehrlich nochmal zum Fluss gleich. Sag mal, war die Narbe an deinen Augen denn nur aufgemalt, oder wie? Ja, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Anscheinend hab ich eine neue durch die... Schlägerei. Ich weiß von keiner Schlägerei. Ich hab nichts mitbekommen. Haben Sie den Sheriff gesehen? Äh, nein. Tatsächlich nicht, nein. Die waren doch gerade 20. Oh Gott. Ja, die sind... Ha? Die sind irgendwie verschwunden. Okay. Gut. Wir sollten mal hier eine Strafe einführen, dass die Pferde angebunden werden. Ansonsten ein Dollar Strafe. In Glasgow hätte man die einfach erschossen. Zum Glück sind wir nicht in Glasgow. Aye. Wie, Ei. Ja, Ei. Ja, was wird er jetzt mit dem Ei? Frag ihn. Frag ihn, Barry. Frag ihn. Hey. Sag mal, was ist jetzt mit dem Ei, wovon du erzählt hast? Sie scheinen sich dafür nicht zu interessieren. Äh, Schirr-Sauce. Möcher-Typ. Ich hab das jetzt mit dem Ei auch nicht verstanden. Und, ist der Sheriff bei uns auf Schliche gekommen? Ach. Ich glaub, ich weiß, was so ein Ei der meint. Ich hab hier übrigens noch was. Sie versteht das so nicht ganz. Wissen Sie? Eine Frau als Sheriff und... Naja. Eine Flasche Brandy. Sie wollen eine Flasche Brandy haben? Nein, nein. Ich hab hier... Ich geb hier meine. Oh, Mist. Warum? Weil ich... Ich trink kein Alkohol. Sie trinkt kein Alkohol? Bevor ich die Flasche wegwerfe. Nee, ich trink tatsächlich keinen Alkohol. Okay. Aus welchem Grund, Mister? Ja, ich nipp zwei, dreimal dran und bin sturzbesoffen. Das ist mein Problem. Mein Körper verkraftet dann nicht so wie bei euch Großen. Wie sieht's mit Zigaretten aus? Und Zigarren, Mister? Zigarren, da bin ich definitiv mit ganz vorne dabei. Verstehe. Aber die sollen sehr teuer sein, hab ich gehört. Ähm... Naja. Zigaretten haben hier im Staat ihren Preis. 80 Penny pro Stück, ey? 80 Penny pro Stück? Ja. Ah, fast ein Dollar. Pro Zigarette oder pro Packung? Ein Back fast für die Zigarette, ey? Und 35 Dollar wohl eine Packung Zigarren. Müssen dann aber gute Zigarren sein, das ist der Preis. Ja, handgerollt, ey? Ja, ja, der Preis ist ja dann in Ordnung. Haben Sie dann eine Packung Zigaretten? Hm... Jetzt gerade nicht mehr, aber ähm... Etwas später schon. Ich warte auf die Lieferung. Apropos Henker, bist du noch da? Ist das da eigentlich? Wer ist der Herr mit dem Pancho? Ach, Juan Carlos. Juan Carlos, okay. Er klärt es seine Gauze. Wer schwindet das Wald, ey? Legt das sofort wieder zurück, du Dieb. Felddieb, Juan Carlos. Du bist ein Felddieb. Das hab ich gefunden auf dem Boden. Ja, es gibt aber Leute, die... ...dem wird schwindelig. Und die müssen sich kurz hinsetzen. Und dann lassen die vielleicht Sachen fallen. Achso. Stell dir vor, die ist schwindelig und du setzt dich hin. Und verlierst deine Zigarre und jemand anders kommt und hebt sie auf. Ja, dann würde ich mal sagen, ich habe Pech gehabt, ey. Der ist eiskalt. Okay. Hier ist alles in Ordnung. Aber gut, ich leg's schon nur, gell? Das einzige Problem, was wir gerade haben, ist, dass wir auf die Zigaretten warten. Wieso legt der Mexikaner jetzt sein Feld hin? Weil der Besitzer unbekannt ist. Der Besitzer ist unerkannt und soll es halt mitnehmen. Ja, aber ist irgendwo Diebstahl, oder? Ach, ich hab kein Alkohol. Warum, das sind sie... Das ist kein Diebstahl, wenn sie das nehmen. Ich bin kein Gesetzeshüter. Ich bin kein Gesetzeshüter, aber ich will auch nicht gehängt werden für den Fell. Ja, aber ich will ein Gesetzeshüter. Ach, für den Fell gehängt werden. Wie sind Sie Gesetzeshüter? Ja, ich bin Gesetzeshüter. Ja, dann... ...sehe ich Valentine schon untergehen. Was soll denn das heißen? Ja, wenn sie erlauben, Fälle zu klauen. Das ist kein Diebstahl. Das ist kein Diebstahl. Das ist kein Diebstahl. Das ist ein Schlamm von Valentine liegt. Der Besitzer muss der Fell ja wirklich mürgen. Der Weg ist voll mit Schlamm, Scheiße und sonstigen Exequenten. Naja, aber es ist ja trotzdem noch was wert. Aber da kommt der Besitzer anscheinend. Dann hat sich das ja geregelt. Dann hat sich das ja geklärt. Dann liegt es immerhin nicht mein Weg rum. In Simms Horricks, Fall gelöst. Fall gelöst. Boah, mich wird interessiert, wie viel der verdient, der Sheriff. Fall gelöst. Naja, ich weiß ja nicht, woher sie kommen. Aber das ist Valentine. Ja, ich merke das schon. Ich muss mich an einige Sachen noch... Barry, hast du Durst? Nein, ich habe nur Husten. Bist du sicher, dass du keinen Durst hast? Oder sind die da oben wieder zu Gange? Im Salon? Alles gut. Vielleicht sind die da wieder zu Gange. Scheint schon. Naja, in der Großstadt lief das ein bisschen an. Und das ist jetzt hier in Saint-Denis. Ach, sie kommen aus Saint-Denis. Was haben sie da gemacht, Mister? Jeden Menschen, den ich treffe, fragt immer... Where kommen sie? Wie heißen sie? Naja, sie haben selber gesagt, dass sie aus Saint-Denis kommen. Genau, das ist eine Information, die ich freiwillig rausgebe. Verstehe, verstehe. Ein geschlossenes Buch. Und Juan Carlos. Siehst du, der Besitzer vom Feld kam gerade. Da hat er mitgenommen und ist sofort weggerannt. Ach, sie? Mhm. Ich habe dir doch gesagt, dass du halt irgendjemanden... Ja. Aber der Sheriff stand gerade hier und meinte, es wäre kein Diebstahl. Also beim nächsten Mal kannst du... Kannst du da einfach mitnehmen. Verstehen Sie, was ich finde, darf ich behalten, ne? Mhm. Ja. Ja, Riesel, fahr mal. Da wollte ich sowieso nachher mal hinreiten. Weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Was denn? Zeig ich euch dann. Haben Sie schon mal von dem Ort Amadello gehört? Sie. Hat ein Cousin vor mir gewohnt, aber der wurde krank, der Arme. Hatten Sie Kontakt mit Ihrem Cousin in letzter Zeit? Ist er verstorben, oder was? Weiß ich gar nicht. Ich habe schon länger nichts von dem gehört. Er ehrlich gesagt, warum? Wegen der Seuche. Was für eine Seuche? Erkundigen Sie sich doch mal einfach beim Arzt, beim Doc. Na. Aber wir sind der Sache auf der Spur, ne? Wir sind uns auch da noch nicht hundertprozentig sicher, was da vorgefallen sein könnte. Mensch, ich kann den jetzt nicht besuchen gehen, Aljon, gucken, ob alles in Ordnung ist. Auf gar keinen Fall. Ich würde das nicht machen. Aber wir sind auch schon dabei, Leute, die hier in die Stadt kommen, zu untersuchen. Wir sind hier im Weltall. Also wenn ich da jemanden brauche, um sich das Ganze mal genauer anzuschauen, dann komme ich mit, hein? Ich würde Sie tatsächlich fragen, ob Sie da ein bisschen genauere Informationen haben, wenn Sie schon jemanden kannten, der daran erkrankt ist. Entschuldigung, wer hat gemeint? Ich werde mir auf jeden Fall, ich werde das auf jeden Fall hier ein bisschen bespielen. Und vielleicht ist das auch für die nächsten, ja, vielleicht, ja, vielleicht bleibe ich auch hier einfach und zocke einfach meine Fee. Weil, holy shit, wir stehen hier im Kreis und die Leute machen Storys. Mit Hand und Fuß. Das ist nicht einfach irgendein dummes Gelaber, um Langeweile zuzuschlagen. Das ist einfach, das sind Storys. Ich liebe es. Ich bin verliebt. Man braucht die Vollversion von Red Dead Redemption. Nicht nur die Online-Version. Wo sind... Ja, Henker. Hier, Henker, was ich sagen wollte. Du hattest ja das Interaktionsmenü von den Animationen auf Backspace gelegt, ne? Das große Problem ist jetzt aber, wenn du... Weiß nicht, wenn du jetzt hier irgendwo stehst und du drückst die 8 und du machst eine Animation und drückst dann aber Backspace, um wieder aus dem Animationsmenü rauszukommen, hast du, wenn irgendwas in der Nähe ist, das andere Animationsmenü auf, ne? Warte, ich kann dir das mal kurz demonstrieren. Und ich will dich damit nicht nerven. Ich bin da nur so Feuer und Flamme. Ich bin... Das ist... Hallo. Guck mal, wenn man nicht hier am Stuhl geht, ne? Hat man dann dieses Dings... Ich sag jetzt mal, jemand sitzt hier und ich drück 8 und... Ich will das Glas reinigen. Wenn ich dann aber auf Backspace drücke, öffnet sich das auch. Achso, kannst du das vom Skript her... Kannst du das vom Skript her nicht einfach auf den Angriff-Taste legen? Was zum... Ja, ich hab 4 gedrückt. Ich hau mal kurz einfach den Nagel hier rein. Gibt kein Gambo hier, Alter. Ich find halt auf RPS7 ist die Menüführung, das A und O. Das ist einfach so das Spielgefühl, dann ob wir sich flüssig spielen, das ist noch nicht. Ups. Naja, hier pusht man gar nicht, zum Glück. Und ich hoffe, da hat auch jeder, der hier draufkommt... Ich mein, White lässt das eh zu. Und der hier irgendwie ein Gambo macht wie ein GTA, Alter, der sofort weggebannt wird. Nee, nee, hier wird nicht geflickt. Ruhe. Muchi, das ist Cody Bourbon. Aber in einer anderen Version. Und der Charakter kommt aus Saint-Denise und der Charakter war Text-Kollektor. Also Schuld-Eintreiber. Und der hat ein ganz besonderes Hobby und seine Hobbys sind Kräuterkunde. Also der sammelt gerne Pflanzen. In die Richtung hab ich ihn bisher mit dem Doc schon erpaet, dem ich dann Pflanzen liefern werde, gegen ein kleines Entgelt. Und ansonsten mach ich das einfach Freestyle-mäßig und guck, was auf mich zukommt. Gambo, Jamal, Alter. Wenn du hingehst und einfach mit Leuten dich, wenn du knattern gehst, Junge. Wenn wir jetzt zum Beispiel zu Juri gehen würden, Alter, und würden sagen, yo, die Goldschmiede gehört jetzt uns und wir knallen den einfach ab. Wie, Kacke. Nachtschicht. Der ganze Mist. Das Problem bei dem Ganzen ist, ähm... Das hab ich in Mexiko oft erlebt. Das hat ganze Dörfer ausschladiert, eh. Wenn die Idioten in die Wasserlöcher scheißen und denen sie trinken, eh. Eif und sowas gehen wir auch aus. Dass das Wasser vergiftet ist. Das Grundwasser, ja. Also, verunreinig. Seien Sie froh, wenn Sie da überhaupt noch Wasser finden. Das haben Sie da schon mal. Nein. Aber ich hab gehört, es war sehr traurig. Ja, da ist die Flucht. Da ist doch der große Shea, eh. Die haben in der Nähe von Arpadillo, das ist direkt an der Grenze zu Mexiko. Da ist ein riesengroßer Shea. Sie scheinen sich da sehr gut auszukennen, Sir. Si, si. Ich glaube, Sie wären eine große Hilfe, wenn Sie uns da begleiten würden bei der Reise. Das würde ich sagen. Und dann würde ich aber auch noch sagen, dass wir vielleicht Mr. Dayton mitnehmen. Er ist zuständig für den Neuen Augustin. Ah, der Shea, ja, ja, natürlich. Natürlich, ja. Den nehmen wir ja gerne mit. Oh, hast du dich umgezogen? Mhm. Ich hab euch die ganze Zeit gesucht. Wisst ihr, wo man so eine Laterne für die Nachtherren herbekommt? Ja, beim Büchsenmacher. Beim Büchsenmacher. Mhm. Und der ist mit Sicherheit gerade nicht hier, ne? Der ist relativ teuer. Ach. Kriegen soll er dann nämlich mit dem Bügel. Vielleicht ist seine Aushilfe hier. Mhm. Sollen wir gleich noch ein bisschen zum Fluss? Wenigstens den einen oder anderen Penny verdienen. Wir machen. Die Stadt war gerade voll und dann auf einmal kam der Sheriff und hat nachgefragt, ob hier eine Schlägerei war und auf einmal war die Stadt wieder leer. Ja, das ist wie der Saloon vorhin aussah. Überall langen Leute bewusstlos auf dem Boden. Homebrain-Rowplay, ich werde den für morgen verlinken. Wieso hat der Sheriff damals nicht einfach gesagt, dass er eine Prügelei war? Der Barkeeper so sehr dahinter her war, das zu verheimlichen. Ich denke mal, der hat ja auch eine Schenklizenz und alles. Vielleicht kann er die dadurch verlieren. Das mag sein. Das passiert vielleicht, wenn die das machen im reichen Viertel von Santa Denise. Aber... Ja, wer weiß. Wer weiß. Aber fluchte Scheiße. Der halbe Saloon da oben rechts ist komplett erschossen. Aber du hast wahrscheinlich recht, Juan Carlos. Weil der Sheriff meinte gerade auch, jetzt hat er geklaut, dass das wäre okay. Das ist ja auch nichts Verwerfliches, ey. Wenn Männer ein Disput haben, dann sollen sie sich gefälligst die versuchten Schneidezähne raussprügeln, ey. So gehört sich das nun mal. Außer der alte Opa und seinen Freunden, die haben mir ein bisschen leid getan im Nachhinein. Ich habe übrigens im Hotel unten mal nachgefragt. Ein Zimmer kostet 100 Dollar. Aber ist nicht Miete, sondern der Zimmer gehört tatsächlich dir. Wenn ich im Hotel schlafen will, weil mir der Rücken wehtut von der Zelt, dann gehe ich einfach immer ganz oben. Das ist der Geheimdrege. Sie sagen, sie werden vom Reinigungspersonal und gehen einfach oben rechts in das Zimmer. Oder du zahlst einfach zwei Dollar und schläfst in der Badewanne. Aber dann wache ich am Morgen auf wie so ein Frosch mit so krumpeliger Haut. Frösche haben schrumpeliger Haut? Kröte meine ich, ey. Verdammte Scheiße. Kröte, Frosch, ey. Boah, die Laterne hat er mir angetan, ehrlich. Laterne? Dann hol dir doch einer. Ja, beim Büchsenmacher. Wer ist der Büchsenmacher? Ich kann dir zeigen, wo du kannst schorgen. Welchen Laden? Wo? Venga, ich sag's. Warte, zählt denn dann schon wieder Barry? Ich habe doch gesagt, vielleicht ist deine Aushilfe da. Aber du hast nichts drauf geantwortet. Ich bin sogar schon hingegangen. Drei oder vier Dollar. Das kostet zumindest zwei Dollar, ey. Nein, mindestens zwei Dollar, ey. Ja, und dann drin. Ja, ein Dollar, glaube ich. Ein Dollar. Aber wenn du ganz klug bist, dann schraubst du einfach die hier vom Tisch, ey. Da wären wir ja schon wieder beim Diebstahl. Oh, das ist, ähm. Wer schwindet das bald, ne? Ein Dollar. Hast du denn dabei? Mhm. Sag mal, Barry, kannst du mir einen Dollar pumpen? Na klar. Das ist sehr nett von dir. Kannst du was? Hier, Cody. Ja, nein. Pumpen. Dankeschön. Ja, pumpen. Wie, ne? Du pumpst doch auch Wasser. Bruder, ich habe keine Ahnung mehr, wie man die Waffen und Dings zieht. Wie man da... Oh mein Gott, Alter. Das war mal auf Kuh. Wie ging das nochmal? Spirit, das gibt schon lange Red Dead Redemption AP. Der eine Server, der damals aufhatte, der größte, der hat halt nur viel, viel Dreck am Stecken gehabt, soweit ich das mitbekommen habe. Ach man, ich bin doch so dumm, Alter, ehrlich. Hier. Ist doch gar nicht wie im Online-Modus, Mann. Kannst Goldschiffen gehen, Carol? Also, ich glaube, ich gehe noch ein bisschen arbeiten. Ja, hatte ich Barry vorhin auch vorgeschlagen. Vielleicht haben wir jetzt mehr Glück. Ja. Wo? Also, ich fand eigentlich... Blackwater? Also, ich muss sagen, bei Rhodes hatte ich echt viel Glück. So, mit Rekreis zu? Ja, oder wir fahren... Wir reiten zurück nach Rhodes. Strawberry. Naja, wir könnten ja auch mit dem Zug fahren, ne? So ist es ja nicht, aber... Ja, mit welchem Zug denn? Gut. Zicke. Zicke. Ey. Ja, Carlos. Ich hab ne... Was sagst du zu meiner Lampe? Sie, das sieht wirklich... Die ist ganz schön groß, deine Hand, ey. Aber gut, folgendes, ich hab einen Plan. Nicht nur die Lampe. Äh, ausschuldigung. Ich hab... Ich hab einen Plan. Nice to eat. Hopp, 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 hopp. Alles gut, Carlos. Lande draußen, passieren mir öfter. Alles gut, alles gut. Folgendermaßen, ich hab grad immer mit dem gemischbaren Händler gesprochen. Und der hat einfach Samen für Tomaten, Salat und solche Dinge. Ich kauf mir einfach ein paar Samen davon, drei Stück, und geb sie nachher dem Mexicano zurück. Besser das schmeckt, wenn er die einpflanzt. Stimmt, eigentlich keine schlechte Idee. Das wird ja wohl Effigkeiten dauern. Das stimmt. Das ist schlau. Ich beschörd sie Samen und geb sie ihm einfach später. Okay, wann wir los? Ja. Irgendwie kann ich die Lampe nicht so gut halten. Deshalb tue ich die einfach so auf meiner Faust drauf. Vielleicht bräuchtest du eine kleinere Lampe, um die Kinder oder so. Oh. Das ist natürlich schön zu wissen, dass man geghostet wird in dem Spiel. Bruder, ich kenne alle Tricks. Hier läuft ein unsichtbarer Supporthaufen. Oh. Okay. Das war ohne Spaß, denn kein GTA ist das so. Da ghosten die einen immer. Bruder, die haben echt... Oh mein Gott, ich liebe es jetzt schon. Wegstecken. Benutzen. Oh mein Gott. Hallo Gino. Und Quick Walks, danke schon für die Prime im Achtenden. Und Naserweiß, danke für die Prime im Zehnten. Auf einer Road? Ja. Und morgen Jones helfen bei dem Transport. Ja, hat der eine Uhrzeit gesagt? Hat einer von euch überhaupt eine Taschenuhr? Äh, der Virgil hat eine. Gut. Aber nur eine kaputte. Ja, super. Also die funktioniert, aber da ist irgendwas kaputt dran. Kann man nicht meine Uhr recht lesen? Ja. Ihr könnt keine Uhr lesen? Ich kann keine Uhr lesen. Ich würde gerne meinen Namen schreiben können. Ja, die, nur ich sehe schon. Ich sehe schon. Deine Schwester ist eine Hexe. Weiß, dem sagst du das. Kannst du ganze Plakate lesen? Ja. Du kannst echt nicht lesen? Mhm. Wo seid ihr aufgewachsen? In Strawberry. Aber wir waren vorsichtig sehr schnell unterwegs. Wir waren überwiegend die ganze Zeit auf uns allein gestellt. Dann waren wir eine Zeit lang in Rhodes beim Onkel Woody. Aber der war ein bisschen verrückt, aber das ist eine andere Sache. Ja, deine Schwester hat vorhin in Rhodes rumgeschrieben. Ich glaube, wir haben einen Onkel gesucht. Ich weiß nicht, wo es den hinversprungen hat. Ja, und so hat uns keiner beigebracht, wie man ihn liest oder schreibt. Aber Juan Carlos bringt mir Spanisch bei. Waren wir noch. Stimmt. Hola, hallo, hi. Apropos. Wo ist denn Juan Carlos, Leute? Nee, der hat gleich das Treffen, ne? Ja. Und ihr seid nicht dabei, obwohl ihr dazugehört. Obwohl ihr dazugehört. Was ist denn drin? Ihr gehört doch dazu, oder? Schon ja, der hat uns gezeigt, wie man den besten chillt. Komm. 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 Und da sieht man noch mal wieder, die Lampe, das Auge singen komplett. Hexe! Hm? Was geht's? Nichts. Du bist Vogelhütten. Ja? Ja? Ja. Du musst lauter reden, Mary. Ja. Wenn du vor dich hinflüstert, versteht dich keiner. Manchmal bin ich noch ein bisschen schüchtern. Aber auch Juan Carlos hat da auch drauf, ne? Ja. Wie der den Barkeeper. Ja klar. Der kann schon gut austeilen. Der kann schon was. Ich hab mich fast wie damals im Zant in Nies gefühlt. Wird mal wieder Zeit. Wird mal wieder Zeit. Wird ja. hab ich mir einen genommen, der dich geschlagen hat. Der hat zwei Schläge gegeben und eine rechte und dann ist der umgekehrt. Was hast du? Zwei Lege gegeben? Nein, zwei Schläge. Hä? Ein bisschen genuschelt. Ist das nicht angekommen? Hä? Good evening. Bilo, ich gebe es dir ja komplett gar nicht. Hier macht man das noch auf die altmodische richtige Art, indem man sagt, ich bin mal kurz weg, ich komme gleich wieder. Und dann geht man sich irgendwo hinsetzen oder so. Kurz Satteltasche. Oh, ich würde mir so sehr wünschen, dass Jamar noch gezocken kommen könnte. Ich hoffe, dass die Beutelist irgendwann wieder aufgeht, man. Jamar ist einfach Feuer und Flamme für Red Dead Redemption. Ich sage euch wie das. Lass mal Mauer bauen hinter Kutsche. Nee, Ben, ich bin... Vorgestern? Die Whitelist war full, aber zwei, drei Leute sind abgesprungen und ich habe einem für ein Ticket geschrieben. Alle anderen haben immer im Discord nachgefragt. Wann ist die Whitelist wieder auf? Ich habe halt ein Ticket geschrieben und gefragt. Und dann hatte ich das große Glück, noch drauf zu kommen. Ja, wir umreiten sie von rechts. Oh, Juni, bitte. Jamar ist ein Freund von mir. Heinka, ich habe nur RP-Freunde. Alle meine Freunde sind absolute RPler. Manche davon würde ich nicht empfehlen, die jemals auf so einen Server hier drauf zu lassen, wie Finn und Leon und so. Die haben hier echt nichts zu suchen. Absolut nicht. Absolut nicht. Da kannst du auch den Chat fragen. Die nehmen wir nicht so ganz mit dem RP. Und du arbeitest also auch für den? Für wen? Jones. Mhm. Ich vertraue da erstmal auf das Urteil von Virgil. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber ich meine, einen Transport zu machen. Nur nicht abhängig machen. Mhm. Aber ich denke eher, das ist so eine Gruppenentscheidung, oder? Hm, ich weiß nicht. Ich habe Gruppe gehört. Ich bin Teil der Gruppe. Deine Schwester hat gefragt, ob wir jetzt für den arbeiten, wegen dem Gruppentransport. Hm. Ich weiß nicht. Denkt man, das wird so hinauslaufen, dass er gucken wird. Und die Männer, die da sind und sich dafür bereit erklären, dass er die dann einfach mitnimmt. Dass er quasi immer wechselt, weißt du? Oder eventuell nimmt er auch die fest mit, die sich gut entstellen. Ich hoffe nur, keiner von euch vergisst den eigentlichen Plan. Ja, aber wir haben ja nur eine ganze Nacht und fast einen ganzen Tag darüber nachzudenken. Warum? Aber ich würde es nicht verkehrt finden, weißt du? Wenn du in der Saloon arbeitest und dort vieles herausfindest, können wir ja dort Informationen kommen. Edel ist tatsächlich schon auf dem Discord und wartet auch auf die One-Wes. Und wir kriegen ein bisschen Geld. Es gibt halt ultra viele gute AP-Ler, die sich das angucken möchten. Ich habe zum Beispiel Lil B, also Bakuah schon gesehen, auch absolute Hardcore-App-Ler. Muss man halt Glück haben, muss man halt Glück haben. Aber Edel mit Opa Donny so? Oh mein Gott. Aber ich bin froh, Shad. Wir haben den ersten AP-Character gebrochen gerade, den Juan Carlos. Hat nicht einen Tag gedauert. Problem ist halt 32 Slots, du kriegst nicht alle drauf. Halt die Klappe für Nau ab hier. Naja, Jamal und Edel sehe ich hier echt. Lucky ist ja schon da. Ja, das ist leider in den Händen von wem anders, Dave. Das Maximalste, was man da tun könnte, ist Papa Yuri. Nee, Papa Yuri regelt das mit Schellen, weil Yuri kennt alle. Yuri kennt Gott und die Welt. Und Yuri kennt auch die Leute von 5M. Dass man zu Yuri geht und den fragt, ob er nachfragen könnte. Dass die nicht mal ein Update pushen sollen. Oder der vorne hat es dabei eilig. Für Red M. Der kommt. Oh mein Gott. Das war verdammt knapp. So, auf Vitamin B-Basis für den Server. Die Map-Gino ist riesig. Ich kann gleich mal Map aufmachen. Ich hoffe, dass die Qualität vom Stream so ausreicht mit der Grafik. Ich werde da nachher auf jeden Fall oder morgen nochmal drin rumschrauben. Kuba meint sie. Kuija. Den sehe ich hier auch als Mexikaner. Bruder, es gibt so viele gute Appealer, die ich hier sehe. Ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Ich hoffe, finde ich, hoffe. Wenn nicht, gehe ich zu Papa Yuri. Es gibt Red Dead Redemption AP schon länger. Wollt ihr da vorne ans Wasser? Hier wieder, ne? Geh mich dann eben kurz erleichtern. Denk an die Krokodile. Ach genau, übrigens. Man kann wie ein GTA schießen, ne? Mit WASD. Ist jetzt aber hier scheißegal. Und sobald man zielt, Ego-Perspektive. Mit Kim und Korn. Oder einfach so. Hallo, Daynight. In Stay würde ich hier auch sehen. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt in so einem Interesse hat. Der ist ja momentan richtig in seinen Dungeon-and-Dragon-Filmen. Ja, so. Und du hast halt kein Fahnenkreuz. Das ist halt gut, ne? Das ist halt unheimlich schwer zu schießen und auch zu treffen. Guck, ich bin Gangster. Das ist Krokodil im Wasser. Pass auf. Ich trinke das einfach. Hallo, Jerome. Hast du kein Teser und Ehrding? Halt die Klappe, man will sowas machen, ey. Und deshalb, genau deshalb, Finn, genau deshalb sage ich, du kommst hier niemals auf den Server. Du bist einfach kein Appealer. Du wärst der Erste, der sich Teser-Film auf dem Monitor klebt und sich einen Dot haben, damit er ein Fahnenkreuz hat in dem Spiel. Hau ab. Geh weg, Junge. Hau ab. Versuchen wir mal unser Glück. Oh, wir hätten vielleicht beim Arzt noch auf die Uhr schauen können. Warum? Weil Juan hatte doch irgendwann... Ja, um zwölf. Mitternacht. Aber ich glaube, der Tabakmann war schon in Valentine angekommen. Ich glaube, die sind schon am Reden gewesen. Ich bin mir aber nicht sicher. Entschuldigung, Mister. Das war nicht meine Absicht. Was ist da passiert? Ja, okay. Schönen Abend noch. War klar, dass dein Bruder sich wieder mit irgendwelchen Cowboys anlegt. Und? Schon was gefunden? Nein, noch nicht. Was ist passiert? Ich bin hier über den Weg gelaufen. Dann kam eine ziemlich schnell über die Brücke geritten. Ich habe mich fast mitgenommen. Los, nimm deine Pfanne in die Hand. Ja, mach mal. Halt lang. Dollar. Rein in die Farmpommels. Nur Schlamm. Zieh mal meinen Mantel aus. Ich komme sofort wieder. Ja, Shorty. Ja, ich denke. Also macht unheimlich viel Spaß. Mal gucken, was wir hier so in Storys hinkriegen. So weit. Ich verstanden habe sind Dollar oder Bugs. Dollar, Dollar. Dollarres. Vammonos. Vammonos. Ese, du kommst in der normale Barrio, sieh. Du machst das Rest auf mein Grundstück. Ich werde dich vernichten. Ich bin so, so fin. Wenn ich will, mache ich deine Lade nichts. Comprende? Ese, compprende? Ich mache mir meine Tese für meinen Fadenkreuz und dann ziehe ich deine ganze Badite-Klan weg. Du, Tarekiga, Vammonos. Puta de Madre. Eigentlich hättest du den Jones fragen können. Ich? Ja, das sollte eigentlich der Verger machen, weil der Verger darauf bestanden wird, ihm alleine zu rühren, ohne mich. Achso, okay. Ich habe den eigentlich das gesagt, aber anscheinend hat er nicht dann gedacht. Ich suche nach Gold, aber hier sind nur kleinen Steinchen drin. Aber eigentlich will ich meinen Gold zahlen machen. Ich habe den Klabber, eine Mülle. Okay, das hätte ich auch ein bisschen gefühlt. Vielleicht nächster Charakter, falls ich sterben werde. Dass er amklingelt ist, wir. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, er gönnt uns auch nicht wirklich was. Wer? Na, der Virgil. Hm. Wenn er kann er sein mit den Pferden im Krieg gedient hat. Ja, alter Veteran. Ja, habe ich mir fast gedacht. Weil der ist schon grumpy as hell, muss man ehrlich zugeben. Mhm. Na ja, wenn er uns im Weg steht, dann schubst du ihn einfach die Brücke runter. Da musst du aufpassen, so wie du eine Kleinigkeit falsch machst, dann wird er immer ziemlich böse. Das heute mit den Pferden? Ich weiß nicht. Warum darf man sich denn kein Rassepferd zulegen? Keine Ahnung. Wahrscheinlich hat er ja auch deswegen nicht beim beim Dings hier nachgefragt wegen dem Haus. Welchem Haus? Oh, ich habe Gold gefunden. Oh, super. Ein Nugget? Oh, guck mal hier. Eins, vier. Wie viel ist das weiter? Ich kann das nicht zählen. Drei. Ja. Sind vier Dollar fünfzig. Ein Reich. Mhm. Kölsch, Mare Dude, Mare Dude, meine Freund. Ich wünsche dir eine angenehme Nacht. Ich küsse dein Herz. Lass dich nicht anquatschen. Wann haben wir denn heute angefangen zu streamen? Wir haben gleich schon zwölf Uhr, Alter. Und nicht mal vier Stunden drin. Ich glaube, da wird eine lange Nacht. Aber ich kann nicht übertreiben, schätzen. Sonst ist mein Schlafpunkt wieder im Arsch. Morgen komme ich früher. Also wenn ihr sagt, ihr habt Bock darauf, weil wenn ihr sagt, nee, kein Bock auf Red Dead Redemption, dann werde ich einfach alleine zocken. Dann fahre ich den Dodge. Bye. Have a beautiful time. Ich glaube, ich komme morgen früh, also um fünf schon. Dann haben wir noch mal einen. Ich funke jetzt viel im Arsch. Schlamm und Steine. Dann hatte ich mehr Glück. Vielleicht müsst ihr weiter reingehen. Ein bisschen tieferen Schlamm. Ja, habt ihr Bock drauf? Wollt ihr dem Henker mal ein bisschen Knutschig-Knutsch geben dafür, dass wir uns endlich mal was anderes gefunden haben? Außer im Kreis rum zu stehen, Alter, und Scheiße zu labern. Sechs Stunden oder fünf Stunden am Tag, Junge, und uns eine Kacke reinziehen zu müssen. Ich bin so leid gewesen, ne? Ich habe keine Ahnung, wie lange das hier läuft. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich das mache. Aber ich bin froh für jede einzelne Stunde, wo ich das nicht machen muss, Alter. Ich bin ganz ehrlich. Sea of Thieves war schon eine coole Abwechslung, hat super viel Spaß gemacht. Werde ich auch viel öfter darauf zurückgreifen, wenn mir langweilig ist. Und alle anderen, Human, Fall, Flat und was weiß ich, Junge, ich will weg. Ne, hier gibt es kein Tinder-Feld. Farming an sich, also, natürlich musst du arbeiten. Du kannst dir aber auch mehr Pay-Jobs besorgen. Pass auf, das habe ich am Anfang des Streams erklärt. Auf dem Server ist das nicht so. Du hast eine Map und siehst, da vorne ist ein MPC, da kann ich mir Werkzeug kaufen. Um an die Werkzeuge zum Beispiel ranzukommen, damit du überhaupt Bäume fällen kannst oder Erze abkloppen kannst, musst du erst mal RP machen, weil dieser MPC, wo du die Sachen kaufen kannst, der ist gar nicht auf der Map markiert. Du musst mit anderen Leuten eine RP machen, die dir dann von ihrem Job erzählen, die du dann fragen kannst, bei wem du sowas kaufen kannst. Und dann kannst du auch das Loslegen mit der Arbeit. Ist halt sehr, sehr, sehr langsames, familiäres, gutes Hardball-Wallplay, was ich bisher gesehen habe. Auch wenn ich das persönlich für meinen Geschmack ein bisschen zu krass finde mit den MPCs, weil Bruder, woher soll ich wissen, wo ich einen Dietrich herkriege? Ich denke mir so, yo, vielleicht wo Banditen abhängen oder so, aber das weißt du halt nicht. Du müsstest quasi über die ganze Map drüber reiten und dir alles angucken, damit du den MPC findest, der Dietrich oder so verkauft. Und da ist da wiederum das große Problem, Chad, und das kennen wir alle. Wenn auf dem Server noch keiner weiß, wo den Dietrich gibt und ich den finden würde, hoffe ich so sehr, dass danach die Leute nicht wissen, wo man Dietrich gekaufen kann. Außer ich. Bye. Have a beautiful time. Ja, ist halt Deep, ist halt Story-RP und das ist halt das Bessere, das gibt's. Was, wenn der Charakter stirbt? Bruder, wenn der Charakter stirbt, ist er tot, dann machst du dir neun. Und Broken, vielen lieben Dank für fünf Gifte, Zaps und Betty Gold. Dankeschön für den Re-Star beim Sechsten. Red Dead Redemption-RP sieht richtig gut aus. Man merkt auch, dass du Spaß dran hast. Unnormal. Unnormal. Und Makeout Hill, Dankeschön für den Re-Star beim Dreinzunsten. Und Aragorn, Dankeschön für den Re-Star beim Viert mit Herz. Und Hansi, Dankeschön für den Prime im Zweifsten. Und Flying Wolf, Dankeschön für den Prime im Sechzehnten. Thronen gibt's ja auch nicht im Wilden Westen, aber Brieftauben. Na, ich glaub, ich glaub, ich glaub, wir sind natürlich alle geschädigt durch GTA, aber ich glaub, das wird hier nicht passieren. Ich glaub nicht, dass die Leute Screams nipen und dann auf einmal zu dem NPC hinrennen und wissen dann, okay, da gibt's Dietrich und so. Ich glaub einfach nicht dran. Ich will auch gar nicht dran gehen. Musstest du dir auch erfragen, wo es denn einen Gau gibt? Nee, ich bin tatsächlich in St. Denise rumgelaufen und hab einen Stall gesehen und bin dann da reingegangen. Und dann hab ich halt gesehen, ob man die da kaufen kann, ne? Aber das ist ja logisches Denken. Der Server hat auch viel Wert auf dieses logische Denken gelegt, dass du, als Beispiel jetzt mit der Spitzhacke, ich find hier gar nichts, ich geh mal noch ein bisschen weiter. Und so an einem Ort kaufen kannst du dir auch Sinn ergibt, ne? Umgebungsmäßig und so. Dann wird der Indianer Stamm aus dem Süden vorhin gepusht. Ich find hier auch nichts. Du, mehr Glück? Also auf jeden Fall, mehr Glück als vorhin. Dann schläfst du mir alles weg, Mann, ich werd arm. Warum? Mich hat das Glück verlassen. Völlig kannst du zwei, drei, aber kannst du dir auch eine Kutsche kaufen. Weiß nicht, vielleicht sollten wir uns ein bisschen brecher aufstellen. Ja. Mary, da hinten, dann geh ich gleich, wenn ich hier die Pfanne fertig hab, nach da rechts. Ich dich auch, Senses Pen, ja. Ich trage mich aber meistens immer selber dazu. Ich mein, GTA RP macht unnormal Bock, wenn du die richtigen Leute und alles dafür hast, ne? Aber nach acht, neun Monaten RP so auf Unity, Unity ist ja kein schlechter Server. Ich lieb die Jungs da. So, was soll ich noch erleben, Alter? Ich hab 300 Millionen mit meiner Idee gemacht. Ich geh weg, ich find hier nichts. Ich geh nach da drüben. Sorry. Was? Boah, ich kann hier nicht genau, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich stecke hier fest. Und da war ein Prokodil. Ich kann dir gar nicht sagen, welche Farbenmöglichkeiten es gibt, weiß ich nicht. ich hab gesehen, dass man Bretter zuschneiden kann, so dieses typische Goldschürfen, du kannst Tomaten und allem möglichen anpflanzen selber, ne? Ich könnte jetzt hier so ein Beet anpflanzen und alles verkaufen, also Gemüse verkaufen. Es gibt alles mögliche. Chris, was meinst du mit der neuen Map? Keine Ahnung. Ich hoffe, dass die keinen Ärger bekommen mit der Map. Da vorne versinkt man so tief im Schlamm. Da kann ich nicht stehen. Ja, ist auch so. Du musst immer eine gute Distanz von GTA haben und dann kannst du irgendwann mal wiederkommen. Ja, Goldschiffen ist auch nice. Aber ist halt stupides Farben, ne? Kein Mann. Ja, Jesse. Und hallo, Jesse, schon lange nicht mehr gelesen. Allgemein das Spiel. Es ist halt Rockstar. Was erwartet. Und wir sind jetzt gerade in Rhodes, ne? Und in Valentine gewesen. Die Schneegebiete sind so schön. Das Wetter in dem Spiel ist absolut krass. Ich weiß, dass die Liberty City reinmachen wollen. Ja, ist eine gute Idee. Ich hoffe, dass die keinen Ärger kriegen von Rockstar, weil die da mal eine Zeit lang sehr hinterher waren, ne? Um dazu verhindern, dass die Map überhaupt weiterentwickelt wird. Aber ist auch gut. Ist auch mal frischer Wind. Ich denke nicht, dass sich viele am Systemende was zum... Das ist auch so eine Sache. Glyphi und Miele haben so viele Crashes und ich gar nicht mehr heute. Mal gucken, was geht da sechs für eine Map? Das ist mittlerweile schon bekannt. Also es gibt Gerüchte. Das soll wieder White City sein. Also Miami. Machen wir auf jeden Fall Schattenwolf. Ich gucke mir hier alles an. Ist halt die Anfangsphase. Ne? Man muss sich ein bisschen ein kleines bisschen aufbauen. Ich habe noch nicht ein Ding gefunden, ne? Ich habe so Pech, Mann. Ich bin echt vom Pech verfolgt, Barry. Sag es dir. Hast du mehr Glück? Hm. Letztes Mal, ich habe jetzt so elf, zwölf gefunden. Ich habe absolut kein Glück. Trost in deine Schwester. Ich weiß es nicht. Die ist nach da hinten gegangen und dann habe ich die nicht mehr gesehen. Du kriegst 1,50 Dollar beim Coco, beim Yuri, im RP. Ich vergesse immer seinen E-Zinner mit James Jones oder so. Du kannst die Nuggets aber auch für dich behalten und einen Barre daraus machen und dafür kriegst du dann zwischen 230 bis 300 Dollar. Das Ding ist halt, dass Coco im RP die Schmiede eingenommen hat. Und auch leider, aber das habe ich dem auch im Discord vorhin gesagt, als ich mit dem geschrieben habe, was ich nicht so cool finde. Es gibt halt nur eine Schmiede und die wird halt abgecampt im RP, was ich nicht so cool finde. Ja, du kannst sagen, das ist meine Schmiede, ja, aber da den ganzen Tag abcampen und den Leuten keinen Platz lassen bei ihrem RP. So dieses, ich versuche mich irgendwie dahin zu schleichen oder so. das finde ich, also Coco hat das nicht selber gemacht, sondern irgendjemand, der da mit ihm zusammenspielt. Das finde ich halt extrem schwierig. Das habe ich dem Coco aber auch gesagt, weil es nämlich daraus hinausläuft. Ich gehe zur Schmiede, ich versuche mein Glück und wenn die dann kommen und mich abziehen, obwohl ich vielleicht eine gute RP-Story habe, weshalb ich da bin, dann wird das darauf hinauslaufen, und hat gleiche Szenario wie in GTA. Da wird von rechts gepusht und dann ist Ende. Und das zerstört wieder RP. Du brauchst 100 Barren für, also 100 Nuggets für einen Barren. Wir schmeißen halt immer zusammen. Entweder verkaufen wir RP-mäßig an, an, an Yuri, seinen Charakter, oder wir machen so sneaky Aktionen. Aber bisher haben wir immer mehr an Yuri verkauft. Weil ich ja auch weiß, dass er ein krasser RPler ist und ich weiß auch, dass er das nicht auf seinem Besitz irgendwie sitzt und sich dann sagt, jo, ich bin jetzt der Krasseste, sondern er das Geld, was er verdient halt, ne, für RP nutzt und so. mir ist das recht zum Scheiß egal. Ja, Lando, außer jetzt gerade, weil ich rede lieber gerade mit euch. Ist auch, ist auch richtig und wichtig und ist auch entspannt. Ist halt chillig. Ist halt Farm RP. Und ich hab, ich werf gleich die Fange weg, wie ich sag's dir. Ich würd's nicht machen. Ja, aber ich find, nicht, dass du irgendwelche Krokodile anmachst. Ein bisschen. Vielleicht würdest du nochmal die Stelle wechseln. Ja. Ich glaub, ich werd gleich mal rüber reiten. Wohin? Wohin? Andere. Super. Da kann man nichts mit verkehrt machen. Bruder, die, oh mein Gott, die Leute, die in den Chat schreiben, die triggern mich so sehr, ne? Oh mein Gott, da solltest du mal vielleicht was trinken. Oder, hey, Barry, setz dich doch mal. Ja, vielleicht setz ich mich mal hin und mach eine Pause. Hm. Jesse, ich glaub, ich glaub, ich glaub hier nicht. Ich glaub in Red Dead Redemption. Ich glaub hier nicht. Ich glaub, hier kannst du was machen. Ich glaub nicht. Und selbst wenn es passiert, dass irgendwie reingemäht hat, wird so, ich, ich zock schon so lange RP, du merkst das einfach, wenn irgendwas komisch ist im RP. Ich geh, ich reiht rüber. Vielleicht hab ich da mehr Glück. Wenn ich seh, dass mich einer wegmäht hat, Junge, den werd ich einfach so wegscheppern. Ich will es zwar nicht, aber ich weiß, dass ich jetzt kann. Du merkst das einfach, wenn du 5, 6, 7 Jahre, ich zock, glaub ich, RP, Anfang Arma, davor schon in SMP, du merkst das einfach, du merkst einfach, du merkst es einfach. Na klar, kannst du dir nie zu 100% sicher sein, aber als Spieler merkst du es. Wenn du auf einmal richtig, wenn du einfach mal losreitest und du hast zwei Goldbarren dabei und urplötzlich, urplötzlich, wirst du von irgendjemandem angehalten, gerade in diesem Moment. Ne, man kennt, jeder kennt das, jeder kennt das. Man ist nicht zu 100% sicher, aber man merkt es schon. Oder man denkt es zumindest. Aber ich glaube nicht, dass das hier einer machen wird. Oh mein Gott. Ich versuche einfach hier im Schlamm. Ja, hab ich mir fast gedacht. Ja, Henker, da musst du auch gnadenlos. Also, ich kann dir sagen, Henker, ich hab damals mit einem guten Freund zusammen einen GTA-RP-Server gehabt. Ich würde auch sagen, ohne dass jetzt, ohne dass jetzt auch grand klingen sollte oder so, das war der bestgeführteste GTA-RP-Server und wir haben halt eine absolut Null-Toleranz-Schiene gefahren. Du hast dich daneben benommen. Ja, okay. Du konntest dich auch wieder entwarnen lassen. Aber bei so heftigen Sachen, die IP zerstört haben, Null-Toleranz-Schiss. Absolut kein Gerede, kein Erklären, nichts weg. Tut mir leid. Ich meine, ich hab ja eure Whitelistung gemacht und Dings hat mir ja erklärt, eure stellvertretende Projektleitung, dass ihr alles dafür tut, um das IP zu wahren und ihr einfach einen Scheiß drauf gebt und ihr erklärt ja auch nicht oder beziehungsweise ihr sagt ja auch nicht in eurem Whitelist-Gespräch, jo, sagt mir mal, was VDM ist oder HDM oder so. Ihr erklärt jemandem im Whitelist-Gespräch, wie der Server ist und was ihr hier für einen Film fährt. Also weiß jeder darüber Bescheid, oder dass er sich so nicht zu verhalten hat und fertig. Ganz einfach. Stay, guter Freund, könntest bald Gast aufhören in der D&D-Gruppe. Ich glaub, für D&D bin ich wirklich zu schlecht. Oder ich müsste das wieder extrem hart lernen und ich glaub, ich hab kein Lust darüber. Ich guck das immer still und heimlich. Und ja, Stay ist in meinen Augen einer. Der hat mir viel beigebracht. Bye. Nicht nur, was Film-Sachen betrifft. Vor allem dieses, ähm, selbstreflektierende Denken. Weil das hatte ich vorher nie auf dem Schirm. Da war mir alles als scheißegal. Äh, Retzmann, dankeschön für den Bissab im Sechsten. Einen sagt Zwiebeln, je, je. Und Schordi, okay, dankeschön für den. Vor allem im Sechzehnten. Red Dead Redemption 2 RP bockte. Und Stevie, danke schon für den Prime-Sachen. Ach, die Köder ist so ein Füß auf der Onlyfans. Soon, mein Freund. Und Buddygold, danke schon für den Reserv im Sechsten. RDRP, sieht richtig gut aus. Achso, hatte ich schon vorgelesen, aber trotzdem nochmal, danke. Oh. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, weil hier sind Alligatoren. Hey, Frankie, was geht da beim Polen? Hast du ein Bum-Bum? Kann ich mal mit deinem Gewehr mit der Schnur dran nehmen und damit rumschießen, bitte? Ich muss nämlich noch ein Tier erledigen. Oh, Frankie, ich vermisse dich, Mann. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, deiner Freundin geht's gut, wenn ihr noch zusammen seid. Ich hoffe, deinem Bruder geht's gut, Alter. Und ich hab hier einfach... Doch, ich hab Glück gehabt. Ich hab schon drei Goldnangels gefunden. Oh mein Gott. Kann ich mitbekommen. Senses Pain, danke schön für den Wiesab im 16. und Stufe 2. Ich küsse dein Herz. Tschüss, Henker. Lass dich nicht anquatschen und küsse auf die Stirn. Ach, warte mal. Henker hat Geburtstag, ne? Aha, mein Freund. Der hat seit einer Minute Geburtstag. Happy Birthday. Ich hoffe, ich krieg auch ein Stück Torte ab, wenn du nur hier bist. Oder hast du schon X gedrückt? Happy Birthday. Ah, ich glaub, aber der ist schon weg. Ah, der ist noch da, okay. Alles Gute zum Geburtstag, mein Freund. Dem Chat darfst du halt nicht übel nehmen, wenn der das nicht schreibt. Die sind entweder am Pen oder die sind grumpy as fuck. Oder die schreiben, hey, genau, Henker, gib mal Torte ab. Guten Tag zum Bürstetag. Das ist eine Bombe, von dem ich das am allerwenigsten erwartet hätte in dieser, in dieser Runde hier. Schreib was Liebes. Ja, herzlichen Glückwunsch. Lass dich nicht feiern. Ich geh wieder rüber. Ich hab einfach kein Glück heute, Mann. Nix, Bombe von nix. Oh, Chat, weißt du, wen ich auch noch im Discord gesehen hab? Von dem Server hier? Grüße aus Nordhessen, Junge. Der fehlt hier auch noch, Alter, der Kneipen-Harrie. Danke, ja, und dann geht's gut, Digi, wir wollten uns ja auch mal einfach so zum Quatschdingo treffen. Wir nimm ein 1, Bom, Bom. Wir haben uns doch im Discord, schreib mir einfach. Aber, lass nicht über alte Zeiten reden, weil ich quatsch viel, ich weiß auch nicht warum, ich quatsch viel zu oft darüber. Aber irgendwie hab ich da mein Herzblut damals gelassen. Ja, ich mach doch schon Licht an, beruhig dich. Entschuldigung, beruhigen Sie sich, ich hätt jetzt auch Bock auf Torte. Entschuldigung. Ey, ey. Also, ich sag wie das, ich hab einfach kein Glück. Ihr? Mich hat das Glück auch verlassen. Aber ich werde jetzt erstmal nach Roads reiten und gucken, dass ich mich da erstmal ein bisschen ausruhen kann. Schon müde? Ja, ein wenig. Okay. Warte, komm mit. Mary. Mhm. Äh, werden wir in Roads unter übernachten? Hä? Werden wir in Roads übernachten? Ähm, ich weiß nicht. Können wir? Aber dein Bruder meinte, er geht da hin. Ja, aber er sagte, er kommt später vielleicht nochmal nach Valentine. Er will nun sich ausruhen ein bisschen. Ja, ich will nun eine kleine Pause machen und dann reite ich nachher nach Valentine. Wenn ich vor neulich da keinen treffe, dann zutze ich nach Strawberry. Strawberry? Ja. Wir werden uns schon finden. Mhm. Wir finden uns schon und ansonsten sagst du einfach Carlos Bescheid, wenn du uns nicht findest, dass er uns Bescheid sagen soll, wenn wir den treffen. Weißt du? Ja. Willst du noch weiter schürfen, Mary? Wir sehen uns. Viel Glück. Sag dir, wie es ist. Ich hab vier Goldklumpen. Ja, ich hab für drei. Ich hab hier absolut kein Glück. Also hast du genau so ein Glück wie ich. Ja. Wir wollen vom Glück verlassen. Mhm. Fox, eigentlich, und die Betonung liegt auf eigentlich, bin ich fünfmal die Woche da. Manchmal kommt er aber dazwischen. Können wir es woanders nochmal versuchen? Ja, bei Blackwater hatten wir verdammt viel Glück. Ich sag, wie das? Ja. Da stand. So, wie in der Blackwater? Mhm. Okay, löscht mich. Nur kurz guck, ob ich hier mich doch noch was drin hab. Halt die Klappe, Da Vinci. Nee. Okay. Ärgert mich nicht. Halt auf, mich zu ärgern. Ich geb mir aber, wenn ich da bin, sehr, sehr viel Mühe. Ihr hattet ausrecht und euer Hunger gestillt ist. Außerdem bin ich öfter da, wenn ich was hab. Achso, ja, eigentlich komm ich, eigentlich sind die Uhrzeit immer 19 Uhr. Mit früher mein ich dann schon so um 17 Uhr. Ach ja. Ja. Im Notfall kann ich uns bestimmt auch noch mal auf die Fange geben. Bei Blackwater? Mhm. Ich schlafe aber nicht wieder im Hühnerstall. Ich sag's dir, wie's ist. Diesmal nehm ich den Schuppen. Hey, Und ich schlafe nicht in dem Bett, wo dein Bruder drin lag. Der ist auf dem Stuhl eingepennt. Okay. Die ganze Zeit. Ja. Aber ja, wenn wir eh schon in der Nähe sind. Kannst du in dieser Hütte pennen? Ach, ich find schon was. Das blutbefleckte Bett wäre frei für sie, der Herr. Mach's gut, Lando. Aktivier die Glocke, lass nen Follow da. Ich küsse dein Herz. Junge hat er nicht so was sagt. Schlaf gut, lass den nicht anquetschen. Wird ein dichter, rechter. Hm. Nee, ich denke, wir müssen über Wellen teilen. Moment, ich hab ne Karte. Äh, das war grad ne MPC. Stimmt, und Twitch Prime ist kostenlos übrigens. Sub for Sub. Nee, 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 nehm ich zurück, ich kann nicht submen, ich lass hier rum. Twitch mag mein Paypal nicht. Wir könnten noch Roads reiten. Und über Roads wird eine Straße quasi um den großen, äh, Flat Iron Lake. Mhm. Und wenn wir den entlang reiten, dann sollten wir am schnellsten nach Blackwater kommen. Auf, auf. So schwer für mich, dieses Watt, ne, abzulegen. Naja, Genji, der nimmt überhaupt gar nicht Paypal an bei mir. Komm ich mir mal voll dumm vor, wenn ich irgendwie gucke, bei Tai oder so geguckt hab, oder bei Dexas, und dann nichts submen konnte. Hi, bitte. Moin, Mäste. Karin, das ist Oma, ihr Text. Ist die Oma überhaupt noch da? Wie schätzt du den Virgil ein? Kann ich noch nicht viel zu sagen. Aber angespannt. Deshalb war auch die Frage, ob er im Krieg gedient hat. Sehr angespannt. Es gibt hier keine Déjà-vu-Momente, Alter. Ja, Dennis, du kannst Häuser kaufen und du kannst auch Hotelzimmer, Mieten quasi kaufen. 100 Dollar. Saltiman, danke schön für den Prime im 19. Kannst du. Und da drin hast du dann ein Lager und eine unkleide Kabine. Wie schätzt du den denn ein? Ich meine, du kennst den schon länger. Ja, weiß nicht. Es ist immer so... Ich trau ihm eigentlich, aber wenn dann solche Sachen kommen wie heute, dann weiß ich nicht, was er mit uns vorhat. Das klingt aber... Oh. Klingt aber schon brutal. Wieso? Mach Platz, Wildsau. Adi. Wieso brutal? Ja, was er mit uns vorhat. Ja, was soll ich sagen? Seine Intention. Na, am Ende habe ich halt nur mich und meinen kleinen Bruder und ich will trotzdem, auch wenn er ein kleiner Idiot ist, auf ihn auffassen. Kannst du das bitte wiederholen? Hä? Kannst du das bitte wiederholen? Warum? Mit dem Idiot. Hat mir gefallen. Er ist okay eigentlich. Aber Bruder, bitte. Der ist voll okay. Der hat das Herz am richtigen Fleck. Mhm. Ich habe letztens noch, aber jetzt wo du das sagst, ne? Letztens noch alte E-Mails geguckt und dann habe ich so eine E-Mail bekommen von Trello von damals, wo der Mutz was kommentiert hat. Wegen irgendeiner Sache. Und der den Typen, worum es ging, wegen der nächste Pause voll überunter gemacht hat. Er hat irgendwie geschrieben, das ist eine Schweinesau oder sowas. Ich habe Sorte für. Musste ich bis jetzt schmutzeln. Lass mich schauen. Ja, jetzt. Hey Barry, du dumm Kopf. Paul Giffy, Alter, du bist so ein Knallkopf, na ehrlich. Aber egal, I like that. Habe ich Weltkrieg gerade gesagt? natürlich meine ich diesen Dingskrieg da. Von der George Lucas. Nee, George Lucas. George Lucas, ja. Aber es gab doch diesen Dingskrieg. Curtis, Curtis, ab in die Schule mit dir zurück. Das war Star Wars. Irgendwie, das habe ich extra gesagt. Abraham Lincoln, der erschossen wurde, im Theater. Bürgerkrieg, genau, den Krieg halt. Look da, oh Gott, zuck zuck. Oh, die hatten einen Crash. Verstehe nicht, warum die so, ihr crasht off, ne, Giffy? Nordside gegen Southside. Ja, genau, den Staatenkrieg. Haben die übrigens auch im Discord einen eigenen Channel für die Geschichte vom Server und allgemein die amerikanische Geschichte. Napoleon ist eingeritten. Ja, Napoleon hat ja Amerika entdeckt. Obwohl ihr schon, das habe ich mal gelesen, wo es hier schon sehr, sehr, sehr viele Menschen gab und gelebt haben. Ronaldinho zum Beispiel. Ja, das ist natürlich jetzt unvorteilhaft. Keine Sorge, Mister, ich kümmere mich drum. Beruhigen Sie sich. Äh, ja, ich versuche mich drum zu kümmern. Sehen Sie nicht, dass ich kleinwüchsig bin und auf dem Pferd anscheinend nicht draufpasse? Ne, das kannst du vergessen, mein Freund, da komme ich nicht hoch. Musste, müssen Sie kurz warten, der Herr. Entschuldigen Sie, die Unannehmigkeiten. Der bitte schon mit klarkommt. Ja, siehste. Der Herr, man kennt es. Kurz vorm Gambo, Junge. Mister Genesis, ist. Der alte Russen-Gumblo hier auf einer Red Dead Redemption-Appeile. Sodass ich dich hier mal treffe, du alten Hoover-Crips, ne? Eigentlich müssen wir glaube ich nur dem Weg folgen. Und dann sollten wir irgendwann bald den See sehen. Und dann... Ja, müssen wir dem einfach entlanglaufen. Okay. Jo, da wünsche ich bis nächste Woche dann. Ich schreibe bei Twitter, wenn ich wieder online komme. Naja, der Aka-Gold despaunt. Aus Performance-Gründen. Warum rettet ihr den Slow-Mau? Sollen wir full-speed durchreiten, oder? So schnell von A nach B. Shiny. Ich glaube, ich bin unfreundlich. Warum? Weil ich die Menschen nie begrüße. Doch, manchmal begrüßt du sie... Wie da... Pferd! Dummer, dummer Whisky. Dummer Whisky. Mal begrüßt du sie, meine ich. Bei mir nicht anders. Das ist... Das ist... Das ist... Siehst du, manche machen es, manche ja nicht. Ich glaube manchmal, ich bin ein Arschloch. Warum? Oh mein Gott! Warum? Nein! Du spinnst ja wohl! Das war meine Zeit. Runter von meinem Pferd! Toll! Voll im Schlamm! Lach nicht so doof! Ich bin nur verdient. Ach ja? Verdient? Verdient? Runter! Arschloch! Ja, mach du nochmal Bock! Ich hoffe nur, wir haben vorhin schon drüber geredet, Genesis, dass nicht dieses Gumbo-Ding näher kommt. Ich habe vorhin eine Sache angesprochen, hier mit diesem, bei dem Ofen campen und so. Habe ich mit Juri auch drüber geredet. Dieses extra Stress provozieren und so ist halt... Die Leute sollen sich mal raffen. Was ist mit deinem Pferd? Oh, das ist total verwirrt. Na los, vorwärts, Junge! Los! Vorwärts! Oh Gott! Ruhig dich! Vorwärts! Nee! Danger, los! Stuh! Stuh! Stuhl's, Pferd! Los, Danger! Hau ab! Geh! Verschwinde! Super, danke! Danke! Mein Pferd bockt wegen dir! Ich zeig dir, wie das geht, guck! Komm! Lass mich los! Sag mal! Küsst eine! Du nimmst nicht mein Pferd! Du spinnst ja wohl! Mich einfach so von hinten zu packen! Wenn du mich küssen willst, dann sage! Und statt mich zu zwingen, Mary! In deinen Träumen vielleicht! In meinen Träumen! Das habe ich gesehen, wie du mich von hinten gepackt hast! Jetzt nimm deinen Gaul und komm! Na los, Danger! Los! Okay! Okay, Danger! So wird das nix! Du und ich, wir reiten jetzt voran! Los! Besser für dich! Für uns dies auch angreift! Ja, ich hoffe, du bist zufrieden! Kann ich bei dir hinten drauf? Warum? Warum? Na, weil der sich kein Stück mehr bewegt! Du hast ihn total verstört! Ach, streicheln! Wo hast du... Wo ist mein Pferd hin? Bewegt sich kein Stück mehr! Du hast ihn total zerstört! Komisch! Zerstört? Ersten... Du hast einfach kein Händchen dafür! Ich hab's ja wohl! Geh runter von ihm! Okay! Da setzt man sich nicht drauf! Ja, ja! Ja! Siehst du, er weiß gar nicht mehr, auf wen er hören soll, der Arme! Los, vorwärts! Also mein Pferd hört! Also mein Pferd hört! Na komm! Hallo, da! Hallo, da! Ja! Ähm... Mein Pferd ist kurz auf der Weidegras... Achso! Achso! Komm! Mein Pferd kommt nach! Mein Pferd findet mich immer! Okay! Ach, endlich! Was? Halt's gut fest! Oh ja, das endlich! Ich will schon immer in Truckswater reiten! Überanstreng ihn nicht! Natürlich nicht! Mit wem reitet dein Pferd? Mit mir oder mit dir? Ich... Ich hasse dich! Hör ich öfter! Gut! Kannst gut verstehen! Dankeschön! Links! Aber gut trainiert! Links! Links! Wir hätten links gemusst! Warum hätten wir links noch? Hey! Mary, wir landen auf dem gleichen Feldweg wie gerade! Aber hey! Ja, weil ich mich das einfach schildern! Wir hätten links gemusst! Oh mein Gott! Nein! Kannst du nach vorne gucken? Mein Kopf tut weh! Ich setze mich kurz hin! Crash! Der erste Crash heute, das ist gut! Hoffentlich ist das Server nicht voll, obwohl wir mal beins! Ja! Okay! Der Crash ist hier aber anders als wie in GTA! Hier muss man immer alle Prozesse töten! immer mit der Ruhe! Warum hab ich ja... Achso, ich hab da ein Bild noch drunter! Ja, es funkt... Ah, jetzt! Jetzt, jetzt, jetzt! Ja, wisst ich auch! Ja, das ist echt schlimm! Deniz! Ich weiß, dass du das witzig meinst, ne? Aber... Please don't! Du Knalltüte, du! Und natürlich hab ich die IP nicht zwischengespeichert! Wie so oft auch! Uffpasse, Dennis! Uffpasse! Aber macht Bock! Macht unfassbar Bock! Ich schau für Vino gesagt vorhin... dass das nicht hin in komplettes Gumbo und so ausartet! Und ich hab immer noch nicht rausgefunden, wie man Sachen komplett ablegt, ne? Es gibt tatsächlich die Sniper-Gewehre, aber es gibt keine Visiere! Tja, Mary, wo bist du? Gumbo-FTV! Das Ding ist, ich will euch nicht auseinandernehmen, Alter! Ben, schlaf gut! Bye-bye! Das kann sein, dass die selber gecrasht ist, ich weiß es nicht, ich warte mal kurz hier! Du hast halt kein Handy, ne? Du kannst halt nicht anrufen! Vielleicht ist die da vorne auch? Ja, Mann, die sollen mal Dings-SMS schicken! Wie geil wäre das, wenn du einfach iPhone ziehen würdest! Du darfst Tiere jagen, du sollst nur nicht übertreiben und ganze Wälder ausrotten! Oder das Hardcom ist Brauchen zum Farming, ne? Also permanent ihre Schlachten und die verkaufen, um Geld zu machen! Bye-bye, Karim! Hau rein, Brudi! Warum Rearvis oder Genesis? Vielleicht wisst ihr das, Tanker ist ja auch nicht mehr da! Ist das normal, dass die HP des Characters sich immer wieder resettet nach einem Crash? Also, dass man immer Half-Life hat? Oder ist das der Bug, wo man melden müsste? Ich glaube, da ist die da vorne. Oh! Wo ist dein Pferd? Immer noch da hinten. Und jetzt ist es vom Teufel besessen. Wie? Was? Komm! Warte, mein Pferd! Oh! Du bist schon wieder durch Pferdescheiße gelaufen! Nicht schlimm, soll ja Glück bringen! Mhm! Sollte ihr das mischieren? Oh! Da! Oh, da! Ach, wie geil! Hast du eine Pfeife geraucht mit dem Indianer? Anscheinend schon. Vielleicht werde ich ja verrückt. Du wirst verrückt? Was willst du mir denn jetzt sagen? Hallo, du bist total anders. Anders? Anders. Wieso bin ich denn anders? Naja, wir waren vorhin in einem Saloon und da war... Da war jemand etwas älter, ein älterer Herr. Und nach der Kneipenschlägerei habe ich gesehen, wie eine Frau auf einen älteren Herzog gerannt ist und dem die Luft abgedrückt hat, bis er bewusst ist. Ach, komm, das hat Spaß gemacht, oder nicht? Ich meine, das hat unheimlich Spaß gemacht. Mir auch. Ups! Oh, nein, das wollte ich nicht. Was? Ach so. Ach so, ja, ich verstehe. Mhm. Und so wie ich verstanden habe, wurde der älterer Herr sogar in die andere Stadt geritten. Zu einem anderen Dog, weil er ihnen nicht helfen konnte. Ja. Doch, doch, Dennis, die sind drinne. Darf ich sagen? Auch Wölfe und so. Pass nicht meinem Bruder an. Dein Bruder hat Stühle geworfen. Ach, komm. Wer hat sich mit dem Barkeeper... Wie war der Name vom Barkeeper noch mal? Äh, weiß ich nicht mehr. Blender? Blender? Keine Ahnung. Bestimmt. Irgend so was. Dein Bruder. Kommt, der ritt schon die Brücke. Rechts oder links? Rechts. Oder? Äh, ich glaube, wir können... Die Brücke lässt sich nicht kommen. Die links? Nee, nee, oder? Ah, nee, nee. Ist eigentlich beides egal. Siehste? Mhm. Ich kenne mich hier echt schon gut aus. Ja, aber wir hätten... Normalerweise nehmen wir immer die andere Brücke. Aber auch das sind wieder zwei Wege, sie zu einführen. Geht mal so in den Bach was trinken. Ach so. Hier ist nämlich gutes Wasser, weißt du warum? Warum? Fließender Bach. Immer sauberes Wasser. Nie dreckig. Obwohl da steht unreines Wasser. Und vielleicht auch immer so. Aber wir werden nur drei Wege. Ich hab nichts gemacht. Ich hab dich gehört. Ich hab gehört, was du gesagt hast. Sei doch froh, dass du jemanden dabei hast, der sowas weiß. Ja. Sonst würdest du wieder aus dreckigen Gewässern trinken. Du weißt, was der Doc gestern gesagt hat. Oder vorgestern. Oh, das sagst du, der aus einem Krokodil-Sumpf getrunken hat. Wann? Wann? Hast du nicht vorhin gesagt, du willst daraus trinken? Ja, ich hab's gesagt, aber nicht getan. Jetzt komm mir nicht so, Mary. Das entspricht nicht der Wahrheit. Für dich immer noch bis morgen. Ich glaub, du bist von allen guten Geistern verlassen. Miss morgen. Ich musste dir erklären, was der Unterschied zwischen Miss und Misses ist. Mein Gott, ich hab keine Eltern, die mir das beibringen können. Nur Onkel Rudy. Und der ist verrückt. Und wo ist dein Onkel Rudy? Keine Ahnung. Wahrscheinlich mit seinen Pferden durchgebrannt. Das eine, was er geheiratet hat. Mit seinem Pferd durchgebrannt. Ja, Onkel Rudy hat seine Pferde sehr geliebt. Ich will die Geschichte nicht hören. Ich will sie einfach nicht hören. Also Onkel Rudy, wir haben ihn einmal gesehen und... Das war nicht nur eine runtergelassene Hose. Okay, jetzt brauche ich ein paar Shots. Onkel Rudy war auf jeden Fall nicht zu Hause. Aber Onkel Rudy müsste auch schon sehr alt sein. 40, 45... Vielleicht kann denn Onkel Rudy mal Dietrich hier besorgen. Oh, Onkel Rudy könnte jedes Schloss knacken. Guck vor uns. Hätte ich mal jetzt mein Gewehr bei mir. Komisch, der Geruch von den Dingern erinnert mich irgendwie an deinen Bruder. Das haben die gehört. Oh nein, bring Barry nicht zurück zu uns. Nicht Barry, nicht Barry. Oh, Schlange. Drecksvieh. Wo ist die? Da, da, hinter uns. Meinst du, Juan Carlos hat schon mit seiner Familie geredet? Und der kam da schon vorbei? Bestimmt, oder? Ne, warte, zum Schild. Ah, hier vorne. Unser Glück. Spot. Ja. Meinst du, der Indianer ist noch da, der dich erschreckt hat? Hä? Meinst du, der Indianer ist noch da? Ähm... Der dich erschreckt hat? Der war ja ganz woanders. War der nicht hier? Ne. Stimmt. Ich tu kurz meine... Mein Mantel weg. Bruder, ich weiß, es kommt im Stream nicht so rüber. Wegen 900p, aber die Grafik ist brutal. Ich versuch, die auch noch zu pimpen, weil PC ist ja da. Ich versuch, das noch ein bisschen heftiger zu machen für den Stream. Ich krieg mal Erd, damit man kein Geld ausgeben muss. Findet immer wieder Bären. Ja, Blaubeeren. Die bringen 50 Pennys. Also, wenn ich hier jetzt kein Glück hab... Dann? Weiß ich nicht. Muss ich mir was anderes überlegen. Mhm. Lass mich raten. Stein und Schlamm. Absolut. Nichts. Dass irgendwas wird. Vielleicht hätten wir mal den Fluss oben, wo wir getrunken haben, versuchen müssen. Christa, danke schön für die Prime. Wissen, das Wasser ist sicherlich am besten, oder? Ja. Soll ich dir sagen, warum? Erzählts mir. Ich hab nichts drinnen gehabt. Weil das Gold sich sammelt an den... Hm, ich hab hier den Namen vergessen. In den Kurven der Flüsse sammelt sich das meiste Gold. Weiß ich von D-Max. Den Goldschülfer-Doku. Hä, 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 Hä. Jüngi, Jüngi. Jüngi, Jüngi. Chad, seid ihr müde? Oder seid ihr noch wach? Irgendwelch ein Uhr. Und ich wollt noch was essen. Oh, Schlamm. Bring mir Gold, bring mir Gold, bring mir Gold. Ach, nicht mal Staub. Allein wieder mordlich auf den Haaren von Mila zu scheitern. Natürlich findest du keinen Staub. Nicht? Warum? Ist doch nass. Okay, Entschuldigung. Dachtest du dir jetzt, hey, sagst du auch mal was Schlaues? Du hast gefragt, warum. Mit Staub meine ich ganz kleine Goldkrümel. Keine Nuggets, sondern wirklich Staub. Stimmt, Boile. Angeln kann man ja auch. Ich weiß noch nicht, was er bringt. Also wie viel. Ich hatte es immer müde, aber ist okay. Kannst ja gar keinen Staub finden, ist doch nass. Gibt es ein Problem? Mr. Bourbon? Nein. Miss Morgan. Natürlich nicht. Uns hat nur das Glück verlassen. Ja, allerdings. Kannst du nicht, Dennis, aber du kannst über den Support quasi eine Bande registrieren lassen und kannst den Lager setzen. Ihr seid müde, Mama. Okay, mir reicht's. Ich find gar nichts. Absolut nichts. Wir alle sind auf der Suche nach dem Gold. Ja. Doch, nicht falsch. Das ist Worldplay. Worldplay, Worldplay, Worldplay. Möchtest du gleich nach Valentine zurück? Valentine? Ja. Kann da hin? Warum nicht? Oder möchtest du wieder zu den... zu dieser Range? Ach so, du meinst zum Übernachten? Mhm. Ähm, ich würd sagen zu der Range, oder? Range. Ich hab ein Problem, das About auszusprechen. Ich weiß nicht, warum. Range. Oh, Mr. Allwissen weiß etwas nicht. Ja, man kann doch nicht alles wissen. Range. Das ist ganz einfach. Buchstabier doch mal deinen eigenen Namen. Mary, Buchstabier deinen eigenen Namen. Oh, komm schon. Komm schon. Ja, komm. Oh, komm schon. Das ist so lächerlich von dir. Mhm. Ist das witzig, ja? Schon. Etwas. Wenn du mich jetzt... Oh mein Gott, lass das... Du hast... Sag mal. Hast du mit der Pfanne eine? Lass es sein. Ich... Lass es sein. Ja? Hast du dich beruhigt? Oder brauchst du noch eine? Ach, komm. Ja. So. Lass es. Oh. Die hat mich ausgenommen, Junge. Ich hasse sie so sehr. Ich hasse sie so sehr. Ich hab dir eine geklatscht mit der Pfanne, Junge. Ja. Ja. Puh. Ich hab dir eine krass süße Sack. Ich hätte die locker ausnocken können, aber ich hab immer aufgehört, zu schlagen. Bye. Have a beautiful time. Ja, das passt gerade am besten. Und weißt du was? Dann lass uns... Dankeschön für die Weezer. Leute. Buck auf dich. Jetzt komm wieder zu dir. Komm. Äh, aber es ist gut mal den Status zu sehen. Man ist K.O. Man ist quasi wie auf Unity. Einfach nur erschöpft. Nicht großartig verletzt, sondern einfach nur so ein bisschen. Verschnauzpause. Komm zu dir, Junge. Äh, nee. Das ist nicht Milchbommes, Milo. Aber ich hab Gold gefunden. Ich weiß. Das erzähl ich wohl besser nicht. Oh. Hey. Findest du mich hören? Ja, du redest. Weißt du, der einzige Grund, warum ich dir die Pfanne nicht direkt über den Schädel gezogen hab, ist, da war Gold drin. Echt? Du hast mich in einem echt schlechten Moment meiner geistigen Abwesenheit hinterrücks Oh, hinterrücks? ins Gesicht geschlagen. Und weißt du was, Mary? Hm? Das wird unser Geheimnis bleiben. Ich warne dich. Okay, komm. Ach, Warte. Hier sind deine Goldklumpen. Ich steck sie in der Tasche. Ah, tritt mich nicht. Oh mein Gott. Was? Von meinem Fuß runter. Okay, okay. Hier, ich tu dir deine Goldklumpen wieder in die Tasche. Lass doch mal meinen Fuß in Ruhe. Hä? Wie? Was ist denn mit deinem Fuß? Der liegt doch da. Ja. Ja. Hast du dir eigentlich nachts den Himmel schon mal angeguckt? Irgendwie drehen sich die Sterne. Und die Wolken. Ja. Ja. So, Schluss mit Faulenzen. Hast du gehört? Das bleibt unser Geheimnis. Bye. Have a beautiful time. Okay. Immerhin waren da drei Goldklumpen. Mhm. Los. Hau mir den Dreck hinten ab. B, du schlägst mich jetzt. Dann lege ich los. Hey, beruhig dich doch mal. Okay? Okay. Dankeschön. Kein Problem. Meine Lippe tut ein bisschen weh. Soll ich gucken? Nee, 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 nee. Das hat man vorhin schon, Mary. Das hat man vorhin schon. Du meinst, als ich dich K.O. geschlagen habe? Die Frage ist halt am Ende, oder am Ende wird die Frage übrig bleiben, weshalb hast du? Aus welchem Grund? Hm? Aus welchem Grund hast du mich K.O. geschlagen? Damit du von deinem hohen Rost runterkannst. Mhm. Ich erinnere dich beim nächsten Mal dran. Mhm. Wenn ich dir diese Pfanne ins Gesicht schlage. Oh, ach so. Die wollte erst sagen, ach so, Digga. Leranta dankeschön für den We-Suppen macht im Monat und Theatro-Life dankeschön für den Prime Sechsten. Hi, guys. Was geht auf? Ach doch, die hat ein Revolver, aber die muss ja erst, die muss ja erst, nee, die hat ein Gewehr. Glückstreffer. Ich warne dich, Mary, hör auf zu lachen. Du kränkst mich. Ich muss meine Ehre wiederherstellen. Hey, ein kleiner Mann kann nicht viel aushalten. Mhm. Das haben wir vorhin im Salon gesehen. Da habe ich sie reihenweise umgeboxt. Mit aller Härte. Du bist eine Frau, hey. Da haut man halt nur mit halber Kraft zu. Oh, ist das so? Ja. Weiß nicht, wer von uns beiden mehr Frau ist. Natürlich du. Ich habe Gott gefunden. Ja. Wie viele Nuggets? Ich habe jetzt sieben Nuggets. Einge gefunden. Ein Stück und ein echt großer dabei. Mach's nach. Dich zu schlagen bringt scheinbar Glück. Ich warne dich. Ich warne dich. Ich warne dich. Mary, ich warne dich. Hör auf. Mann. Kein Glück. Mr. Don Lazor. Vielen lieben Dank für den Gifte-Zab an Winnie Honey mit deiner Freundin. Ich habe was gefunden wieder. Ein Stier. Das musst du kaufen alles. Ja. Super. Das hat anscheinend echt Glück gebracht. Müsst du den Morgen mit deinem Bruder ausprobieren. Okay. Der wird einfach gnadenlos zusammengeschlagen am Flussufer. Dann werden wir reich. Okay, Merken. Idioten zusammenschlagen bringt Glück. Ein Wort noch. Ein Wort noch. Und dann pugele ich dich vom Brust runter. Ein Wort noch. Ich warne dich. Lass es sein. Ah, ja. Nichts. Aber wie sagt man so gut? Das Glück ist mit den Dummen. Oh, dann findest du jetzt sicherlich was. Ich bin gespannt. Ich bin gerne der Dumme, wenn ich dadurch ein bisschen Geld verdiene. Ja, du bist. Ich sag nichts. Ich sag nichts. Ich bin doch nicht salzig, Bruder. Reicht mir, dass ich vorhin alle eine Kneipe verdruschen habe. Ich hab einfach kein Glück heute. Nee? Nee. Mr. Don Lasaut, vielen lieben Dank für 10 gifte Zaps, Bruder. An den Chat, der absolut müde ist und schon am Pennen ist. Vielen lieben Dank. Nur Alpino macht Eule. Ich bin zutiefst enttäuscht von euch. Und Tabasco Dude. Dankeschön. Danke für den Support. Danke, danke, danke. Ich hab was gefunden. Was sagt er? Ich darf nicht fragen. Ich warne dich. Ich seh schon deine deine Lippe zittern. Ich würd gleich zurück nach Valentine reiten. Valentine? Ja. Oder in Rhodes. Na okay, wir haben uns mit Barry in Rhodes verabredet. Ach Mann. Dann auf geht's. Ach Mann. Nach Rhodes? Ja, okay. Wo ist dein, wo ist dein Esel? Ach, da vorne. Warte mal, hast du gerade mein Pferd Esel genannt? Hast du oder hast du nicht? Nein. Du bist ganz schön frech für dein Gesicht. Ja, du bist wohl eher der Esel. Möchtest du laufen? Nee, du kannst dein Pferd immer rufen, außer du bindest das irgendwo an und dann kommt das nicht zu dir. Ah. Da, ein Rotfuchs. Warum soll ich einen neuen RP-Sauer machen, oder? Wird es jetzt nicht wirklich das Tier erschießen? Nein. Also, ich muss ehrlich gestehen, Blackwater gefällt mir besser. Wird dir besser, hm? Warum hast du denn nichts gesagt? Hm. Rubenentscheidung. Hier hätte ich wenigstens noch die Chance, selbst einen Salon zu leiten. Bist du so am Schnaufen, oder ist das mein Pferd? Hm. Dein Pferd. Putz deine Ohren. Ich bin hinter dir. Ich hoffe so sehr, dass wir dem Salon nicht begegnen. Ja, aber sind wir jetzt schon rechts vor links? Was ist das gar nicht, Alter? Ja. Ja. Oh, ihr könnt noch unser Glück hier versuchen, ne? Ja. Ja. Ja, warum nicht? Okay. Sollen wir probieren? Ja. Warum lachst du? Warum wird schon wieder gelacht? Was? Ich musste mir eine Frage verkneifen. Welche? Nicht so wichtig. Welche? Ja. Nur, ob ich dich vorsichtshalber nochmal vorher zusammenschlagen. Zusammenschlagen? Mhm. Du hast einen guten Treffer gelandet und ich habe nicht mal eine Deckung oben gehabt. Ja? Ich habe in meinen Topf reingeguckt wegen den schönen Goldklumpen. Hey! Achchen. Hey! Hey ne? Hallo, Lausboer Musik. Was geht? Ey, was geht? Was geht? Moin, moin, mär Tanzko, was geht? Komm schon! Komm schon! Gib Papa Gold! Wir teilen eh. Von daher ist es egal, wer Gold findet. Komm schon. Ich glaube, wir werden heute... Ich habe Gold. Oh, okay. Meine Glückstehne ist zurück. Meine Glückstehne ist zurück. Drei kleine Nuggets habe ich gefunden, die genauso schön dick und gelb sind wie deine Zähne. Ach so, okay. Hast du überhaupt Zähne? Ich habe dir noch nie auf den Mund geguckt. Ich habe Zähne. Hast du? Ja, hast du? Natürlich habe ich Zähne. Arbeitest du eigentlich sehr konzentriert, oder? Warum? Nur so. Interessiert mich halt. Willst du mir irgendwas sagen? Nee, nee. Das ist gut. Geh, geh. Nee. Weiter? Kein Glück, ja. Wenigstens ein paar Nuggets. Okay, ich habe jetzt... Drei... Drei... Zehn... Fünf. Ich müsste ungefähr neun haben. Ich habe jetzt nicht nachgezählt. Eine kleine Tasche voll. Eine Hand voll. Aber hey, Mary, ich habe eine Frage. Ja? Du kannst nicht lesen und nicht schreiben. Und ich denke, mit Mathe hast du das auch nicht so, aber du kannst zählen. Ich zähle an Hände voll. Du Idiot, habe ich dir das vorhin nicht schon erzählt? Ja, aber hast du zwölf Finger? Nein, aber da sind noch zwei. Okay? Okay. An einem Finger... Also weißt du, dass zehn plus zwei zwölf sind? Also weißt du, dass zehn plus zwei zwölf sind? Ja, zwei Nummern kommen da dran. Stimmt. Na, irgendwas ist mit dem Pferd nicht in Ordnung, Alter. Ich kann schon noch zählen. Okay, okay. Ich habe doch nur gefragt. Ja. Ja. Ich meine doch, nicht böse. Hm? Würde ich nicht. Ich doch nicht. Du reitest falsch. Tue ich das? Ja. Hm, ich denke nicht. Auf jeden Fall reitest du einen Umweg. Umweg, ja, aber ist ja nicht der falsche Weg, wenn wir trotzdem ankommen. Oh, werde da jemand Zeit mit mir verbringen. Oh mein Gott. Jetzt aber hurtig. Jetzt aber hurtig. Ich frage mich eigentlich schon die ganze Zeit, warum du dich so fest an mich klammerst. Angst, vom Pferd zu fallen? Sicherlich nicht. Und so fest klammer ich auch nicht. Doch, doch. Also flirten musst du unbedingt noch lernen. Oh nein, danke. Ich würde sagen, das gleiche habe ich mir gerade auch gedacht. Ich habe mir zu mir selber gesagt, kein Cringe, Alter. In der Western-Pumme. Und nice, danke schön für den Prime im 20. Vielen lieben Dank. Und Koro, danke für den Prime im 5. Irgendwas. Mein Pferd. Mein Pferd ist komisch. Irgendwas hat dein Pferd. Der Sink ist perfekt. Kann ich ausmachen, was es war, aber dein Pferd hat sich einfach nur vor irgendwas verschreckt. Vielleicht hast du es einfach so sehr getrieben. Das ist dein Mund. Was? Ich bin die, die... Ich treibe mein Pferd nicht so wie ihr. Ich halte langsam und dann heißt es Ferry. Reite doch mal ein bisschen schneller. Ja, ist okay. Mhm. Ja, Willi, vielen lieben Dank für den Prime im dritten. Auch viele weitere. Und ich habe einen Crash zum zweiten Mal. Supi. Ja, Bruder Tess. Schwester Tess. Bruder Tess, das ist der P. Okay. Okay. Okay, das war ganz gut zu warten. Ui. Macht sogar unheimlich viel Spaß, Mann. Das war ganz anderes als GTA. Aha. Aha. Und eben, da klautert gleich, habe ich mir auch gedacht, die Sade. Ihr Pferd will nicht mehr mit ihr reiten. Boah, ich hole mir auf jeden Fall einen Araber. Einen schwarzen... Schwarzen Araber Pferd. Obwohl die sehr schreckhaft sind. Und teuer. Ist eigentlich schon mal darüber nachgedacht, auf englische Server zu hören. Bruder, mein Englisch ist zu schlecht dafür. Also wirklich, wirklich zu schlecht. Ich zauge ja schon auf einem englischen Server World of Warcraft. Äh, nur 32. Ich würde am liebsten dieses Heilstuch wegwerfen, aber ich kann das nicht. Wo ist mein Pferd? Und Joker, vielen lieben Dank für den Primium Sechsten. Hat sich gerade komisch angehört. Was denn? Was macht mein Charakter? Bruder, ich... Ich bewege mich von alleine. Warum? Aha, okay. Was denn, Joker? Dankeschön. Und Tabasco Dude, Dankeschön für 420 Bits. Englisch ist Vollblut. Geht mir immer noch falsch. Da vorne sind Schilder. Alles gut. Einfach nach links. Ja. Nach links? Links. Aber links ist Valentine's. Ich dachte, ach so. Nach Rhodes. Rhodes. Dann, ja, da lang. Oder zu Emirate Ranch. Ja, Richtung Emirate Ranch. Und da sind dann Schilder, die nach Rhodes führen. Meine ich doch. Wir könnten natürlich auch nach Valentine. Alles gut, alles gut. Reite zu und nach Rhodes. Ich schlafe sicher nicht in Valentine. Die große Frage ist, wo wir überhaupt schlafen. Oder wo man schlafen kann, da. Rhodes? Mhm. Keine Ahnung. Ich weiß nur, wo wir an Strawberry schlafen können. Ach, ich schlafe einfach wieder im Pferdestall. Ich glaube da kein Problem mit. Das ist ja cool, ja. Das merkt man aber. Pommes RP. Was merkt man? Was? Dass du kein Problem damit hast. Ja, warum? Du selbst riechst schon nach Pferdescheiße. Das kommt halt einfach aus deinem Mund. Nein. Ja. Du merkst es nicht mal mehr. Ich hasse dich. Bruder, ich hatte kein Gold. Oh, auf der Emerald Ranch könnten wir in einer Scheune schlafen. Mit dir schlafe ich bestimmt nicht in einer Scheune zusammen. Oh, keine Sorge. Ich schlafe mit dir auch nicht in einer Scheune. Diese typischen Lügen. Lügen? Mhm. Ich habe Besseres verdient als dich. Ja. Lese- und Rechtschreibkurs. Ach komm, jetzt hör auf, okay? Was denn? Ja. Ich will dich nicht verletzen. Oh. Du willst mich nicht verletzen. Juhu. Wo ist eigentlich dein Pferd, Mary? Wo reitest du hin? Links. Ich. Keine Ahnung. Da vorne. Links. Hm? Willst du links hin? Ja. Da ist die Emerald Ranch. Okay. Das ist nicht links. Ja, hallo. Ich habe ein Geräusch gehört von einem Tier. Willst du das uns hinter Rücks Wölfe angreifen? Wenn Wölfe kommen, dann hörst du das schon. Hm, genau. Die heulen noch immer, bevor die angreifen. Ich bin so froh, dich gleich los zu sein. Ich muss erst mal wieder Energie tanken. Ja, ein bisschen zu viel Mary an einem Tag. Mhm. Ich nehme die große Scheibe. Guck mal, der Stier ist schon ganz wild. Ja. Ach, jetzt sei nicht beleidigt. Komm. Sei nicht beleidigt. Da links ist der Pferdestall. Ja, ich möchte mich noch umgucken. Darf ich das? Ach so, klar. Ist das genehmigt? Und ich begleite dich noch zu deiner Scheune. Ich brauche keine Begleitung von dir. Du brauchst Begleitung. Du hast einen Glückstreffer gelandet und denkst, du kannst alles und jeden überwältigen. Oh, von wem hast du das gelernt? Gute Nacht, Mr. Bourbon. Gute Nacht, Miss Morgan. Ja, Jock, hast einen RP-Server. Ist auch schon spät. Keine Ahnung, wie viele noch draus sind. Und macht unheimlich viel Spaß. Ist halt so, ich sag mal, der erste offizielle Tag. Gestern nur ein bisschen rumprobiert. Mal gucken, was passiert. Ich bin gespannt. Ich hab Bock. Stimmt, die Map. Guck. Die Map ist riesig. Oh, der Stier ist ausgeworfen. Und die Ziege. Alle brechen sie aus. Da freut der Bauer sich. Die ganze Ziege. Los, lauf. Du bist frei. Lauf. Lauf, du bist frei. Irgendeiner hat den Stall aufgemacht. Ich warte nicht. Es gibt hier schon Kreis-RP, aber Angler ist halt nicht. Schöneres. Hätte ich jetzt ein Lasso, könnte ich die Tiere wieder einfangen und zurückbringen. Ich hab aber noch keins gekauft. Weil ich bin absolut battle-arm. Aber jetzt hier vorne ist ein Fluss. Vielleicht gibt's hier Gold, Shad. Sollen wir noch gucken? So ein bisschen. Fünf Minuten. Oh mein Gott. Das ist richtig. Vielleicht gibt's hier Gold. Im Kleinbach. Wenn das hier übergeht. Ich glaub nicht. Ne. Vielleicht eine Erdwunde. Ne. Verdammt. Wir könnten hochgehen. Wir könnten da hochgehen. Du hast allerlei Jobs. Du kannst Holz schneiden gehen. Gold schürfen. Wenn du Glück hast. Das ist halt wie Glücksspiel. Schau, es ist ziemlich gering, dass du Goldnackes findest. Mit 100 Stück kannst du einen Goldbarren herstellen. Das sind mal eben so 230, 300 Dollar ungefähr. Du kannst Lieferfahrten machen. Du kannst alles Mögliche machen. Ich hab auch noch nicht alles auf dem Schirm. Ich hab halt sofort das genommen, was ich im HP so erfahren hab. Aber ich werd noch ein paar Sachen ausprobieren. Vor allem mit Kräutern. Ja, ja, klar. War 300 Dollar richtig viel. Mit 100 Dollar kannst du dir halt ein Hotelzimmer kaufen, ne? Ich weiß nicht, wie teuer Häuser sind. Ich glaub, dafür braucht man aber einen Immobilienmakler. Ja, und natürlich kriminelles Zeug. Du kannst halt ein Bandit sein und andere überfallen. Du könntest am Fluss lang reiten, gucken, ob jemand Gold schürft und den halt überfallen. Waffen, absolut billig. 4 Dollar ein Revolver. Aber die Preise waren damals auch so. Die haben extra recherchiert vom Server. Die Projektleitung. Wie teuer damals Waffen waren und Munition. Zebra, vielen lieben Dank für den Prime im 21. Monat. Ich glaub, das Snipergewehr ohne Visier kostet 40 Dollar. Und Schrotflinten, glaub ich, so oben die 12. Irgendwie so. Du kommst relativ leicht an deinen Revolver, aber den wirst du auch kaum benutzen. Chat, ich glaub, da hilft nur eine Sache. Ich bin ganz ehrlich. Ich glaub, wir müssen das erzwingen. Ich würde mich mal ganz kurz im Badezimmer. Gleich schwimmen bei den Wald. Ich bin ganz über. bonk ich bin ganz über. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich wollte das tatsächlich damals schon ausprobieren Lucky hatte zum Beispiel auch einen Kumpel Der angefangen hat, einen eigenen Server zu machen Aber daraus Wut nie ward Und? Und? Hallo? Ähm Oh, ich glaube der Server hängt ein bisschen In Santini sind auch ein paar Leute Sind immer mal wieder welche unterwegs Aber Der Hauptspot ist halt Valentine Aber Santini ist auch viel zu groß Hola, hola, was geht ab, Mexicano Hola, que pasa, amigo Ich hab schon vorhin gesagt Juan Carlos Du bist so das Beste, was ich bisher gesehen habe Im mexikanischen RP, ehrlich Richtig gut Gefällt mir Macht unheimlich viel Spaß Ich hab wieder vom Glück verloren Oh, ich hab wieder det hier Ich hab die Ja, 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 ja Hier, hier, hier You claimed that street pool Ich verlinke für morgen mal den Server. Ich hoffe, dass die nicht gespammt werden. Oder angegriffen. 32 Leute sind auf dem ab. Der Himmel ist halt so. Kein Glück, man. Kein Glück. Ich glaube, dass der mit nur 32 Spielern schnell langweilig spielen kann. Kommt auf die AP-Lerbe von. Wenn du viele kreative Leute hast und 32 ist nicht wenig, die andauernd für Storys sorgen und ihren eigenen Film fahren. Und das hat er nicht mit GTA-Vergleichen, wo jeder nur rumsteht und keiner Bock auf irgendwas hat. Wer weiß, vielleicht sind wir morgen mit einem Mexikaner unterwegs ab ins Schneegebiet, Alter, und suchen einfach irgendwas Imaginäres, wen interessiert das. Und werden von Wölfen angegriffen oder von einem Bär und müssen in den Läden erlegen oder so. Wenn du gute AP laufen im Server brauchst, brauchst du nicht mal irgendwelche Features, Alter. Einfach frei nach Schnauze AP'n. Ist echt so. Kevin, es gibt Indianer AP. Ich habe bisher zwei Leute gesehen, die in den Indianer spielen. Und die arbeiten auch, wie ich das verstanden habe, sehr eng mit dem Doktor in Valentine zusammen. Wegen Medizin und so. Ja, vielleicht pusht Red M. Ja, Red M ist 5M halt. Und die haben die Möglichkeiten dafür. Vielleicht pushen die noch. Da soll ja dieses Jahr noch das Update eigentlich kommen. Ich glaube, mehr Leute spielen können. Mit 64 Leuten oder sogar 128 Leuten. Oh, das wird wild. Mann, ich habe auch kein Glück. Fünfmal noch, fünfmal noch, fünfmal noch. Doch, im Kreis stehen gibt es schon, aber die Leute unterhalten sich über Dinge, die wirklich passiert sind. Weißt du, was ich meine? Wir standen vorhin im Kreis und dann kam der Sheriff. Und meinte so, wir haben gehört, dass es hier eine Schlägerei vorhin gab, war das passiert und so. Alle haben abgestritten. Die stehen nicht nur im Kreis, sondern sagen, oh, wir gehen über Britzern. Oh, der da hinten, der hat gesagt, hier, mein Schuh ist dreckig so hoch. Schwellers Mauerbaum, lass den Ficken gehen. 128 wäre echt wild und das reicht auch vollkommen aus. Wenn dann so eine Indianertruppe oder so mit fünf Mann auf einem Pferd jagen gehen, so wenn er es siehst. Komm schon. Sexy, sexy, sexy. Mann, Mann. Ich sag's euch, Kinder, lass die Finger weg vom Glücksspiel. Die Winterlandschaft, wenn er da schneit. Bruder, wenn du in diesem Spiel über Eis läufst, ne? Über den gefrorenen See. Dann hörst du das Knacken. Es gibt Videos auf YouTube, irgendwas mit Red Dead Redemption Details und so. Da müsst ihr euch mal reinziehen. Ist halt Rockstar, Mann. Das ist unfassbar. Sind die Tage und Nächte genauso lang wie im richtigen Online-Mode? Ich glaub, die haben die hier angepasst, dass ich das auf das Relive, also dass das genau gleich wie Relive ist. Also es bleibt jetzt dunkel. Bis morgen früh. Was ich auch sehr gut finde. Boah, ich glaub, GTA 6 wird anders. Insane, Mann. Soll aber erst 2000, wann kommen? 25 oder so? 24? Ich hätte es noch gelesen, wenn das stimmt. 26 sogar. Egal. Oder egal. Ich werd halt Legend noch mit 50 Jahren am Computer hängen und irgendwelche Games zucken. Das ist einfach Liebe. Und Sucht. Ich werd mir den Scheiß auf jeden Fall geben, hier irgendwo zu sitzen, Alter. Man nimmt ne Glasscheibe vor dir als Monitor. Oder Hologramm und so ein Kacke. Und dann wird richtig reingedaddelt. Dann wird in jemandem ein Spiel von rechts gepusht. Und die Zwölfjährigen zerfetzt. Envy, schlaf gut. Vielen lieben Dank, dass du hier warst. Mach's gut. Lass dich nicht anquatschen. GTA 5 ist insane eigentlich. Vor allem die Modding-Szenen in GTA 5 mittlerweile, ne? Es gibt so krasse Mods, Alter. Die das Spiel auch nochmal grafisch, äh... Schöner machen. Komm, zweimal noch. Okay? Zweimal noch. Zweimal noch, dann ab in die Scheune. Ja, Modding war schon immer krass, aber GTA 5 ist halt. Bruder. Es gibt aber selbst für die Ragdolls gibt's Mods, ne? Realistic Ragdolls und so. Die kannst du leider nur nicht auf dem MSP-Server einstehen. Also könntest du mit Sicherheit nix. Wie ist das unmöglich? Ach, komm. Einmal noch. Die Story hab ich nicht gespielt, aber online hab ich gezockt und das ist sehr, sehr krass. Was hab ich gesagt? Ich hab gestern, gestern nachgeguckt. Ich hab, glaub ich, etwas über 1000 Stunden im Online-Modus. Und ich hab zwei Accounts. Ich hab bei Release hab ich dann angefangen zu spielen mit Jamal und Demba und Charlie und so. Und da war der Haze dabei, erinnert sich noch an, äh, nicht der Hase von Unity, sondern der Haze von den Hoover'n damals. Der einfach gnadenlos in jedem Spiel gecheatet hat, Alter. Und von dem hab ich einen Pelz verkauft, den er mir aufs Pferd gelegt hat. Und er ist mit so einem, so einem Offline-Trainer im Online-Modus rumgerannt. Und ich wusste nicht, dass der Pelz gecheatet ist und hab den verkauft und hab dafür einen Bann kassiert. Ich hab mir instant einen neuen Account geholt, Alter. Ich glaub, ich bin... Komm, einmal noch, Alter, einmal noch. Level 300 fast im Online-Modus oder so. Der Charakter ist Cody Burton. Spiel die Story, machen wir bestimmt. Ich steig, du für Chips. Ich hab mir gesperrt, wie viel Gigabyte er hat. 130 Gigabyte hat das Spiel. Da sind aber nicht die RP-Stunden dabei. Wo, das sind meine ersten RP-Stunden, die ich ja grad sammle. Das ist komplett reiner Online-Modus. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich da drin war und...